Ja, und da ist es dann schon wieder soweit. Hallo, liebe Community, liebe Welt, alle, die uns jetzt zuschauen, einen wunderschönen dritten Advent. Wir machen wieder Homeoffice live und ich bin natürlich nicht alleine, sondern meine Crew ist mit am Start und da freue ich mich natürlich sehr, wenn die Jungs auch heute mit dabei sind. Hallo, ihr drei Leuchten vom Dienst. Hallo, Robert. Hallo, Welt. Hallo, Welt. Ja, die drei Leuchten, shining on. Es ist immer so die Frage, was für einen Titel gibt man der Sendung eigentlich? Und da wir halb drei Kerzen in der Hand hatten. So, Jungs, es ist wieder soweit. Sonntagabend, unsere Therapiestunde fängt jetzt an. Legt euch auf die Couch und ihr da draußen auch. So, schauen wir mal, was wir wieder zu berichten und zu reden haben. Ja, soweit geht es euch gut, oder? Alles Paletti? Alles super. Ich musste jetzt erst mal gucken, ob hier alles läuft. Irgendwie bei mir lief schon wieder dreimal Ton, musste ich erst ausmachen. So, ja, wie es halt so laufen kann. Am dritten Advent haben wir uns ja heute extra hier ein Kerzchen besorgt. Es wird langsam vorweihnachtlich. Zumindest hat man diese Stimmung, wenn man drei Kinder hat. Und ich finde das ja eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Aber die Welt da draußen ist natürlich, ja, da gibt es heute wieder viel zu besprechen, glaube ich. Fangen wir doch mal mit dem Aktuellsten an. Ich meine, es ist jetzt Sonntag, dritter Advent, wir sind live unterwegs. Grüße auch schon wieder an all die Leute, die da draußen sind. Es ist auch schon wieder dieses besondere Feeling für uns drei hier, so dieses Live-Moment. Ja, hey, heute Abend, Sonntag, war doch jetzt auch große Konferenz. Und was ist denn da jetzt rausgekommen? Wie ist der aktuelle Stand? Habt ihr das heute Abend ein bisschen verfolgt? Ganz ehrlich? Nein. Ich habe mir ein massenmediales Blackout verordnet heute. Ich war gestern und heute damit beschäftigt, hier Lichter aufzuhängen. Weihnachtsdeko, Schmuck, Lametta. Meine Frau hat neulich Lametta in der Hand gehabt. Und ich habe gesagt, früher war mehr Lametta, nimm mit. Hier glitzert alles jetzt. Und Rudi, das Rentier, steht oben auf dem Klavier. Und dann noch so eine kleine Lokomotive mit Schnee innen drin. Also kitschiger, ich habe es noch nie so kitschig gehabt wie hier. Und es wird jetzt nochmal gesteigert. Auch außen am Haus leuchtet jetzt alles. Ich brauche Licht, ich brauche Kitsch, ich brauche Weihnachten. Auch wenn ich das sonst nie gefeiert habe. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass alle meine Nachbarn außenrum, das wird immer mehr. Da drüben ist so eine Wohnanlage, wo zehn Häuser um so einen kleinen Teich rum sind. Und da ist jeder Balkon, ist da voll mit Lichtern. Und das ist eigentlich wunderschön. Und auch die Weihnachtsdeko im Ort selber ist wie jedes Jahr wirklich toll. Aber es wird keinen Weihnachtsmarkt geben. Es gibt kein Glühwein saufen. Es gibt kein... Also, ich würde sogar in die Christmette gehen, wenn die heuer erlaubt ist. Das muss ich echt gestehen. Gibt es das? Ist das erlaubt? Wisst ihr das eigentlich? Darf man in die Kirche gehen an Heiligabend? Nö. Auch nicht. Alles weg. Du hast gerade gesagt, es wird keinen Weihnachtsmarkt geben. Robert, den gibt es schon seit drei Wochen nicht. Weißt du? Und das ist interessant, ja. Wenn es nicht stattfindet, ist es irgendwie nicht da. Habe ich so das Gefühl. Weißt du, warum ich das gesagt habe? Hier im Ort ist der Weihnachtsmarkt immer nur zwei Tage. Das ist nicht, dass der vier Wochen lang ist, sondern der wird nur für ein Wochenende aufgebaut. Und das wäre jetzt eigentlich, glaube ich, dieses oder das nächste Wochenende gewesen. Ganz kurz vorher ist das. Und das ist eigentlich auch immer im Ort so ein Highlight gewesen. Da sind so viele Vereine beteiligt. Und es ist echt heimelig hier. Aber fällt aus, wegen ist nicht. Ja gut, um auf die Frage zurückzukommen. Erstmal vielen Dank an Thilo Klaas für die nette Spende. Im Live-Chat können wir das natürlich sagen. Und bevor ich jetzt diese Frage beantworte, was denn heute ein Tolles rausgekommen ist bei der Ministerpräsidentenkonferenz, muss ich mir erst mal was zu trinken aufmachen. Weil für den Satz brauche ich alles andere als einen trockenen Hals. Frank, und wir haben festgestellt, ja, Stoner und ich, ja, wir haben nicht nur einen gleichen Namen, sondern auch einen gleichen Getränkegeschmack. Ein Fäble. Und ich möchte an der Stelle auch noch meinen alten Kumpel Deggel grüßen von Radio Emergency. Gott hab ihn selig, der dieses wahnsinnige Jahr nicht mehr erlebt hat. Und bei dem war es auch so, der war immer voll Spezi-Fan. Wenn der zu mir gekommen ist, der war so Technical Wizard, ja. Wenn der gekommen ist, hat er immer eine halbe Kiste Spezi dabei gehabt. So aus Sorge, dass ich keins habe. Ich habe schon extra mal eins gekauft gehabt. Er hat trotzdem in seinem Bus immer eine halbe Kiste gehabt, wirst du. Also, ja, lasst euch schmecken. Ja, darauf. Also. Ich stoße mit an. Es ist zwar nur eine Cappuccino-Tasse, aber es gilt trotzdem. Geht auch. Es ist keine Schleichwerbung. So, also. Was kam tolles raus? Schnallt euch an. Jetzt ist endgültig Klarheit, weil jeder wollte ja wissen, was ist denn nun mit Weihnachten, ja. Man hat ja vorher gesagt, vom 23. bis 27. will man das lockern. Ja, jetzt hat man da vorweg sehr viel diskutiert. Ja, nee, das kann man nicht lockern wegen Weihnachten nur deswegen und bla. So, und jetzt hat man den Superkompromiss gefunden. Und man lockert jetzt vom 24. bis 26. Und was darf man da folgendermaßen? In Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen werden die Länder vom 24. bis 26. Dezember als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen während dieser Zeit treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen, zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre, aus dem engsten Familienkreis, also Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, sowie Verwandten in gerader Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen zulassen, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahre bedeutet. Punkt. Nur mal aber mal einen Punkt. Da ich beim Jurastudium gefehlt habe, könnt ihr mir das irgendwie übersetzen, was da gerade gesagt wurde? Also mich hast du schon ungefähr nach dem ersten Drittel verloren. Ja, ich kurz danach. Ja, also diese Frage hat natürlich auch ein Journalist bei der Pressekonferenz gestellt und Frau Merkel hat zum Beispiel dann halt gesagt, ja, ja, man darf dann eben auch Geschwister einladen, weil da steht ja irgendwas von Geschwister, Geschwistern, steht ja da drin. Aber genau das bedeutet eben nicht die gerade Linie. Die geht nämlich im Stammbaum nur von oben nach unten oder umgekehrt, ja. Also Eltern sind okay, Kinder sind okay und natürlich die Geschwisterkinder, also die Geschwister von den Kindern, ja, die sind meistens dann auch die eigenen Kinder. Ja, die sind auch okay. Aber Frau Merkel war auch verwirrt und hat das dann eben bei der Pressekonferenz so von sich gegeben. Und prompt schreibt der Spiegel natürlich auch, dass es okay ist, Onkel und Tanten einzuladen, weil das sind ja die Geschwister der Eltern und genau das ist eben nicht okay. Aber der Spiegel hat es auch nicht besser gewusst, was da die geltende Rechtsnorm ist und hat es natürlich falsch abgeschrieben und hat es dann aber immerhin später hingekriegt. Deswegen steht jetzt hier in dem Spiegelartikel unten noch die Anmerkung der Redaktion. In einer ersten Version des Artikels hieß es, Onkel und Tanten könnten auch eingeladen werden. Das ist nicht der Fall, weil nicht zur Verwandtschaft in gerader Linie gehören, ja, weil sie nicht dazu hören. Also, also die Frau Merkel war selbst verwirrt und die hat den Käse mit verantwortet. Aber dieser Satz mit, glaube ich, 81 Wörtern wird jetzt quasi als Grundlage dem deutschen Volk präsentiert und nun macht mal was draus. Frohe Weihnachten! Wer zeichnet denn für diesen Satz überhaupt verantwortlich? Wer hat denn den geschrieben? Weil die Merkel hat den ja auch nur vorgelesen, oder? Wer hat denn den geschrieben, diesen Satz? Bestimmt Karl Lauterbach. Ja, echt? Ich meine, ohne Witz, also ich meine, sowas zu formulieren. In meinem Ernst, das ist ja wirklich, da brauche ich jetzt keine Küchenpsychologie, aber ich meine, jemand, der sowas formuliert. Ich meine, es ist die ganze Zeit, seit Wochen und Monaten heißt es, wir müssen das alles besser kommunizieren und so zwischen Volk und oben. Und dann kommt so ein Satz. Wer hat den geschrieben? Wer ist dafür verantwortlich? Das gibt es doch gar nicht so. Kann man das nicht, und nicht in Kindersprache. Wir wollen auch nicht wieder Merkel mit ihren Bummel letzter Worten und so weiter. Aber kann das nicht jemand in klaren Sätzen einem erklären? Das ist doch ein Witz. Ich meine, wir beschäftigen uns eh schon mit dem Kram. Und kein Mensch checkt das so. Das ist doch grotesk. Wer hat denn den geschriebenen Satz? Wer ist denn für verantwortlich für sowas? Das ist ein Desaster. Ja. Aber ich finde andererseits ist es auch, also ich finde es eher lustig, weil, hey, es ist halt so symbolisch. Ich finde, das zeigt genau dieses Jahr 2020 wieder. Diese heillose Durcheinander, diese Verwirrung, diese scheinbare Wissenschaftlichkeit, die keine echte Wissenschaft ist. Im Grunde genommen weiß, keiner weiß irgendwas wirklich. Aber hey, wir müssen alle was tun. Wir müssen aktiv sein. Und es wird immer viel geredet. Aber es ist letztens ein heilloses Durcheinander. Ich weiß zum Beispiel jetzt immer noch nicht hier, ich habe mir das ja erhofft, dass ich das in unserer kleinen Therapierunde bekomme. Und mittlerweile vertraue ich auf den Chat. Ich weiß nicht, was jetzt morgen eigentlich genau gilt in meiner eigenen Stadt. Hier letztens, Frank hat mir schon gesagt, da war schon ein harter Lockdown für Sachsen beschlossen jetzt für morgen, ab morgen. Ich weiß immer noch nicht genau, wie die Regeln wirklich sind. Und ich glaube, meinen Nachbarn und Mitmenschen geht es hier nicht anders. Ich war vorhin, heute schöner Sonntag, spazieren gehen im Park. Und da waren so viele Leute, die spazieren gehen im Park waren. Keine Einzige hat irgendeine Maske aufgehabt. Aber es waren mehr Leute als sonst. Ich habe fast das Gefühl, alle gehen in den Park, weil du dort sicherlich noch ohne Maske gehen darfst. Du weißt nicht mehr, ob du auf der Straße laufen darfst. Du könntest ja mal Abhilfe schaffen. Was darf ich morgen in Chemnitz, Sachsen? Und was darf ich nicht? Und was muss ich unbedingt aufpassen, dass ich mir nicht gleich irgendwie eine dreistellige Euro-Strafe reindrücken soll. Du, ehrlich gesagt, ich kann es ja nicht sagen. Und mir wurde gerade mitgeteilt, dass unser Livestream ja gar nicht auf nur Visio-TV eingebunden ist. Jetzt hatten wir im Vorfeld schon wieder so viele technische Probleme, dass mir das entgangen ist. Deswegen bin ich jetzt mal eine Minute beschäftigt. Ja, okay. Alles klar. Robert, weißt du, wie ist es denn bei dir? Ist es bei dir in München klarer kommuniziert? Also weißt du genau, welche Regeln gelten, welche nicht? Nein, das ist erstens, ich bin mir sicher, dass Leute denken, dass das alles klar kommuniziert wird. Aber das Verwirrungspotenzial ist bei uns genauso groß. Und wie gesagt, Frank, ich bin ganz ehrlich, ich bin in einem Zustand der gesteigenden Frustration in den letzten Tagen immer weiter. Und ich schotte mich von so gut wie es geht allem ab, was diese Welt betrifft. Ich habe vor kurzem ein Statement von Gunnar Kaiser gehört. Es kann sein, dass ich auch darüber schon gesprochen habe. Den höre ich in letzter Zeit sehr oft, weil es einer der vernünftigen Stimmen ist in dieser Zeit. Wie so eine Kerze in der Dunkelheit kommt mir der vor. Und Gunnar Kaiser TV, Kaiser TV ist der YouTube-Kanal, wer ihn noch nicht kennt. Ich bin mir sicher, von den jetzt 4.600 Leuten kennen ihn 3.800. Also wer ihn nicht kennt, Gunnar Kaiser. Und der hat ein Stück gebracht, das heißt, es ist ein Kult. Und da hat er in wirklich 20 Minuten, es gibt ein bisschen über 20 Minuten, hat er zusammengefasst viele Fragen beantwortet, die ich euch in den letzten zehn Monaten sehr oft gestellt habe. Warum sind so viele Intellektuelle auf diesen Zug aufgesprungen? Wieso kann niemand aus dem System selber erkennen, was für ein globaler Wahn hier stattfindet? Und so weiter und so fort. Und er hat es wirklich auf einen Satz geprägt. Es ist ein Kult, ein selbstreferenzieller, in sich geschlossener Kult, der sich da etabliert hat, der nach außen alles wegbeißt und der sich selbst nicht bewusst ist, dass er in diesem Kultischen verhaftet ist. Also viel zu schwierig, jetzt in zwei Minuten ein so intellektuell hohes Thema in zwei Minuten zu packen, was der in 20 Minuten geschafft hat. Schaut euch das an. Und die Antworten, die er gegeben hat, die haben mir sehr geholfen, um das zu verstehen. So diese Harald Lesch, David Precht, Professor Spitzer Nummer, die ich oft angesprochen habe. Warum sind die schlauesten Leute, die ich je getroffen und gesehen habe, nicht in der Lage, das große Bild zu erkennen? Da hat er gute Antworten gehabt. Und vor allem am Schluss hat er noch etwas gesagt. Es war eher so ein Rat, den er den Leuten mitgegeben hat. So nach dem Motto, ja, wir müssen uns, die, die aufgewacht sind, also wir, unsere Community und alle, die jetzt verstanden haben, dass es hier um etwas ganz anderes geht wie Pandemie und Corona und so weiter. Man muss es irgendwie schaffen, sich in eine Insel zurückzuziehen und versuchen, das durchzustehen. Es, seiner Meinung nach, hat keinen Sinn, das Ganze jetzt in dem Kampfmodus zu begehen. Also er sagt jetzt nicht, wir sollen aufhören und jeden Widerstand einstellen. Das hat er nicht gesagt. Aber um sich eine innere Insel zu schaffen, ist es jetzt ganz wichtig, diesen Schritt zu gehen. So sich rausnehmen aus diesem ganzen Getöse, aus dieser Panikmache, fällt einem sehr schwer, wenn man irgendwo ist und sieht, all die Menschen, wir laufen rum wie die Affen, wie die Lämminge. Und das war einer der Gründe, warum ich in letzter Zeit mehr auf nach innen bin. Ich fange an, das Cleansing ist ein sehr großes Thema, Haus aufräumen, entrümpeln, Dinge, die rumliegen, Wohnungen schöner machen, akribisches Putzen habe ich angefangen, auch schon die kleinsten Ecken, alle möglichen Sachen, die mich im Normalen hier und jetzt beschäftigen, ohne dass mein Geist anfängt, in diese hohe Drehzahl zu gehen. Und ich brauche das, habe ich echt gemerkt. Ich brauche das, weil diese nächsten vier Wochen, die jetzt auf uns zukommen, eine Zeit, die sowieso geprägt ist von dieser extremen Dunkelheit. Ich merke es auch in mir, so dieses, es wird gar nicht richtig Tag. Ich wohne hier in der Nähe vom Erdinger Moos, da ist immer Nebel. Wenn Münden Sonnenschein hat, ist bei uns schon diesig und da draußen sowieso Nebel. Auf jeden Fall, ich, als Entschuldigung, warum ich nicht so sehr in diesen Dingern drin bin. Aber, um nochmal auf den Gunnar Kaiser zu kommen, dieser Gedanke, den er hatte, dass wir das irgendwie durchstehen müssen, dass wir warten müssen, bis es vorbeigeht, das habe ich, das ist in mir drin und da muss ich lange und oft drüber nachdenken in der letzten Zeit. So, wie kann man das am besten machen, ja? Weil du begegnest ja dann deinem Nachbarn, du begegnest dem Mensch bei der Post oder was weiß ich, oder man kennt ja so viele Leute und man weiß nie, wie die drauf sind. Die wenigsten geben ja Äußeres gleich nach draußen und ich versuche dann einfach immer, ruhig zu bleiben und nehme mich zurück einfach, ja. Es ist natürlich... Konfuzius sagt, Beharrlichkeit bringt Segen. Ja, so ein bisschen Zen-Buddhismus, ja. Nein, nicht Zen-Buddhismus, Konfuzianismus, älter. Und ich muss noch was gestehen, Frank, ich muss noch was gestehen, das ist kein Cappuccino, sondern das ist ein Edelkirsch. Ich habe auch festgestellt, dass eine kleine Prise Alkohol, die ich eigentlich sonst nicht vertrage, auch hilft, manchmal so ein bisschen so einen Tünch drüber zu legen. Also das ist jetzt kein Aufruf für Alkoholismus, sondern bei mir ist ja ein Radler schon eigentlich zu viel und zwei, drei Schlücke, so ein kleiner, süßer Likör, hilft auch schon, um das Ganze ein bisschen zu dämpfen. The Lovin Spoonful. Cleansing? Cleansing, also... Ich habe ja genau das überhaupt gemacht. Cleansing. Also Cleansing ist ein Begriff, den ich darunter stehe, von Reinigung. Also Cleaning, Cleansing, es muss nicht Cleansing heißen, aber ich glaube, es heißt Cleansing, dass man also anfängt, sein Innerstes und Äußerstes aufzuräumen. Jeder kennt das, wir haben Schubladen voller Gerümpel und Zeug und jedes Mal, wenn du es aufmachst, schreit dich einen Haufen Unrat an, das einen irgendwie daran erinnert, dass man viel zu faul ist und zu unorganisiert ist, das Ganze in den Griff zu kriegen. Und wenn man das schafft, diese Schublade irgendwie mit dem zu füllen, was wirklich wichtig ist und dann auch noch einigermaßen sortiert, dann ist es jedes Mal ein inneres Gefühl der Befreiung. Also ich habe Aufräumen mit Marie Kondo angeschaut auf einer Streaming-Serie. Das ist eine junge Japanerin, die dafür bekannt ist, da so Bücher und Ratgeber zu schreiben. Und es gibt auch eine Serie, die ein bisschen blöd ist, aber die Tipps von ihr sind wirklich fantastisch. Und ungefähr 70% meines Hauses hier ist mittlerweile nach diesem Prinzip organisiert und das macht innerlich doch etwas ruhiger. Und vielleicht so als kleinen Tipp am Anfang hier so, wenn jemand versucht, die ganze Energie und die ganze Wut und die ganze Unverständnis auf die Welt irgendwie zu kanalisieren, schaut euch mal Aufräumen mit Marie Kondo an oder Tipps in dieser Richtung. Das hilft wirklich unheimlich, wenn man dann an Räumen in seinem eigenen Haus vorbeigeht, wo einfach nur Frieden und Ruhe ist und nicht dieses ganze Chaos auf einen draufschlägt. Das hilft schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe meinen Chaos. Nehmt mir bloß meinen Chaos nicht weg. Wenn ich mich zu viele Strukturen in meiner Umgebung so, da verliere ich was. Also nicht jetzt hier Drill-Sergeant-mäßig und alles ist DIN A4-mäßig gestapelt. Nein, nein, sondern einfach nur dieses, das chaotische Rausnehmen aus den Schubladen. Aber hier Glänzing und nennen wir es doch lieber reinigen, weil es auch so ein schönes Wort ist. Das passt natürlich auch tatsächlich voll in diese Jahreszeit. Jetzt eben hier eingeputzte Kronensaal, wie es so schön im Gedicht heißt. Also jetzt sauber machen, jetzt auch sowas wie räuchern. Es kommen dann auch demnächst die Raunechte. Und gerade viele von unseren Schwestern da draußen, die wissen genau, was da nötig ist. Und das ist schon, das passt jetzt auch in die Jahreszeit voll rein, Robert. Also dieses Ordnung reinbringen, auch dieses in sich reingehen. Das ist halt jetzt die stille Zeit, was unsere Vorfahren, jetzt in der Jahreszeit kannst du nicht viel machen. Heute, als ich draußen mal habe, ist auch gesehen, so krass, weißt du, die Natur ist schon so, also so bereitet für den Schnee. Nichts rührt sich, nichts blüht mehr, alles schläft. Das ist genau für uns Menschen auch die Zeit, nach innen auch zu gehen. Einfach, weil einfach die Jahreszeit nicht zu viele Aktivitäten draußen fordert und zulässt. Und es passt voll, weißt du, es passt voll in die Zeit und deswegen finde ich gut. Also ich wohne ja ein bisschen ländlicher und als hier es die Runde macht, dass hier der einzige lokale Baumarkt demnächst für vier Wochen schließt. Ach du schon, ey. Da war aber auch ganz schön fest los. Ach du schon. Aber gut. Gerade für die Feiertage ist so ein Baumarkt, sorry, aber für manche Männer ist das wie eine Art Therapie, weißt du. Das ist wie eine Art Medizin. In Feiertagen, Familienrücken zusammen und ja, wir lieben unsere Familie, aber hey, manchmal braucht man auch mal seine Ruhe oder sowas. Und für viele ist das genau das Ding, weißt du, Baumarkt, irgendwelches Zeug zum Basten, Handarbeiten, irgendwo im Keller was machen. Das darfst du den Leuten nicht wegnehmen, so ist wichtig. Ja, ich hätte gerne noch eine Umweltspumpe gekauft, die in meinem Haus kaputt gegangen ist. Also die Pumpe, die das Warmwasser im Haus zirkulieren lässt, die hat sich verabschiedet gestern. Das ist nicht gut. Ja, und dann ist mir eingefallen, und dann ist mir eingefallen, ups, so, das heißt, nee, es geht schon, aber du musst halt jedes Mal fünf Liter kaltes Wasser laufen lassen, bis das Wasser aus dem Kellertank oben im Bad ankommt. Und die Umweltspumpe lässt, die Zirkulationspumpe, die lässt das permanent im Haus, sodass es nicht so lange abkühlt, mehr oder weniger. Und ich hasse Wasserverschwendung, ganz ehrlich. Ich kann es ja noch ab, aber ich habe hier Damen im Haus, die waschen sich ungern kalt. Also insofern, ich verstehe das, wenn der Baumarkt zu hat, ist das für uns schlimm, ja. Also ich glaube, wenn Männer die Frage gestellt wird, was ist schlimmer, die Sexatablissements zuzumachen oder den Baumarkt, dann würden viele nicht sagen, mach den Puff zu. Ja, so. Es ist reine Theorie. Oder sprich gefragt, weißt du Bescheid, so, ich meine, was steht denn jetzt wirklich an, ich meine, hey, wir albern hier rum, aber wahrscheinlich ist es auch die einzige Art und Weise, es ist zu ertragen, hey, wir sind auch Menschen, das ist irgendwie echt, im Frühjahr war es ja ganz anders, weißt du, im Frühjahr war echt dieser ganze Schock so, wow, das war auch wirklich spannend, aufregend, jeder Tag war neu, du wusstest nicht, was passiert, die Autobahnen waren leer und so Ghost Cities überall auf der Welt. Jetzt ist es einfach nur nervig, finde ich, für alle, und wie gehst du damit um, weißt du Bescheid, was jetzt in den nächsten vier Wochen uns blüht, hast du dich irgendwie besonders vorbereitet, hast du deinen Kram beisammen? Hast du jetzt mich, ich? Ja, ich frage mal Frank. Es ist ja, es ist mit dem Frühjahr ja irgendwo vergleichbar und irgendwie auch nicht. Damals waren irgendwie alle in heller Aufregung und haben überhaupt gar nicht drüber nachgedacht über die Maßnahmen und jetzt sind es ja ähnliche Maßnahmen und jetzt stehen die aber im Fokus, im Vordergrund, weil man das Hintergrundgeschehen bereits irgendwie schon, ja, verarbeitet hat, sage ich mal, ja. Man guckt da, glaube ich, noch drauf und weiß auch, es war ja abzusehen, ich meine, wir haben jetzt kalte Jahreszeit und da war das eben abzusehen, dass da die Infektionszahlen steigen, völlig klar, ja. Wenn da die Durchblutung im Prinzip durch, weiß ich nicht, kalte Gliedmaßen oder eben dementsprechend beeinträchtigt ist, dann ist eben die Aufnahmebereitschaft der Viren eben größer, ja. Da steckt man sich halt eben schneller an und das sehen wir jetzt halt. Ja, also das ist im Prinzip nicht anders zu erwarten gewesen und trotzdem reagiert die Politik panisch, habe ich das Gefühl, ja. So jetzt nach dem Motto, ah, jetzt sind wir so gut durchs Jahr gegangen und jetzt scheitern wir auf der Zielgeraden, weil wir irgendwie mit diesem November-Lockdown irgendwie viel zu nachlässig waren. So ist ja so der Tenor und deswegen müssen wir jetzt, ja, Weihnachten quasi vom 23. bis zum 27. jetzt sozusagen nochmal dezimieren, was die Lockerungen betrifft. Und ich könnte mir vorstellen, dass man selbst darüber noch in den nächsten zehn Tagen streiten wird. Aber das wird mir sowieso, weil dieser eine lange Satz, der da ganz klar definiert, was da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ja, sowieso noch für viel Gesprächsstoff sorgen wird, glaube ich. Also, ich kann dir keinen Tipp geben. Ich glaube, jetzt geht es einfach darum, so wie Gunnar Kaiser das sagte, ja, man muss halt jetzt irgendwie klarkommen damit. Das mussten wir auch schon im Frühjahr, ich meine, wir müssen ja auch damit klarkommen. Wir sind ja auch hier im Homeoffice, wie die meisten anderen und müssen halt das Beste draus machen. Und das kann halt der eine, dem gelingt es gut, dem anderen halt weniger. Und das ist mein Tipp an alle, ja, macht einfach das Beste draus. Und ich glaube halt, es bringt auch wenig, jetzt noch durch den Dezember mit viel Wut im Bauch zu schlittern. Ich meine, klar, es ist nachvollziehbar, ja, es läuft extrem viel falsch und man könnte vieles anders machen. Und es kotzt mich an, dass man darüber noch nicht mal ernsthaft diskutieren kann, ja, und tacheles reden kann, zumindest nicht hier auf YouTube. Da kann man nur irgendwie halt drumherum reden. Und das ist alles extrem besorgniserregend und macht mich auch total wütend. Aber es bringt mir ja nichts, in dieser Emotion zu verhaben, ja, also mal das Beste draus. Und das ist ja tatsächlich so, dass es eben auch viele Chancen bietet, ja. Auch wenn das viele nicht hören wollen, ja, ich kann es eigentlich auch nicht hören, diese Platitüde, aber sie ist ja irgendwo wahr. Ja, die Politik agiert so hilflos, dass dieser Aktionismus, und ich hoffe halt, dass das mehr und mehr demaskiert wird, dass mehr und mehr Leute das sehen. Das ist eins der kuriosen Dinge in diesem Jahr 2020, ist ja, dass ganz viele Leute auf einmal die Regierung, und das ist nicht nur in Deutschland so, in ganz vielen Ländern so, auf einmal voll gut finden. Hey, wow, die machen was. Und ganz viele Politiker konnten sich auf einmal profilieren, die eigentlich vorher fast schon out waren. Merkel beispielsweise, ist so populär wie seit Jahren nicht mehr. Söder, solche, kann ich sagen, Luftpumpen, ist das okay? Ist in Ordnung, ist politisch korrekt. Aber nur als Frageformuliert, ja. Weißt du, die sind auf einmal richtig stark in ihrem Element und konnten sich da in Szene setzen. Und viele Leute glauben das, aber im Grunde genommen ist doch die Politik so heillos auch. Es ist pur Aktionismus. Ihnen fällt nichts anders ein, als immer wieder Dinge zu verbieten. Das finde ich auch so unkreativ. Und nach wie vor sehen wir keine Langzeitstrategie. Wie werden wir in Zukunft sowohl mit diesem Virus als auch mit kommenden anderen umgehen? Da gibt es nichts, außer irgendwie Impfen. Es gibt keine Strategien, wurden entwickelt, warum man den ganzen Sommer Zeit gehabt hätte, wie man das mit dem Schulsystem besser machen kann. Es wurden keine Strategien entwickelt, was eigentlich wirklich am skandalösesten ist, ist, wie man denn eigentlich die ganzen Seniorenheime am besten schützt. Weil das ist ja vor allem, also vor allem in Seniorenheimen, dort ist, wo Corona wirklich ein Problem ist, diese Krankheit. Dort ist es ein Problem. Und ich meine, fast alle von uns haben heutzutage, so ist es in dieser modernen Gesellschaft, die Oma nicht mehr zu Hause ist und die ist halt in einem Pflegeheim. Das betrifft fast alle Familien hier. Da hat man noch keine Strategie entwickelt, wie man dort wirklich die Leute schützt, sowohl die, die dort halt, als, als, die dort wohnen, als auch, als auch die, die Pflegekräfte. Da ist zum Teil noch nicht mal, noch nicht mal genügend Equipment da, weißt du. Keine solchen Strategien hat man entwickelt. Alles, was einem immer einfällt, Zahlen, oh, Zahlen steigen, noch mehr Aktionismus. Was können wir noch verbieten, was machen wir noch? Machen wir halt jetzt Ausgangssperre nachts, weißt du das? Und das hat sich schon längst, wahrscheinlich schon von Anfang an, aus meiner Sicht von Anfang an. Aber spätestens jetzt müsste eigentlich immer mehr Menschen auffallen, wie sehr sich diese Maßnahmen verabschiedet haben, eigentlich von jeglicher wissenschaftlichen Begründung, weißt du. Es gibt keinerlei Begründung dafür, für diese ganzen Geschichten. Hier, hat nicht einer von euch vorher noch das Bild gepostet, kann man das vielleicht mal einblenden, von der Bild-Zeitung, wann war es im September, wo der Spahn gesagt hat, dass es ein Fehler war mit dem Lockdown. Wir wissen von heute, würde man keine Lockdown haben. Kannst du mal einblenden, dann kann man so sehen, was da raussteht. Ich habe es jetzt nicht parat, das müsste ich jetzt erst raussuchen. Hatten wir das nicht vorhin erst hier? Ja, ich habe es im Chat gepostet, Herr Stein. Also, ich lese mal vor. Das gehört auch zu unserer Sendung dazu, weißt du, wir posten dazu. Einen Moment, das war vielleicht in der Zeit, als ich festgestellt habe, dass mein Kopfhörer, den ich neu gekauft habe, nicht funktioniert. Und es war 30 Sekunden, bevor wir live gegangen sind. Mein Puls war die ersten drei Minuten. Keine Formel von dich, Robert. Du bist der Kapitän im Cockpit, da kommt halt nicht jedes Zettelchen an. Das sollte aber. Das ist eine Sendung dazu, so diese Dinge, das passt schon. Wie war das da mit der Bildschlagzeit? Vielleicht können wir es auch noch vorlesen. Frank, weißt du es noch? Der Spahn hat da was gesagt. Genau, jetzt ist die Frage, ob es Robert noch einblenden will oder nicht. Nein, okay, also. Zitat Spahn. Man würde mit dem Wissen heute keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht nochmal passieren. Vom 1. September, oder? Wann hat er das gesagt? Genau, am 1. September war das. Und jetzt erklärt mir mal einer bitte, was seit 1. September jetzt an wissenschaftlichen Daten, an neuen Erkenntnissen gekommen ist, dass du die Aussage, die du am 1. September getroffen hast, jetzt auf einmal komplett revidierst. Ich meine, was ist dazugekommen? Gar nichts. Gar nichts, ja. Die Wissenschaft steht auch völlig nackt da. Und es ist wirklich wie so ein kleines Kind, sehen wir es. Wie in diesem Märchen von der Kaisers, Kaisers neue Kleider. Wir sind wie die kleinen Kinder. Wir schauen da hin und sagen, hey, der hat ja gar keine Klamotten an. Ja, es geht doch darum, jetzt demnächst die Impfbereitschaft möglichst hoch zu schrauben. Oder? Das steht doch jetzt als nächstes auf der Agenda. Das steht an, ja. Ja, und da macht sich doch so ein Lockdown super, weil der dient ja schon mal als Begründung fürs Impfen. Dann brauchst du jetzt keine Begründung für den Lockdown. Das ist ja selbst quasi die Begründung für ein höheres Ziel. Aber Impfen ist eins der großen Themen im Moment. Und da bin ich über was Interessantes gestolpert. Unter der Überschrift Medizinforschung ignoriert Afrika. Und das fand ich mal ganz interessant, weil es nämlich so ist. In England wird ja jetzt fleißig losgeimpft. Die Glücksspritzen, wie sie getauft werden, werden fleißig verteilt mit nur ganz wenigen Nebenwirkungen. Aber egal, zurück zu Afrika. Ja, dort ist man quasi noch ganz in den Kinderschuhen, was diese Forschung da betrifft. Weil es nämlich so ist, dass in Afrika ein großer Genpool vorherrscht. Also so musste ich das jetzt hier lesen. Ja, also da gibt es offensichtlich einen größeren Genpool. Ich will jetzt das Wort Rassen ja gar nicht in den Mund nehmen. Ja, also verschiedene Gene in Afrika, die im Prinzip bewirken, dass man da nicht einfach diesen Impfstoff, der in Europa benutzt wird, impfen kann. Das hätte nämlich, Zitat, fatale Nebenwirkungen. Also kleinste genetische Unterschiede haben fatale Auswirkungen zur Folge. Hm, okay. Ich habe das vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt frage ich mich natürlich, gehen jetzt eigentlich die Briten davon aus, dass, also Stichwort Globalisierung und so, also es kommt mir jetzt irgendwie so ein bisschen komisch vor, diese Erklärung für Afrika. Ja, wenn man doch weiß, dass es, dass der, dass es in Europa auch diesen Genpool gibt. Also auch den aus Afrika, den gibt es in Europa. Hat man in Europa jetzt eigentlich verschiedene Impfstoffe für verschiedene Gene? Darf man das überhaupt thematisieren? Ach, ich bin völlig überfordert. Man muss es ansprechen. Das ist auch super wichtig. Und weil das ist echte Wissenschaft halt. Wir müssen gucken und stellen fest, hey, die Menschen sind nicht alle gleich. Und es geht auch um die Verträglichkeit von Medikamenten. Es gibt unterschiedliche Blutgruppen, die haben offensichtlich, das hatten wir in diesem Jahr auch schon, unterschiedliche Verträglichkeiten. Natürlich ist es beim Impfen auch so. Also das ist super wichtig, das in unser Bewusstsein zu bekommen. Die Menschen sind vielfältig. Und das heißt nicht, dass man dann Angst hat, was war so eine Erkenntnis, weil einem das zu irgendwelchen komischen Rassismus-Theorien aus dem 19. Jahrhundert führen würde. Nein. Also einfach zu erkennen, Menschlichkeit ist vielfältig, Genetik ist vielfältig. Und das ist, was Heilkünstler auch schon immer gesehen haben. Das ist ja gerade die Kunst eines Heilkünstlers, also eines Heilers ist es ja, zu erkennen, der Patient, was braucht der? Während unsere Schulmedizin und das Impfen basiert er komplett darauf. Und auf dieser, ja, fast schon auf dieser ideologischen, auf diesen Dogma ruht, die Menschen sind alle gleich. Jeder kriegt die gleiche Dosis und kriegt den gleichen Impfstoff. Aber die Menschen sind verschieden. Und das ist auch gut so. Das ist was, was eben diese Vielfalt ausmacht von der Natur. Die Natur möchte Vielfalt, aber irgendwie diese Leute in ihrem komischen Weltbild, die wollen halt irgendwie Gleichschaltung und so. Und das ist super wichtig, dass das im Bereich Gesundheit, Medizin rauskommt. Und hier, Frank, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Meldung oder Studie, es kam von Ärzten, das sind eben dann wiederum Praktiker, also die halt das merken. Hey, manche von den Dingen, die du den Leuten gibst, vertragen die gar nicht so richtig. Da musst du gucken, warum verträgt er das nicht und an solchen Dingen forschen. Das ist super wichtig. Und das ist wieder eine von diesen Chancen, finde ich, im Corona, dass wirklich dort mal so ein Bewusstseinswandel stattfindet, was diese Grunddogmen von Medizin, von Gesundheit, von letztens Fragen von Biologie und Ethik, nicht Ethik, sondern Philosophie auch, Weltanschauung, dass man da halt feststellt, wow, der Mensch ist vielfältig. Und dementsprechend muss auch Heilkunst vielfältig sein oder diesen Raum halt haben. Und zu glauben, eine Dosis, same for everyone, Vorsicht. Ja, also man muss ja dazu sagen, normalerweise ist ja Afrika ein beliebtes Testfeld für Impfstoffe. Nur diesmal scheint es halt tatsächlich schnell gehen zu müssen. Und Afrika scheint da nicht die Zielgruppe zu sein, um das mal auf den Punkt zu bringen. Kann sich jeder sein Teil dabei denken. Was wäre, wenn alles nach einem ganz anderen Plan läuft? Ich mache jetzt gleich einen, ich schmeiße mal einen rein hier, sagt das Dona immer so. Ich muss mal einen reinschmeißen hier so. Was ist, wenn auch diese ganze Lockdown-Geschichte hier jetzt alles nur vordergründig ist und Wellenbrecher-Event und sonst und was und in Wirklichkeit eine ganz andere Nummer jetzt hier vorbereitet wird? Und ich will jetzt gar nicht auf Q angehen und jetzt wird hier Martial Law ausgerufen oder so, sondern wirklich irgendwas ganz anderes. Wäre das vielleicht ein mögliches Szenario, was auf uns zukommt? Weil es ergibt für mich und für uns alle und wie wir uns seit Monaten darüber in den Kopf zerbrechen, alles einfach keinen Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ja, als Intro sozusagen von diesem Gedanken, wenn du den nicht gleich abschneidest, was ist, wenn das eine ganz höhere Ebene hat, die wir ja auch noch gar nicht aufgemacht haben? Ach, das, Robert, wir wissen doch, dass es immer noch eine höhere Ebene gibt, egal auf welcher Ebene du dich bewegst. Für mich ergibt das alles Sinn. Den kann ich aber irgendwie gar nicht in rationale Worte fassen, weil da irgendwie noch viel, ja. Also bevor wir jetzt ein höheres Fernabdriften, glaube ich, sollten wir vielleicht mal nochmal zurückkommen. Aber ich fühle eher so den höheren Sinn, ja. Für mich ist das ein höherer Sinn, ja. Ob da irgendwelche Dunkelmächte im Hintergrund gegen lichte Kräfte kämpfen und das jetzt hier der Endkampf ist oder so, mag sein, wie man das definiert. Aber darauf wollte ich doch gar nicht hinaus. Ich weiß, worauf du hinaus wolltest, Robert. Du wolltest darauf hinaus, dass es höhere Mächte gibt, die eben den ganz anderen Plan verfolgen. Schon klar. Haben wir ja oft genug debattiert. Und das war es jetzt dann? Dann mit meinem Gedanken? Daran hat sich bis jetzt nicht viel geändert. Wir können immer noch, wir haben, ja. Oder hast du was Neues? Hast du neue Informationen? Nein, ich wollte mit... Und euch, als die mir beiden anvertrauten Therapeuten, wollte ich diesen Gedanken mal ein bisschen in den Raum schmeißen und entwickeln, dass wir hier immer nur an der Oberfläche kratzen und in Wirklichkeit etwas ganz anderes passiert. Also wie bei der Magier einfach, ja. Hier ist der Trick, alles guckt auf Corona, die ganze Welt verfällt in Schockstarre und im Hintergrund wird einfach eine ganz andere Nummer ausgepackt, von der wir oberflächlich rein gar nichts mitkriegen. Und ich habe jetzt auch gar keine Antwort auf das Ganze, sondern ich wollte das einfach nur mal so als These anklingen lassen, dass wir, solange wir hier quatschen und die Daten analysieren und versuchen uns an Reim zu machen, was der jetzt macht und was da jetzt passiert und welche Reaktionen und Aktionen es auf der ganzen Welt gibt, dass wir vielleicht alle wirklich im blauen Dunst herumstochern und auf einer ganz anderen Ebene hier Dinge passieren. Weil, auch wenn wir jetzt schon so lange drin sind, so manchmal poppt dieser Gedanke in mir immer wieder auf, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit so ist, dass der gesamte Planet von dem gleichen Phänomen in Beschlag genommen wird. Ich meine, wir sind ja nicht die ganze Zeit auf dem ganzen Planet unterwegs und ich schaue auch nicht jeden Tag nach, was in Lima oder in Kambodscha stattfindet, sondern alles, worüber wir sprechen, ist jetzt gerade in der gleichen Version, millionenfach auf der ganzen Welt, dass Leute zusammensitzen und sich Gedanken machen, what the fuck is going on here, weißt du so. Und dieser große Gedanke, dass da wirklich jetzt zum ersten Mal so etwas Globales stattfindet, das war jetzt einfach mein Impuls, darüber nochmal ein bisschen nachzudenken. Einen philosophischen Austausch anzustreben, das war alles. Robert, das mache ich die ganze Zeit. Das ist ja was, also wenn ich die Metaperspektive versuche einzunehmen, so aus dem, was ich sehe, sehe ich halt diesen tiefen, weltanschaulichen Konflikt. Und das ist eine Metaperspektive, das ist die hohe Perspektive. Und der zieht sich schon lange zurück. Wir haben eine falsche Wissenschaft, wir haben ein materialistisches Weltbild. Und das leitet uns in völlig, lässt uns völlig falsche Schlüsse zu. Was meinst du mit Konflikt, weil du gerade gesagt hast, das ist der große Konflikt. Der große Konflikt, den wir erleben, jetzt auch diese Spaltung, beispielsweise auch eben am Umgang mit Corona, das ist ein weltanschaulicher Konflikt. Das ist ein wissenschaftlicher Konflikt, weißt du. Aus meiner Sicht ist es so, wir haben ein faustisches Zeitalter. Die Leute glauben zu wissen, die Wissenschaft glaubt zu wissen, wie die Welt funktioniert. Das geht zurück bis auf ein mechanistisches Weltbild, was auch zum Beispiel die Freimaurer lernen, weißt du, dass also alles eine Ursache und Wirkung hat, so eine einseitige Kausalität. Weißt du, wieso, du ziehst so einen Automaten auf und wenn du das einmal dann loslässt, dann entfaltet sich ein Programm. Das ist die Weltsicht der Logen, die letzten Endes dann zum Dogma wurde, der Weltsicht unserer modernen westlichen Wissenschaft. Und dieses Weltbild ist falsch. Es ist nicht eine einseitige Kausalitätskette, sondern es ist eine beseelte Welt, beseelte Lebewesen, beseelte Menschen, die interagieren. Und es gibt natürlich die eine Richtung, aber es gibt eben auch die andere Richtung. Und weil das ist so ein ganz grundsätzliches Missverständnis, was schon über Jahrhunderte geht, was in seinen harten Ausprägungen, dann sowas wie Darwinismus bis hin zu Eugenik, Transhumanismus läuft, dass sich sozusagen der Mensch da noch drüber hinweg setzt und sagt, die Schöpfung ist nicht gut. Wir machen das besser. Ich mache den Menschen besser. Ich mache das Leben besser. Wenn du jetzt religiös denken würdest, könnte man sagen, das ist ein satanisches Prinzip. Weißt du, die Schöpfung Gottes reicht nicht, die ist nicht gut genug und wir machen es besser. Das ist, weil ich Humanist bin, benutze ich eher den Begriff, das ist halt faustisch. Das ist so ein Ego-Trip. Das ist ein Wahn. Diese Idee, man könnte hier diese Welt besser machen, man versteht sie noch nicht mal. Und ich finde, das kommt jetzt auch voll raus und alles, was ich sehe, ist Politik, die heillos agiert. Und ganz aktuell, finde ich, kann man das wunderbar sehen. Hier dieser Lockdown, der folgt ja der Forderung der Leopoldina. Die Leopoldina, das ist sowas wie die Nationalakademie der Wissenschaften. Das ist die Elite der Wissenschaften. Das ist das, was in England Royal Academy ist. Das ist bei uns in Deutschland Leopoldina. Wir hatten hier auch schon mal drüber gesprochen. Da sind Leute, weißt du, Spitzenwissenschaftler aus verschiedensten Branchen. Und alle von denen sind aber schon in diesem Wissenschaftsprinzip ganz oben. Die sind Top-Professoren oder haben Institute und so weiter. Und die haben jetzt eine Ad-Hoc-Erklärung rausgebracht, in der sie fordern, dass eben hier dieser große Lockdown jetzt kommen muss über Weihnachten. In der Hoffnung, dass wir damit das Virus stoppen, die Ausbreitung des Virus. Und ich meine, zu dieser Ad-Hoc-Erklärung der Leopoldina kam jetzt in der Welt, hier in der Welt online, kam ein Artikel raus. Und der ist eigentlich hinter einer Paywall, aber dank einer lieben Zuschauerin unserer kleinen Familiensendung. Dankeschön. Die hatten online so ein Weltplus-Abo und hat mir den Text zukommen lassen, sodass ich darauf zurückgreifen kann. Und das ist wirklich eine richtig fundierte Kritik. Das ist genau das, was ich auch schon die ganze Zeit sage. Auf drei Seiten in der Welt wird das gezeigt. Das ist keine Wissenschaft. Das ist einfach nicht wahr. Man gibt vor, man würde etwas wissen. Aber nichts von diesen Dingen ist irgendwie belegt mit irgendwelchen Studien. Und das ist auch so cool, weil ich sage, wenn ich so viel rede, aber ich möchte es da zusammenfassen, weil das ist echt, finde ich, für mich ein fundamentales Thema. Die Merkel hat bei ihrer Rede da vor ein paar Tagen im Parlament, hat sie eingangs so erklärt, warum sie Physikerin geworden ist. Weil so viele Leute sagen ja auch, ja, wir haben endlich eine gute Kanzlerin, weißt du, die ist Wissenschaftlerin, die ist rational und so, die ist Physikerin geworden. Und sie hat so gesagt, sie hat gelernt in der DDR, wo man eben nicht unbedingt überall frei denken konnte, sie hat sich auf die Dinge konzentriert, die unwiderlegbar sind. Ja, hier sowas wie Gravitationstheorie, wobei halt einfach, dass halt ein Apfel runterfällt, dass sowas gibt wie eine Anziehungskraft. Oder eher IM-Name, das ist auch unwiderlegbar, das ist auch unwiderlegbar, zum Beispiel. Also das hat sie so gesagt zu einleiten. Und sie sagt es so, um sozusagen dieser ganzen Argumentation Vorschub zu leisten, wir folgen der Wissenschaft, wir folgen der Vernunft. Aber die, also so fängt sie an. Aber diese Ad-Hoc-Erklärung ist keine Wissenschaft. Das kommt auf fünf, sechs Seiten Text, ist letztens nur ein Ausdruck von Autorität. Hey, wir, die Professoren, wir fordern jetzt das. Es ist aber keinerlei Wissenschaft da. Da kommen dann zwei Grafiken, die da gezeigt werden, die dann Deutsche mit Irland vergleichen, wo man sich denkt, hey, in allen anderen Debatten, wenn es darum geht, um Klima so, dann wird dir das um die Ohren gehauen. Und nein, du kannst da nicht so hier zwei Grafiken vergleichen, da gar nicht eine Kausalität ziehen. Bloß weil in Irland der Verlauf so ist, heißt nicht, dass es in Deutschland so ist. Das ist keine Wissenschaft, was die bieten. Und das kommt von der Leopoldina. Und letzten Endes, und so sagt sie auch, dieser Artikel in der Welt, und das finde ich schon erstaunlich, weil es ist mir Springer, eines der größten Medien hier in Deutschland. Letztens kritisiert er, der dort auch, dass es ja eigentlich so ist, dass diese Leute es nicht wissen. Und dass man doch einfach mal sagen könnte, dann würde einem kein Zacken aus der Krone brechen. Wenn du nicht auf deinem Ego-Wahntrip bist, würde dir kein Zacken aus der Krone brechen, wenn die Wissenschaft sagen würde, hey, Leute, so genau wissen wir das nicht mit den Viren. Wir forschen super viel dran, aber wir wissen es halt nicht genau. Da würde kein Zacken aus der Krone brechen. Auch der Politik würde da kein Zacken aus der Krone brechen. Aber das ist genau das, dieser Ausdruck, diese Überheblichkeit. Wir glauben zu wissen, und deswegen kommt der Aktionismus, weil wir glauben, wir könnten auch irgendwie hier das Leben bestimmen und da Einfluss nehmen auf diese Dinge. Und das ist so das große Thema dieser Zeit. Deswegen, ich sehe nicht so einen großen Plan dahinter. Ich sehe diese Ignoranz, dieses falsche Weltbild, dieses Missverstehen. Und was an sich noch okay ist, weil du kannst nie alles wissen, aber diese Leute glauben zu wissen, verstehst du, das ist das große Problem. Die Leute, die nichts wissen, aber glauben zu wissen. Und daraus dann irgendwelche Aktionen starten. Und das ist für mich das große Thema 2020. Und für mich ist es schon die ganze Weile so, hey, die stehen nackt da. Warum sagen sie es nicht einfach mal? Hey, wir wissen es nicht. Und dann können wir mal ganz anders rangehen. Und das ist das Problem. Und das finde ich ganz stark, dass das hier in Welt so ein fundierter Artikel, der da lange geht, ist ein langer Artikel, der das ganz klar aufzeigt, was wir eigentlich für eine falsche Wissenschaft auch haben. Welche Unwissenschaftlichkeit. Und der warnt auch davor, das wird der Wissenschaft auf Dauer noch viel, viel mehr Glaubwürdigkeit kosten. Wenn sie sich einfach nur auf irgendeine Autorität bezieht, ja, wir, die Professoren. Aber letztendlich ist einfach gar nichts dahinter. Und ja, das ist für mich das Metathema. Erstaunlich, dass sowas in der Welt steht, ne? Ja, ja, erstaunlich, ja. Deswegen habe ich dem so viel Zeit jetzt gewidmet. Ich wollte auch noch den Namen wenigstens erwähnen. Ja, genau, wenn er dann bald keinen Job mehr hat, dann dieser Autor, dann... Jörg Friedrich hat den Artikel. Herr Jörg Friedrich, sollten Sie aufgrund dieses Artikels plötzlich... Ich höre meine Stimme. Irgendwer hat ein Stream noch laufen, ja? Nicht? Irgendwas ist gerade anders. Das haben wir ausgemacht. Egal. Ja, genau, wir können ja eben ein Angebot machen, falls so weit der Welt rausliegt. Aber wir haben ja nicht so viel Print. Vielleicht in unserer Comic-Abteilung als Texter. Zum Beispiel, ja. Ja, ein neues Comic ist übrigens schon in der Pipeline. Habe auf Telegram schon ein allererstes Bild gepostet. Apropos Telegram, bin ich gut zu verstehen. Yes, yes. Diese Live-Geschichte ist leicht verwirrend. Ja, also ich habe mich entschieden, unseren Content jetzt auch auf Telegram verfügbar zu machen. Denn es ist einfach so, durch YouTube, die verlorene Reichweite über unseren Hauptkanal, die muss irgendwie kompensiert werden. Und wir haben diese Woche, wir haben es ja schon mal letzte, nee, vor zwei Wochen mit Tacheles gemacht. Da hatten wir ja schon mal so ein kleines Experiment gemacht, weil wir mal wissen wollten, wie viele Leute kommen denn auch wirklich auf unsere Webseite? Wie vielen ist es das wert, ja auf unsere Webseite zu gehen und Tacheles zu gucken? Und wir haben es am Freitag tatsächlich gemacht. Wir haben Tacheles über YouTube zwar, aber eben nicht veröffentlicht auf YouTube, nur auf unserer Webseite eingebunden und haben kräftig Werbung dafür gemacht, mit einem Teaser auf Telegram, auf YouTube. Thomas hat es beworben. Und wir haben, sage und schreibe, 2000 Zuschauer damit erreicht, über unsere Webseite. Statt wie viel sonst? Ja, wie viel hattet ihr denn sonst, Robert? Du verfolgst doch... Zwischen 40.000 und 60.000 ungefähr. Ja, ja. Also das ist schon nur mal Reichweitenverlust. Über Telegram werden es auch noch ein paar gesehen haben, aber das wird das jetzt auch noch nicht kompensiert haben. Nur mal so, könnte vielleicht den einen oder anderen Zuschauer interessieren, warum das eben nicht so einfach ist, einfach mal die Plattform zu wechseln, weil es wäre völlig egal, wo wir unsere Videos hochladen, um die dann auf unserer Webseite verfügbar zu machen. Man kann es nicht mit YouTube vergleichen. Und es wird irgendwann eine Alternative geben, da bin ich ganz davon überzeugt. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Das wollte ich noch mal noch loswerden. Und was ich auch noch loswerden wollte, weil wir ja schon über Impfstoffe gesprochen haben, wir haben Zuschauernpost bekommen, denn wir haben in der letzten Sendung, ja, ich will jetzt nicht sagen Blödsinn erzählt, aber die... Gezeigt, dass wir es suchen. Aber das haben wir uns auch gewusst. Wir haben ja gesagt, wir wissen es nicht, wir sind keine Pharmakologen, aber es kam uns ein bisschen komisch vor, diese Geschichte, dass da Pulver angeliefert wurde. Genau. Also, ich lese mal vor, Zuschauerpost. Ich bin an der Stelle, wo ihr über den Impfstoff in Pulverform redet. Ihr reagiert darauf mit Überraschung. Deswegen hier eine kleine Erklärung dazu. Ich bin pharmazeutische technische Assistentin und habe daher ein gewisses Grundwissen dazu. Tatsächlich ist die Darreichungsform Trockensubstanz zur Herstellung einer Injektionslösung recht gängig. Haltbarkeit und Transport wird dadurch erleichtert und findet sich häufig bei Medikamenten, die für Arztpraxen oder Krankenhäuser in größeren Mengen benötigt werden. Impfstoffe gehören hier genauso wie Immunsuppressiva und Krebstherapeutika zum Standard. Ja, da wird dann im Prinzip auch noch auf einen Artikel verwiesen, dass eben BioNTech für diesen Covid-19-Impfstoff ja, weil der eben so kühl gelagert werden muss, eben diese Pulverform anstrebt. Also scheint offensichtlich doch recht gängig zu sein. Habe ich nicht gewusst. Und auch viele andere, für die war das völlig neu. Sogar so neu, dass man es sich eigentlich gar nicht hätte vorstellen können. Aber offensichtlich ist es gang und gäbe. Also hier die Richtigstellung dazu. Ich danke für den Kommentar. Es ist gut, wenn man was dazulernen. Mir ist aber auch im Nachhinein noch ein Gedanke gekommen, ich meine aber auch irgendwo gelesen zu haben, dass sich so ein Ampullenhersteller, der diese kleinen Glasampullen macht, was nicht Zeiss sogar, weil auch das ist, du brauchst ein bisschen gute Fähigkeiten, dass die genau richtig sind. Ich habe gehört, dass dieser Pullenempfänger auch beruhigt hat, hey, wir können super viele Millionen produzieren. Also es scheint schon, dass der Impfstoff meistens eigentlich in so einem Ampuller auch dann geliefert zu werden, sonst wäre das ja kein Thema. Aber ja, vielleicht gibt es ja eben mehrere Möglichkeiten und wir reden ja von Milliarden von Impfungen. Ja, in dem Beitrag war es ja so, als dieser Techniker von diesem, also diesen Ausschnitt, den wir gezeigt haben, ich weiß gar nicht mehr, welche Einheit das war, was er aufgebaut hat, war das THW oder Bundeswehr oder wer auch immer, derjenige, der das erklärt hat, hat dann erzählt und das wird dann mit Wasser angemischt. Und in dem Moment hat der Cutter, der den Beitrag geschnitten hat, ein Bild rausgesucht, wo der Kameramann das alte Chemiewaschbecken gezeigt hat. Wie damals auf dem Gymnasium, so typische Waschähne und das sah alles ein bisschen grintig aus. Und das dann so, die Verbindung, okay, der Impfstoff, der superwichtige, wird in diesem alten Ding hergestellt und das fühlt sich wie gepanscht an. Ja, das war vielleicht etwas, was da so missverständlich war. Aber ja, mir ist das auch neu und ich lerne jeden Tag dazu. Ein Grund mehr, um zu sagen, ohne mich diese Impfung, bitte. Und ich habe... Ich muss auch dazu sagen, es war auch falsch, was er gesagt hat. Das wird auch nicht mit sonst was für einem Wasser angeliefert, sondern das Pulver, das ist so klein, also die Körnchengröße, die ist so klein, die passt locker durch die Nadelspritze durch. Die wird dann quasi durch dieses Wupp, also durch diese Spritze, wird die auf Hochgeschwindigkeit in deinen Arm reingeschossen und verbringt, wie wurde es formuliert, irgendwie 0,3 Mikrometer unter der Epidermis dann seine volle Wirkung zum... Bist du dir da sicher, Frank? Ich habe so das Gefühl, wir reden uns jetzt schon wieder so im Kopfkragen. Den Gedanken kann ich auch nicht aufpassen. Du meinst, man tut das Pulver in so eine Spritze und spritzt dann los, ohne Flüssigkeit da drin, ich weiß nicht, das kann ich mir irgendwie auch nicht so recht vorstellen, aber hm, lass schließen wir dieses Thema. Oh, es wird bald viele Menschen geben, die von ihrer eigenen Info erzählen können. So flüssig. Ja, das sind so Dinge, die müssen wir jetzt lernen dieses Jahr. Nee, müssen wir nicht, also... Also vorhin ging auch erst bei Telegram ein Bild rum oder ein kurzer Schnipsel, das habe ich sogar dreimal gesehen, wo ich glaube, ein RTL-Sprecher irgendwas erzählt hat und im Hintergrund sah man ein Bild von einer U-Bahn-Station, wo drei schwerbewaffnete Bundespolizisten mit Maschinenpistole dran standen und der Text, der da so mitschwang, war dann eben, ja, so nach Motto, und die Polizei ist bereit, darauf zu agieren, wenn Störungen kommen. Und ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob das da jetzt eine Demo war, also weil sich alle Leute so aufgeregt haben, so nach Motto, wenn man jetzt auf die Straße geht und demonstriert, dann stehen die Polizisten mit Maschinenpistole da, so nach dem Motto, ja, aber egal, das wird unsere, unser Chat-Gericht wird uns das gleich nachreichen, wahrscheinlich. Ja, ein Ding, was ich reinschmeißen möchte, weil ich es eigentlich jedes Mal reinschmeiße, das Intensivregister, das halte ich wirklich für wichtige Daten, weil auch, ja, ich meine, die Dinge haben, also ich glaube auch schon, dass viele Leute diese Krankheit Corona ernster nehmen als vor zwei, drei Monaten und dieses Intensivregister, finde ich, ist ein ganz wichtiger Spiegel für jeden von uns in jedem Bundesland, kannst du gucken, wie ist denn die Lage jetzt wirklich und da, wenn ich auch wieder schaue, aktuell, es ist kein einziges Bundesland, wo man auch nur annähernd an der Reserve ist, also man musste, an die vorhergesehene Reserve musste man noch nicht einmal kommen, ganz zu schweigen von weiteren Kapazitäten, die man im Laufe von ein paar Tagen irgendwie aufbauen könnte, das heißt, es ist nach wie vor nichts, was jetzt also aus den, direkt aus den Kliniken kommt, was alarmierend ist. Aber Frank, hast du denn noch immer nichts gelernt? Ich habe denen auch erzählt, die müssen da dem Massensterben zuschauen, aber wenn ich mir angucke, intensivregister in keinem einzigen Bundesland, ist man auch nur an der Grenze und hey, die Grenze wird man bestimmt ab und an mal erreichen, das scheint normal zu sein und vielleicht ist es auch jetzt schon so, dass das eine Krankenhaus schon voll ist, da musst du ein bisschen umdisponieren, aber ganz ehrlich, das ist, glaube ich, normaler Krankenhausalltag. Ich habe früher im Rettungsdienst gearbeitet, auch da gab es Phasen, wo halt, wenn du einen Rettungswagen gebraucht hast, keiner da ist, weil die halt alle gerade unterwegs sind, das ist nun mal so. Manchmal kommt man eben in diesen Grenzbereich rein. Mr. Stoner, das ist doch alles, weil die Maßnahmen so gut greifen. Hast du denn da nichts dazugelernt seit April? Nur, weil wir alle so vernünftig sind. Schön, welche denn? Das ist auch so ein Ding, weißt du, würde man gesagt, die Maßnahmen, hey, dann zeig mir doch mal auf der Grafik, weißt du, diese ganzen Kurvenverläufe so, was ich erkenne an diesen Verläufen, wie sich das Virus ausbreitet, sind Kurven. Okay, das scheint mir natürlich zu sein. Zeig mir doch mal irgendwo, wo, welche Maßnahme hat an dem und dem Tag haben wir die gemacht, hier, Hart-Lockdown und dann passiert das und das ist echt, ich sehe das so auch nicht. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Diese Effekte, die du beschrieben hast, dass das runtergeht, das war vor dem Lockdown schon im April zum Beispiel und genauso wird es in der Nachschau dann für jetzt sein und das meine ich mit, das Ganze ist ein Kult, weil alle Dinge, die diesem Kult widersprechen, kommen in die Betrachtung gar nicht rein. Dass dieses fehlende Infektionsgeschehen bei der Black Lives Matters Demo oder Querdenken 1 und 2, also sprich Anfang, Ende August und auch alle anderen Großdemos, die in der Zwischenzeit abgehalten wurden, nichts verändert hat. Das wird nicht aufgenommen in diesem selbstreferentiellen Kult. All diejenigen, die sich in diesen Kult hineingesetzt haben, die schirmen sich unterbewusst, bewusst oder warum auch immer ab von diesen Informationen. Das wird nicht aufgenommen. Das wird nicht verarbeitet. Genau wie ich das... Jetzt soll es doch einen von den Corona-Querdenker-Demo-Organisatoren soll es doch jetzt erwischt haben. Der soll im Krankenhaus liegen, intubiert sein, wie mit Häme manchmal auch berichtet wird. Frank, du hast es recherchiert. Was ist da eigentlich an der Geschichte? Ja, also die geht ja jetzt schon zwei, drei Tage durch die Lande. T-Online war, glaube ich, der Urheber dieser Nachricht. Die hat sich dann immer ein bisschen transformiert und jetzt ein dramatisches Ende gefunden. Also T-Online berichtete, wann war das nochmal? Ach, irgendwann unter der Überschrift. Ich zitiere mal einen Fokus, der hat es nämlich dann abgeschrieben. Querdenker-Organisator musste nach Demo auf der Intensivstation beatmet werden. Ja, dann heißt es nach einer Querdenken-Demo in Leipzig vom 7. November, wir erinnern uns, musste einer der Organisatoren der Demo auf der Intensivstation beatmet werden. Ja, mehr steht dann halt hier nicht. Doch, hier steht noch einer der bekannten Querdenker, der in Leipzig, also das ist dann dasselbe, nochmal ein drittes Mal anders formuliert. Quelle der Nachricht ist der Herr Christoph Josten, der Direktor der Leipziger Uniklinik, der hat es dann eben so gesagt. Man hat es dann auch so publiziert, hat sich nach Publikation dann sogar noch bei den eigentlichen Organisatoren noch erkundigt, ob es denn überhaupt stimmt. Ich habe mich auch bei denen erkundigt, weil ich weiß ja, wer die Leipziger Organisatoren sind und da die ja hier auch schon mal Gast im Homeoffice waren, habe ich natürlich diese, war ich erst mal total erschrocken, als es da hieß, der Querdenken-Organisator von Leipzig auf Intensivstation intubiert, was? habe ich angerufen, dem geht es gut, der weiß im Übrigen nicht, wer da gemeint gewesen sein sollte. Mittlerweile ist es bekannt, man hat nun recherchiert, und zwar ist es ein AfD-Stadtrat in Böhlen gewesen, der jetzt auch daran verstorben ist, der AfD-Politiker Harald Hänisch. So, soweit die Fakten. Interessant ist für mich jetzt, warum wirklich die komplette deutsche Mainstream-Presse den zum Organisator der Querdenken-Demo macht. Weil, und das ist meine Vermutung, es sich in der Schlagzeile natürlich wunderbar macht, weil die ganze Republik dann mit Häme reagieren kann. Ja, da hat er einen richtigen Erricht, so nach dem Motto, weißt du? Aber hat er irgendwas mit Querdenken zu tun? War er überhaupt auf der Demo oder hat er da gesprochen? Er war wohl auf der Demo in Leipzig, was ja jetzt für den Stadtrat in Böhlen jetzt auch nicht, für den AfD-Stadtrat in Böhlen jetzt auch nicht so überraschend ist. Da waren ja immerhin 45.000 Menschen auf der Demo. Der war schon dort, wurde wahrscheinlich auch in der Däder Bühne gesichtet oder was weiß ich. vielleicht hat er auch mit einem Organisator geredet. Keine Ahnung. Ja, aber man hat sich medial überhaupt nicht rückversichert. Ja, also der Veranstalter hat mir auch versichert, die Massenmedien haben sich bei dem, bevor das die Runde machte, nicht gemeldet, um das bestätigt zu bekommen. Ja, es hat für die Schlagzeilen gereicht. Also ganz ehrlich, da lehne ich mich aus dem Fenster und sage, das ist Fake News. Und zwar bewusste Fake News, weil sie es in der Schlagzeile eben wunderbar macht. Da hat die Dokumentationsabteilung wieder gepennt. Ich meine, wenn ich das richtig verstehe, Frank, korrigiere mich, aber wenn ich es richtig verstehe, da ist einfach der Arzt ruft irgendwo beim Medienportal an und steckt denen die Info. Das sagt natürlich keinen Namen, weil ärztliche Schweigepflicht, aber da kommt schon das Label her. Das ist halt hier Corona-Leugner oder sowas. Aber ich meine, null nachgeprüft, null nachrecherchiert. Aber erstmal raus. Man muss auch dazu sagen, dass das jetzt irgendwas mit Covid oder so zu tun hat, das ist jetzt gar nicht belegt. Das ist jetzt Vermutung. Selbst damit wurde doch gleich geschrieben. Da gibt es keine Infos, was genau die Todesursache war, oder? Nö. Geht ja auch niemandem was an, ehrlich gesagt. Es ist nur eben die Schlagzeile, wie sie jetzt hier auf Fokus und Co. und bestimmt auch bespiegelt die Runde machte, ist falsch. Also mit Querdenken-Organisator hat er nichts zu tun. Überhaupt ist auch natürlich, und das ist eigentlich selbstverständlich, trotzdem sollte man es aussprechen, ist auch völlig unangebracht. Die allermeisten Menschen, schätze ich mal, die auf diese Demos gehen, ich schätze es mal. Aber ich kann auch immer nur für mich sprechen, oder auch die meisten Leute, die ich kenne, die bezweifeln nicht, dass es Krankheiten gibt. Die bezweifeln nicht, dass es ernste Krankheiten gibt. Die bezweifeln nicht, dass du dich auch anstecken kannst. Es geht darum, den Umgang mit der Krankheit, der wird von mir, von uns hier kritisiert. Der Umgang damit. Wie gehen wir mit einer Krankheit um? Es wird nicht gesagt, die sind halt blöd und glauben nicht, dass es Krankheiten gibt. Ich meine, keiner Mensch ist vor irgendwas gefeit, oder sowas. Deswegen ist auch diese ganze Häme auch einfach dumm. Nicht nur schäbig, sondern auch dumm. Aber das wird ja immer so dargestellt. Kaum kritisierst du irgendwas, dann glauben die Leute schon, du bist ein Covid-Idiot oder ein Covid-Leugner oder sowas. Hat doch gut funktioniert, dieses Framing, oder? Ja, aber es funktioniert eben auch nur für die einfachen Geister. Wie gesagt, mehr und mehr Leute, da sehe ich schon einen Unterschied zum Frühjahr, mehr und mehr Leute hinterfragen. Das, was jetzt echt passiert. Oder checken eben, wie heillos, planlos unsere Politik ist. Und ich finde, das wird jetzt noch viel deutlicher. Weil jetzt hatte man ein paar Monate Zeit, sich auf dieses Szenario vorzubereiten, man hat das Gefühl, nichts ist passiert. Hast du ja vorher gesagt, am 1. September hat der Spahn noch etwas ganz anderes vorgegeben. Die haben keinen Plan, keine Strategien wurden entfaltet, sondern einfach unheilvoller Aktionismus. Es gibt auch einen großen Unterschied. Sorry, Frank, das passt besser. Nein, bitte, 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 Robert. Die Leute hören dir viel lieber zu. Nein, ich springe gerade vom Thema weg. Ich springe nämlich weg vom Thema mit dem Gedanken. Wenn du zu dem was hast, dann gerade noch, dann sag was. Nee, nee, passt auch nachher, ganz sicher. Der Unterschied zu dem Lockdown vom Frühjahr zu jetzt, finde ich auch, ist die Jahreszeit, weil das war Ende März, Anfang April, als es losging. Damals war schon die Tag- und Nacht gleiche und jeden Tag wurde es immer mehr hell. Es wurde immer wärmer, es wurde immer mehr Licht und wir gingen zurück ins Leben. die Blumen haben ausgetrieben, weißt du, die Bäume haben ausgetrieben, die Blumen. Also überall, wo man hingekommen ist, ich bin ja jeden Tag mit den Hunden in der Natur draus, das ist jedes Frühjahr das gleiche Gefühl, das kennt auch jemand, der naturverbunden ist, dieses, das Leben-kehr-zurück-Gefühl und damit kannst du keine Panik machen, wenn sowieso alles um dich herum wächst und gedeiht und sprießt und so weiter. Jetzt ist genau die gegenteilige Situation. Es wird immer noch dunkler, kälter, nässer, bedrückter und jetzt kommt nochmal dieses nicht mal Weihnachten. Ich finde, der psychologische Aspekt von diesem Lockdown ist jetzt noch viel, viel schwerer und deswegen liegt es auch auf den Menschen viel eher drauf. Und deswegen bin ich vorhin auch auf diesen Gedanken gekommen, ob vielleicht nicht noch was ganz anderes dahinter steckt. Dass man uns Menschen irgendwie so auch mental irgendwie gerade niedermachen möchte oder deckeln möchte oder irgendwas in dieser Art, dass so etwas ganz Sinistres einfach stattfindet, das wir uns gar nicht vorstellen können. Weil das ist einfach so offensichtlich, dass hier noch mehr gemauschelt und betrogen und vertuscht wird oder nicht vertuscht, sondern so einfach in your face, ja, sagt man da so. Das ist, also noch kurz ein Hinweis auf ein fantastisches Interview, was ich gehört habe auf Rubicon. Der junge Moderator Florian von Wittersleben oder Wittleben, Wittersleben glaube ich heißt er, schlauer junger Mann, der hat den Professor Dr. Dr. Harald Wallach interviewt. Und auch dieses Interview, Dr. Professor Wallach bei Rubicon kann ich jedem nur ans Herz legen, der hat es auch in so tollen und ruhigen Worten klar gemacht, wie groß dieser wissenschaftliche Irrtum ist, der jetzt gerade stattfindet. Und das ist keiner, der auf die Panikglocke drückt oder jetzt halt rumkrakelt oder sondern in seinen einfachen, ganz schlauen Worten hat er das einfach noch bestätigt, in wissenschaftlichen Worten bestätigt, was der Gunnar Kaiser auch gesagt hat, auch wenn er eine ganz andere Richtung gegangen ist mit seinen Worten. Und deswegen, es gibt genügend Hinweise darauf, für alle vernünftigen, aufgeklärten, intelligenten Menschen das ganze Bild sehen zu können. Und doch gibt es einen Großteil, der davon wegschaut. und warum auch immer, ich stoche jetzt genauso im Dunst, warum auch immer, ich kriege jeden Tag immer mehr das Gefühl, dass es hier sich um eine ganz andere Geschichte handelt und irgendwie habe ich das Gefühl, wir laufen gerade auf einen Punkt zu in der Geschichte der Menschheit, der so unikat ist, der so neu ist, dass wir keine Worte dafür haben. Klar auch, wir wissen es ja nicht. Also ich habe das Gefühl, die nächsten ein, zwei Monate, was auch immer, jetzt so gerade um diese Wintersonnenwende rum, das könnte dann in der Rückschau in 100 Jahren vielleicht mal wirklich etwas sein, wo die Leute sagen, damals, ja, puh, wer hätte das gedacht? I'm sorry, ich weiß es nicht. Ja, ich wundere mich über dich, Robert, dass du dich das immer wieder fragst. Du hast doch das in deinem Vortrag, The Great Reset, der große Reset, alles schon auf den Punkt gebracht und zusammengetragen. Du weißt es doch schon. Nein, diesen Gedanken nicht, weißt du. Das geht noch darüber hinaus. Mir ist natürlich klar, warum diese Wirtschaftsbosse und die Multiglobalisten und all diese Transhumanisten das anstreben wollen. Das ist deren Agenda. Die wollen das jetzt, jetzt endlich die Chance. Klaus Schwab, dieser WEF-Gründer, der auch das gesagt hat in einem Statement, dass man jetzt diese Pandemie nützen muss, um die Transformation der Gesellschaft endgültig voranzubringen. Das ist die Chance und das müssen wir jetzt endlich umsetzen und so weiter. Ja, das verstehe ich schon. Aber mein Gefühl geht weit über das hinaus, dass also über deren Köpfen Dinge passieren, wo die eigentlich auch nur noch als mehr Marionetten am Schluss dableiben. Dass die Strippenzieher im Hintergrund, die ganz, ganz hohen Strippenzieher, dass die jetzt dieses ultimative Spiel spielen. Aber vielleicht geht es ja noch höher und die ganz hohen Strippenzieher stellen am Ende vielleicht fest, dass sie auch nur in einem großen Ego waren, waren zu glauben, oh, ich kontrolliere alles. Das ist die Lektion, die jetzt kommt. Das ist, was wir erleben, ist ein übersteigertes Ego. Und hey, übersteigertes Ego, auch jeder von uns Menschen kennt das. Keiner von uns ist da vorgefeilt. Ich habe das in meinem Leben schon oft erlebt, gerade in Indien. Da habe ich so manche Watschen auch bekommen vom Spirit. Weil es war echt Tage, wo ich dann so klein war mit Hut zu. Hey, das kennen wir alle mit diesem übersteigerten Ego. Wenn du in so einem psychischen Zustand bist, dass dein Ego gerade so aufgepumpt ist und es gerade dort um einen Abwehrkampf geht, da ist jegliche Vernunft, das spielt da keine Rolle mehr. Das ist egal, wie intelligent du bist. Gegenteil, da kann dir vielleicht sogar Intelligenz manchmal sogar noch schaden, weil die auch noch dazu beiträgt. Gerade wenn du dann so eine Vita hast mit so tollen Titeln und internationalen Preisen ausgezeichnet, das kann dich dann noch größer schicken auf dieses Ding. Ich täusche mich nicht, ich irre mich nicht. Das ist ein Ego-Trip. Das ist der große Wahn. Das ist auch keinerlei, es ist auch nicht, dass ich da die Message mitbringe, hey, ist alles cool. Weil dieser Ego-Trip, solche Dinge können gefährlich werden. Das ist ein extremer Ausmaß, das kann sowas annehmen. Also, das ist keineswegs hier good news. Aber, das ist, wie ich es analysiere. da kann man auch eben vielleicht dagegen halten, indem man halt immer wieder aufklärt, immer wieder so auf das zeigt, was eigentlich wirklich ist und da stellt sich die Situation dann ganz anders dar. Aber da kannst du schon hart nicht rumpeln, wenn so ein Ego crashen geht. Hey, weißt du, das ist im Tarot, zeigt mir das ja, da ist es der Turm. Der Turm, der Turm ist so ein Symbol von Macht, auf spiritueller Perspektive, zu sagen, der Turm ist ein Symbol eben des Egos. Weißt du, der Kopf, der glaubt, ich kontrolliere alles, ich bestimme, ich bin der Boss, ich habe den Joystick in der Hand. Das ist der Turm. Und diese Tarotkarte, da ist ja der Turm, da schlägt der Blitz ein, interessanterweise, und der Turm bricht auseinander. Das ist das Fallen auch von Macht, letztens von einer falschen Macht, die sich so einschließt. Aber das ist trotzdem, du rumpelst dann schon ordentlich, wenn du in dem Turm sitzt oder unten bist, dann ist das nicht ganz ungemütlich oder nicht ganz ungefährlich. Ja, ich kann nur noch mal auf Roberts Vortrag verweisen, den gibt es noch auf YouTube. Ja, The Great Reset, der große Reset, Robert Stein, einfach bei YouTube reingoogeln und zwei Stunden nur Robert lauschen. Wer es noch nicht gesehen hat, da wird das noch mal ausführlich dokumentiert. Und solange es noch zu sehen ist, denn die EU plant ja schon wieder, die Daumenschrauben noch fester anzuziehen. Denn wie muss man jetzt lesen, die EU-Kommission will zukünftig Desinformierer bestrafen. Finde ich super. Grundsätzlich finde ich total geil. Ja, da müsste man jetzt denken, super, endlich, ja. Wird mal mit diesen ganzen Medien-Desinformationen und Lügen-Propaganda aufgeräumt. Und ich sage ja immer, Hauptproblem sind die Medien. Die Politik tanzt nach der Pfeife der Medien, ist leider so. Und wenn man da jetzt die Desinformation bestrafen will, geil, oder? Sind doch alle unsere Probleme gelöst. Nur das Problem ist, und ich brauche eigentlich gar nicht weiterreden, jeder kennt das Problem, wer definiert, wer die Desinformierer sind. Und wer entscheidet dann über die Strafe? Also da sehe ich wirklich, puh, was ganz Neues auf uns zukommt. Also eine neue Leitlinie, die da geplant ist, soll soziale Netzwerke, Suchmaschinen wie Facebook, Google, Twitter und so weiter dazu ja, verdonnern sozusagen in einer in einer Art ja, wie heißt es? Ja, Ruminum, Kampf gegen diese Desinformation. Also was ich auch so krass fand, war der Punkt, dass dort ausschließlich, das steht da sogar dezidiert drin, dass sogenannte Faktenchecker gestärkt werden sollen. Und das ist so ein Ding, weißt du, das geht mir mittlerweile, steht mir das auch so bis hier. Faktenchecker, das ist nichts anderes als der Ausdruck von genau dieser Hybris, von der ich rede. Du glaubst also zu wissen, du glaubst, da gibt es endgültige Fakten? Ja, hey, Faktenchecker, oh Mann, dann geh doch mal bitteschön hier jetzt Weihnachtszeit, geh doch mal in die Kirche, mach doch doch mal den Faktenchecker. Was sagt denn da der Priester da vorne? Check doch da mal deine Fakten. Geh mal in die Moschee. Bist du Faktenchecker, bist du das an Religionen auch anlegen? Welche Anmaßungen überhaupt zu meinen, man könnte an anderen Leuten ihrer Weltsicht dort mit Fakten irgendwie checken. Der Mensch hat letztens auch ein Recht auf eine Weltsicht, selbst wenn die nicht stimmt. Der Mensch hat auch ein Recht auf was Irrationales. Hey, der Mensch hat auch ein Recht, Dinge zu glauben, wie er will. Was soll denn das, dass da auf einmal Faktenchecker kommen? Als ob es dann eine einzige spirituelle Wahrheit gibt. Da kommt dann irgendein tibetischer Lama. Ja, hey, der ist zwar in seinem Land hoch angesehener Meister, aber bei uns, sorry, hat den Faktencheck nicht bestanden müssen, der darf hier nichts veröffentlichen. Come on. Ja, es ist doch so. Also, das ist doch irgendwie, ich meine, das ist diese Hybris, wie überheblicher und anmaßender kannst du werden, wenn du meinst, oh ja, ich bin im Faktenchecker-Team. Dieser Artikel war der Grund, warum hier Alkohol steht. Wo ich das gelesen habe, wirklich, ich habe mir echt gedacht, so um Gottes Willen, also die EU und Desinformierer bestrafen dann auch noch so diese explizite Forderung nach Punishment, nach Bestrafung, dass man das unter Strafe stellen muss, wenn man was Falsches behauptet und so. Und dann, ja, alles, was gegen Covid und gegen die Wahl in Amerika verstößt, ist ja schon, jetzt hat er schon den Nimbus von Gesetz, das darf man gar nicht mehr anzweifeln, das ist so quasi Naturgesetz geworden jetzt das Ganze. Biden hat es gewonnen, Covid ist ganz schrecklich. Wer alles, was was anderes sagt, jeder, der was anderes sagt, ist ganz furchtbar schlimm. Und das wird jetzt in Papierform und in Gesetz gegossen, habe ich das Gefühl. Also das Wahrheitsministerium entfaltet sich gerade vor unseren Augen, so mit, mit großem Wobei, ganz ehrlich, bei dieser Ding, Geschichte hier, Frank, die du auch gerade gebracht hast, mit den Faktencheckern, ob das wirklich sowas vor Gericht Bestand hält, weißt du, also ob es wirklich jemand wie wir, weil wir sind ja damit gemeint, wir sind ja damit gemeint, dieses Gesetz wird gegen Leute wie uns gemacht, weil wir auf YouTube irgendwie uns halt mit ernsten Themen beschäftigen und vielleicht auch Meinungen und auch eine Weltsicht haben, die vielleicht nicht konform geht mit dem der Faktenchecke. Wir sind gemeint, weißt du, aber glaubst du, dass es wirklich vor Gericht durchgeht, wenn du irgendwann eine Strafe zahlen sollst, weil du etwas zu 9-11 gesagt hast, was nicht mit dem Wikipedia-Eintrag übereinstimmt? Ich meine, kann sowas vor Gericht Bestand halten? Das kommt auf die Gesetze drauf an und das ist ja eine neue EU-Richt. Ja, aber so ein Gesetz, also über den Gesetzen steht die Verfassung und das ist genau das, weißt du, kann die, für mich ist das nicht verfassungskonform. Ich habe auch das überspitzte Beispiel gebracht eben mit den Religionen, ganz bewusst überspitzt, weil, weißt du, du kannst sowas, du kannst nicht solche Gesetze machen. Drüber steht sowas wie Religionsfreiheit und die Religionsfreiheit beinhaltet auch, dass du eine Vielfalt von Weltsicht eine Weltanschauung haben kannst. Da brauchst du nicht kommen mit Faktencheckern und da müsste theoretisch jeder Priester, wenn er irgendwas erzählt, muss da eine Strafe zahlen dafür. Ich glaube, sowas kann vor Gericht nicht gehen. Ja, mag sein, ganz klar ist dennoch die Tendenz, die EU will Meinungsfreiheit abschaffen. Sie will eine andere Meinung, die nicht offiziell ist, unter Strafe stellen. Es betrifft die US-Wahlen, es betrifft Covid-19, Corona, Gedöns und was weiß ich und es betrifft natürlich auch, du hast es schon gesagt, Ereignisse wie 9-11. Wenn du sozusagen 9-11-Leugner bist, Corona-Leugner bist, Klimawandel-Leugner bist, nee, nee, Quatsch, das ist, also menschengemachter Klimawandel-Leugner dann in dem Fall. Also alles, was das offizielle Narrativ irgendwie hinterfragt, soll dann unter Strafe gestellt werden. Natürlich muss man hoffen, kann man auch hoffen, dass die Gerichte naja, da noch funktionieren in dem Fall, aber alleine, dass die EU-Kommission sowas machen will, zeigt doch die faschistoide Tendenz. Und das ist doch das Problem. Das ist das Problem. Wir müssen ja gar nicht auf unterer Ebene, wir müssen nicht darüber diskutieren, was Spahn und was weiß ich nicht alles machen. klar, das sind meiner Meinung nach alles Leute, die dort nicht hingehören in die Position, aber die haben sich das auch nicht ausgedacht, was jetzt passiert. Die sind halt Nutznießer davon. Alle, alle, alle wollen der nächste Kanzler werden und überbieten sich in ihren Schwachsinsmaßnahmen und so weiter. Nur damit den harten Kerl-Meme, weil eben die Umfrage oder die Umfragen ergeben, dass die Deutschen total verängstigt sind. Die wünschen sich härtere Maßnahmen. Also bieten alle Kanzlerkandidaten diese härteren Maßnahmen. Aber dass die verängstigt sind, weil die Medien die verängstigt haben, weil das wiederum vorher von der Politik so ersonnen wurde, ich erinnere nur an die Papiere, die wir bereits hier besprochen haben, wo mehr oder weniger ein kleiner Kreis von Erlauchten um Merkel herum ein Strategiepapier entworfen hat, dass man jetzt die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen müsse. Und man muss jetzt Horrorszenarien aufzeigen. Man muss jetzt das Mähn generieren, bald sind die Intensivstationen voll und dann musst du zu Hause erbärmlich ersticken. All solche Sachen standen da drin, das ist deren geistige Denke, wie sie hier das Volk, beziehungsweise deren Kindergarten kontrollieren. Also das ist das, was ich hier wahrnehme. Und jetzt soll noch jeder, der diesen Irrsinn auch nur ansatzweise kritisiert, bestraft werden für diese freche Denke. Also Entschuldigung, für mich ist diese EU-Kommission spätestens jetzt mit dieser Forderung völlig am Ende. Es müsste eigentlich jetzt ein absoluter Skandal sein. Normalerweise ist es doch so, wenn irgendein Politiker was Dummes sagt oder was Dummes postet, dann ist der weg vom Fenster. Aber ich meine, wenn die EU-Kommission mal eben so eine Idee fordert übrigens hier jeder, der eine andere Meinung hat als wir, der sollte demnächst bestraft werden, dann kommen die damit durch? Ja, so ist es. Du hast völlig recht, ich bin da voll bei dir, weil es ist auch dumm einfach. Hey, EU-Kommission, was macht ihr eigentlich dann mit den Millionen von europäischen Bürgern, die dann vielleicht gegen euer neues Gesetz verstoßen? Wollt ihr dann tatsächlich wieder irgendwelche Lager aufbauen oder was? Weißt du, du kannst auch nur Gesetze machen, die auch realistisch sind. Ich meine, bist du das wirklich verfolgen, wenn jemand da was Kritisches sagt bei all diesen Dingen? Ey, come on. Ja, finde ich auch geradezu grotesk. Ja, es ist unglaublich, aber auch da, es scheint mir Hybris, es ist, was für eine Abgehobenheit. EU-Kommission, hey, was erlaubt EU-Kommission, wer seid ihr überhaupt? Geführt von der Frau, die nur durch Scheitern nach oben gekommen ist, Ursula von der Leyen, weißt du. Aber hey, komm, lass uns wieder über schöne Themen sprechen, was gibt es Neues aus Amerika? Pass auf, dazu habe ich eine Mail bekommen aus Russland, die heißt eine Flasche Rum, bitte. Ich so, what? Ja, ich habe ja mit Thomas genauso wie mit dir, Frank, gewettet, bei dir ist ein Karsten Radler, bei Thomas ist eine Flasche feinsten Rum, dass Trump bleibt, so, weil ich mich dazu entschlossen habe, quasi. Und dann hat er mir einen Link geschickt zu dem Spiegelartikel, mit Inhalt, Supreme Court weist die Klage der einzelnen Staaten ab. Und damit, so nach dem Motto, ist es gegessen, die Russen sagen, Biden wird es, alle anderen sagen, Biden wird es, das Thema ist durch, morgen, also sprich, genau jetzt, in 24, 36 Stunden, wird Biden vom Wahlmännergremium zum President-Elect ausgerufen, so, das war der Tenor auch von dieser Mail. Und dann sage ich, shit, ich zahle natürlich gerne diese Flasche und er sagt, er will sie eigentlich gar nicht, aber wenn, dann schon, Bedingungen, ich muss auch mit saufen, hat er gesagt, da komme ich nicht drum rum. Meine Lippen müssen dieses Nass, diese Näs spüren sozusagen. Auf jeden Fall, habe ich jetzt gerade vorhin nochmal ein bisschen gelesen auf meiner dazu präferierten Seite Science Files, weil das ist das Team in meinen Augen, das im deutschsprachigen Raum den Fall am meisten auf dem Schirm hat und die haben einen Artikel geschrieben, den werde ich jetzt mal mit einblenden und zwar ist das dieser hier, genau, den muss ich euch natürlich dann teilhaben lassen, damit ihr nicht im Dunkeln sitzt, ihr beiden. So, also, könnt ihr es sehen, Jungs, habt ihr den Artikel vor euch? Ja, okay, also der Artikel ist erschienen am 12. Dezember, das ist meiner Rechnung nach gestern, Spiel mit dem Feuer, US Supreme Court weist Klage von Texas mit Mini-Begründung ab, machen wir mal die Reader-Ansicht, dann ist es besser und also, das Wichtigste ist vor allem dieser eine kurze Satz hier, also, es wurde abgelehnt, 7 zu 2 Mehrheit hat das oberste Gericht abgelehnt und hier steht dann dieser nette Artikel, zwei Richter, Samuel Alito und Clarence Thomas haben sich dem Votum der Mehrheit des US Supreme Court nicht angeschlossen und sind der Ansicht, man könne sich als oberstes Gericht nicht in eine Höhle verkriechen und juristische Feinheiten vor dem Eingang aufhängen, um die Außenwelt nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Immerhin wurde die Klage aus Texas von 20 Bundesstaaten und von mehreren hundert Abgeordneten aus dem US-Kogrent und den Parlamenten der Staaten, die Gegenstand der Klage von Texas sind, unterstützt. Und hier natürlich George Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Also das fand ich schon mal alleine interessant, diese Zusammenfassung, dass es also zumindest zwei Richter gibt, die sagen, ey, da machen wir nicht mit, wenn ihr euch nicht traut, dahin zu schauen, trotzdem geht hier etwas ab. Und ich lese nur mal ganz kurz vor, die Schutzbehauptung, man sei nicht zuständig, weil Texas nicht gezeigt habe, dass der Wahlbetrug, der von den Richtern nicht in Frage gestellt wird, die Rechte der eigenen Bürger beeinträchtigt oder die Belange von Texas als Staat schädigt, zeigt im Wesentlichen nur, dass die Mehrheit der Richter am Supreme Court davor zurückschreckt, Wahlbetrug in einzelnen Staaten und seine Auswirkungen für andere Staaten und die Union zum Gegenstand zu machen. Jedenfalls solange nicht irgendeine Klage auf dem Instanzenweg bei denen anrollt. Irgendwie steht da noch drin, den beiden sollte man eigentlich Lob, den beiden Richtern, Samuel, Lito und Clarence Thomas gebührt für ihren Mut, sich gegen die Mehrheit zu stellen und ihren Mann zu stehen, Anerkennung. So, Fakt ist aber, dass natürlich jetzt, Moment, ich muss mal wieder euch mitgucken lassen hier, Bildschirmteilen beenden, zack, so, Fakt ist aber, dass zum jetzigen Standpunkt dieses Verfahren mehr oder weniger nicht weiter aufgegriffen wird. Also die Klage von 20 Bundesstaaten, also das ist fast die Hälfte der Bundesstaaten, die gesagt haben, hier stimmt etwas nicht, wurde einfach abgeschmettert. Und das ist schon ein ziemlich harter Brocken, vor allem, weil ja immerhin auch eine große Anzahl von Senatoren sich an dieser Klage beteiligt haben. 100 Abgeordneten aus Kongress und Parlament aus den einzelnen Staaten auch. Meine Vermutung, gerade eben so 80, 20 Biden, gibt aber noch andere Stimmen, die sagen, Moment, hier läuft, wie gesagt, das ist alles nicht vorherzusehen, bis 6. Januar, also dann, wenn der Kongress selbst den Vorschlag des Wahlmännergremiums aufnehmen wird und dann ihn zum wirklich gewählten Präsidenten ernennt, selbst bis dahin ist noch einiges, was da geschieht. Und auf beiden Seiten wird wahrscheinlich jetzt gerade ganz intensiv gearbeitet, sowohl was das Team von Trump betrifft, mit Sidney Powell und Giuliani und so weiter und gleichzeitig natürlich aber auch auf Seite der Demokraten, die natürlich auch wissen, dass sie jetzt alles tun müssen, damit es auf gar keinen Fall jetzt noch irgendetwas gibt. Gerade aktuell ist der Aufreger um den Laptop von Seth Rich das ist der Mann, der bei den Demokraten den Server abgezapft hat und eigentlich bestätigt hat, dass es kein Russiagate gab, weil dadurch konnte man nämlich feststellen, dass es kein Angriff von außen war, sondern von innerhalb, wir erinnern uns, Russiagate und so weiter, Seth Rich wurde ermordet und jetzt musste das FBI zugeben, dass sie im Besitz sind von dessen Laptop, was sie bis jetzt immer abgestritten haben. Und auch auf diesem Laptop ist einiges Brisantes drin, außerdem wurde eine Klage eröffnet oder ein Verfahren eröffnet gegen Hunter Biden. Also auch da ist gerade sehr viel in Bewegung gekommen. Ob das jetzt bis zum Joe Biden rollen wird, ist fraglich, aber das ist nicht komplett durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Biden wird, ist ziemlich groß, aber es ist noch nicht ganz gesungen. und ich freue mich auf den Kasten Radler, den ich von dir kriege. Ich glaube erst dann. Das würde ich dir gerne geben, Robert. Verstehe ich auch. Aber vielleicht zur Aufklärung, ich habe meine Kerze ausgeblasen. Ich dachte mir, du hast ein Rächerkerzchen angezündet oder irgendetwas. Nein, ich habe, während du die Grafik eingeblendet hast, die Chance genutzt, die Kerze auszublasen. Jetzt mache ich sie wieder an. Wenn wir dann noch mal ein Rauchkonzert haben können. Ja, also Robert, interessant und schön, dass wir in 24 Stunden da schon wieder ein bisschen schlauer sind, was das betrifft. Ich bin da jetzt völlig ergebnisoffen und wir werden es einfach sehen. Ich meine, entscheidend ist bei der Sache, es ist ein Rechtsstreit, es gibt zwei Parteien. Am Ende entscheidet ein Gericht. Der Supreme Court ist das oberste Gericht, was die USA haben. wenn der halt dann so entscheidet, dass er keine gewichtigen Argumente dafür hat, diesem Verfahren nachzugeben. Da muss man es einfach akzeptieren. Zumal auch letztens der Supreme Court mehrheitlich von den Republikanern oder pro-republikanische Richter besetzt ist. Ihr erinnert euch, das war erst vor zwei Monaten oder vor drei, wo diese eine alte Richterin gestorben ist und dann alle sich noch aufgeregt haben, es fette Demos gab, dass der Trump jetzt noch mal einen Richter nominieren darf. Wenn halt nun mal dieser oberste Gerichtshof so entscheidet, finde ich, muss man auch einfach es akzeptieren. Oder man geht dann schon so weit und sagt, okay, also wenn ich selbst Gerichte nicht mehr akzeptiere, ja gut, weiß ich nicht, dann bist du irgendwie in dem nächsten Zustand, dann, was bist du dann? Bist du in offener Konfrontation dann, willst du dann gehen? Also jetzt als amerikanischer Bürger, ich meine, wenn du das oberste Gerichtshof nicht mehr akzeptierst. Ja, aber einfach zu sagen, ich weiß schon, wie es ist, also das stimmt schon, weil ich meine, in Diktaturen gab es auch einen obersten Gerichtshof und dann irgendwann ist halt Schluss mit Prozessieren und wenn dann trotzdem noch das Gefühl hast, du bist im Unrecht, dann ja, ist das natürlich, es ist hart. Und tatsächlich ist es auch heute und gestern auch in Amerika auch wieder in mehreren Städten zur Ausschreitung gekommen, weil eben vor allem im Staat Washington viele Trump-Supporter noch mal demonstriert haben, eben genau das zum Ausdruck bringen, hey, wir glauben, dass hier was nicht in Ordnung ist und dann gab es natürlich wieder Gegendemonstrationen, Antifa und beide Seiten, das ist wirklich krass, wenn du da so Videos anschaust, wie hoch gerüstet die sind, das ist wirklich, das ist noch mal ein anderes Level, als irgendwie, was wir in Europa sehen, also wie die da auch schon zu solchen Veranstaltungen gehen, ja, Besorgniserregung und da gab es auch schon, kam es eben zu mehreren Konfrontationen, die Polizei versuchte natürlich zu trennen, es hat nicht immer geklappt und unter anderem wurde, glaube ich, ein Mensch angeschossen und mehrere Leute mit gefährlichen Stichverletzungen, also da geht es schon ziemlich rau ab in Amerika. Ich finde aber die Entscheidung von dem Prozess nicht einfach so akzeptierenswert, weil es ist, wie der Autor das hier auch geschrieben hat, einfach feige, warte mal, er schreibt es so, die Entscheidung, nicht einmal in den materiellen Vorgang einzusteigen, also, nein, machen wir es so, die Entscheidung, nicht einmal in den materiellen Vorgang einzusteigen, sondern sich auf den Zaun zu setzen und das Spektakel der US-Wahlen, in dem die Fronten nach unserer Einschätzung immer polarisierter werden, als Unbeteiligte zu beobachten, ist eine feige Entscheidung, schon weil mit der Annahme der Klage nichts darüber ausgesagt gewesen wäre, was am Ende für ein Urteil dabei überhaupt herauskommt. Also, ich teile diese Einschätzung, dass es vom Supreme Court einfach nur feige war, sich dem Ganzen wegzuducken, weil es gibt genügend Fakten dafür, dass man das Thema aufnehmen könnte, unabhängig, was dabei herausgekommen wäre, aber einfach zu sagen, das geht aus dem und dem Grund nicht und Texas hat gar kein Recht, das zu sagen, das ist im Nachhinein, und so wird es die Geschichte wahrscheinlich auch mal beurteilen, einfach nur feige. Aber wir sind doch keine Juristen, das können wir noch nicht beurteilen. Das können wir nicht beurteilen, man kann der Meinung sein, aber wirklich beurteilen können wir das nicht. Und letztens ist ja die Frage, traust du, traust du, oder hast du noch ein Restmaß an Vertrauen in verfassungsmäßige Institutionen der USA? Als Amerikaner, wenn du natürlich kein Vertrauen mehr hast, also auch in den Supreme Court, ja, dann ist wirklich die Staatskrise nahe. Also wenn das, wenn das, ab einem gewissen Prozentsatz von Leuten, wenn die nicht mehr ihre eigenen, ihren eigenen verfassungsmäßigen Institutionen trauen, dann droht natürlich die Gefahr, dass das implodiert. Das ist klar. Ja, die Gefahr droht in den USA. Weil ich meine, letztens das oberste Gericht nicht mehr entscheiden kann, wer dann? Wollen wir es dann echt auf der Straße auskämpfen? Die werden das entscheiden. Die hat eine Wahl gemacht, die offensichtlich keine klare Mehrheit bringt. Das oberste Gericht sagt, wir können auch nicht, was kommt das Nächste? Da gibt es auch einen Vorschlag. In diesem Text empfehle ich jedem von euch, das mal zu lesen noch. Nämlich der Republican Party of Texas, der Chairman von denen, der hat dann noch geschrieben so, also die haben das jetzt einfach abgeschmettert, das geht ja gar nicht, bla bla bla, das richtet großen Schaden an, aber perhaps law-abiding states should bond together a form of union of states that will abide by the Constitution. Also vielleicht sind gesetzestreue Staaten jetzt dazu aufgefordert, eine andere Union zu gründen. Also hier wird das Wort Sezession nicht richtig in den Mund genommen, aber das ist etwas, was der Vorsitzende der Republikaner in Texas öffentlich in einem Statement gesagt hat. Also du siehst, da ist schon, hier steht, der Vorsitzende der Republikanischen Partei in Texas spricht hier offen das Gespenst an, das seit kurzem im Raum steht, Sezession, ein Bruch der Union. Natürlich ist diese Stellungnahme im Ärger geschrieben, aber sie zeigt, was bereits an Aktionen im Möglichkeitsraum der Handlungen vorhanden ist und somit angewendet werden kann. Ja, genau diese Gefahr droht. Es ist ja ab einem gewissen Prozentsatz, wenn die Leute nicht mehr an ihren eigenen Staat glauben und wenn sie das auch politisch ausdrückt. Sprich, wenn ein gewisser Prozentsatz vielleicht die Mehrheit der Republikanischen Partei nicht mehr staatskonform ist, dann zerbricht das. Da müsstest du die Partei auch verbieten. Dann hast du am Ende ein Ein-Parteien-System oder sowas. Also ja, heftig. Also es würde echt auf jeden Fall interessant weitergehen in Amerika. Ob diese kritische Masse erreicht ist, die dann wirklich auch voll bereit sind zu sagen, okay, ich lebe nicht mehr nach der Verfassung und ich bin bereit für meine Verfassung irgendwie zu kämpfen oder sowas. Ja, wenn da eine kritische Masse erreicht ist, dann wird es ruppig. Das ist krass. Erlaubt mir einen letzten Satz aus diesem Artikel, dann verlasse ich den auch wirklich. Ob es die Wahlbetrüger unter den US-Democrats oder MS, also Mainstream-Medien, weltweit nun wahrhaben wollen oder nicht, die Zahl der US-Bürger, die in Joe Biden alles, nur keinen Präsidenten zu erkennen vermag, die Zahl der US-Bürger, die ihr Wahlsystem für korrumpiert halten, ist zu groß, als dass man wieder zum Alltag übergehen könnte. Die Installation der beiden Präsidentschaftsattrappe wird nicht dazu beitragen, die Fronten zwischen denen, die sich um ihre Stimme betrogen sehen und denen, die auf sie pfeifen, abzubauen. Also, deine Worte genauso, das ist jetzt hier... Nur das Krasse ist halt, das würde dann ja wirklich, wenn du es konsequent weiterdenkst, ist es genau, wie es dort auch stand, dann reden wir von einer Rezession. Das wäre dann die einzige Möglichkeit, dass die Bundesstaaten sagen, hey, das ist hier, die Verfassung der USA ist gebrochen, daraus ziehen wir die Legitimation, jetzt unser eigenes Ding zu machen. Gibt es noch andere Staaten, die mitmachen? Hey, das ist ganz, ganz genau die Situation, wie es 1860 war. Du meinst Sezession? Sezession, Entschuldigung, dann nur das, ich habe schon verstanden. Das ist nur ein kleiner Buchstabe, und doch... Und Sezession, um das mal weiterzudenken, hat 1860 Krieg bedeutet, und es würde heuer auch... Fünf Jahre, 600.000. Washington würde das nicht akzeptieren. Das ist dieselbe Situation wie 1860, und man könnte mal als Präzedenzfrau sagen, nee, ihr könnt euch nicht einfach sezessieren, das geht nicht. Sieht amerikanische Verfassung nicht vor. Werden die so interpretieren, wie 1860 auch, also das ist dann schon richtig hart. Und das ist dann die Frage, ob Amerika, ob Amerika echt diesen harten Weg geht, weil das ist auch so, von allen Kriegen, die Amerika gemacht hat, und die haben ja so viele Kriege, waren die dabei, und auch große Kriege, die Weltkriege und so weiter, aber in keinem amerikanischen Krieg, oder in keinem Krieg, hat Amerika so viele Opfer gelassen, wie im amerikanischen Bürgerkrieg. Das ist mal Fakt, also es sind mehr Amerikaner dort gefallen, als in allen anderen Kriegen. Und ob Amerika, das ist so ein großes Trauma, auch in diesem Land, in dieser Nation, ey, ob die da nochmal bereit sind, das durchzuziehen, boah, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll wäre, ich kann es nicht beurteilen. Das ist krass. Ich möchte nur eine kleine Korrektur zu dem letzten Satz von dir anmerken. Amerikaner waren auch bei vielen Kriegen mit dabei, äh, haben viele dieser Kriege angefangen. Wer? Wer ist der korrektere Terminus? Ja, nur um es mal... Bin ich dabei, ja. Ja, okay, okay. Herr Höfer, Sie hatten angesetzt, Ihr Gang zum Mikro war erkennbar. Ja, ich habe den Gedanken schon wieder verworfen, da kamen schon wieder drei neue. Ich, äh, ich glaube auch, es wird, es wird ruppig zur Sache gehen, äh, in Amerika, weil egal, wie es jetzt ausgeht, die andere Seite wird selbst nach, äh, Bestätigung von allerhöchster Instanz, äh, dann nicht akzeptieren wollen und dann ist eben die Frage, ob sie es trotzdem können und das glaube ich zum Beispiel nicht. Und da ist es fast egal, welche Seite gewinnt. Die andere Seite, da gibt es genügend Anhänger, die da gewaltbereit sind. Aber wie gesagt, werden wir sehen. Können wir jetzt viel darüber spekulieren, ja, äh, der 20. Januar ist jetzt auch nicht mehr so weit hin. Nein. Und ich glaube, wir reden jetzt hier über Trump oder, oder, oder Biden. Ganz ehrlich, am Ende geht es um Kamala Harris. Ein guter Punkt, äh, den habe ich vorhin aufgeschnappt in einem Interview, äh, nicht Interview, in einem Statement von einem amerikanischen, einfach von einem britischen Blogger, hat mir eine Zuschauerin als Link geschickt, vielen Dank daraus. äh, und zwar ging es darum, Kamala Harris hat bis jetzt nicht auf ihren Senatssitz verzichtet. Normalerweise, wenn es klar ist, nach der US-Wahl, wer Präsident wird und wer Vizepräsident wird, war es anscheinend bisher immer so, dass der Kandidat des Vizepräsidenten dann sagt, okay, dann habe ich ja in Zukunft was Neues zu tun, hier ist mein Senatsplatz, kümmert euch mal darum, dass der wieder besetzt wird. Das scheint wohl bisher immer so gewesen zu sein. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich kann mir das so vorstellen. Und alleine die Tatsache, dass Frau Harris bis jetzt auf diesen Sitz nicht verzichtet hat, gibt Grund zur Annahme, dass sie selber noch nicht ganz so sicher ist, ob am 20. Januar sie auch einen anderen Job antritt. Weil wenn sie den Job nämlich aufgibt beim Senat und es wird nichts mit der Wahl am 20. Januar oder mit der Vereidigung am 20. Januar, kann sie nicht zurück in den Senat. So, das ist so, das war so ein kleiner Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, hm, gucken wir mal, wenn die jetzt morgen sagt, okay, hier ist mein Senatsplatz, dann hat sich das, was ich gerade gesagt habe, übrigt. Wenn sie aber immer noch auf diesem Senatsplatz sitzen bleiben wird, dann vielleicht lässt es ja einiges vermuten. Wie gesagt, alles Spekulation. Ich wollte es nur mal, ich wollte es nur mal reinwerfen hier. Geht halt auf Nummer sicher, die Kamala. Das wäre doch eher so ein ganz konservatives Gemüte. Ich würde gerne nochmal, weil wir haben es in der letzten Homeoffice-Sendung zwar geplant gehabt, aber gar nicht angesprochen, dieses völlig absurde Champions-League-Spiel in Paris kurz ansprechen. weil es ja doch irgendwo auch einen sehr politischen Hintergrund hat. Ich weiß, viele unserer Zuschauer, die gucken keinen Fußball, die interessieren sich auch nur für die Champions League und es soll jetzt auch nicht um Fußball gehen, sondern um das Geschehen am Rand. Vielleicht kurz zusammengefasst. Es spielte, glaube ich, Istanbul gegen Paris Saint-Germain in Paris und in der 22. Minute war plötzlich helle Aufregung. Die Istanbuler verließen empört das Stadion nach Diskussion. die Franzosen dann auch. Alle waren weg. Spiel abgebrochen. Die Fernsehübertrager, die haben sich eine halbe, dreiviertel Stunde dann im Studio irgendwie überlegt. Die haben dann das leere Stadion gezeigt mit Hochspannung. Publikum war ja auch kein Star. Also die haben dann wirklich eine dreiviertel Stunde lang ein leeres Stadion gezeigt in der Hoffnung, dass da noch irgendwas passiert und es ist nichts passiert. So, was war passiert? Das war die große Frage. Und sofort machte folgende Nachricht die Runde, nämlich, dass der vierte Offizielle des rumänischen Schiedsrichterteams einen Betreuer des Istanbuler Teams rassistisch beleidigt habe. So, das ist natürlich Grund genug, ein Champions League Spiel abzubrechen. Gar keine Frage, in den Zeiten leben wir heute. Aber mich hat es dann halt einfach interessiert, ja, was ist denn wirklich genau vorgefallen? So, muss man dazu sagen, dieses Betreuer-Team der Istanbuler, das waren halt, da war halt einer, ein Mensch schwarzer Hautfarbe darunter. So, und der hat laut Zeugenaussagen schon die ganze Zeit während des Spiels so in Richtung des rumänischen Schiedsrichterteams so spitzfindliche Bemerkungen gemacht, so nach dem, so nach dem Motto, diese Gypsies, die Pfeifenscheiße. So. Ja, also, so viel dazu. Und als das dann irgendwann mal angeraunt wurde, wollte der Schiedsrichter von seinem vierten offiziellen Wissen, aus welcher Richtung denn die rassistischen Beleidigungen kamen. Und da hat der vierte Offizielle auf den Schwarzen gezeigt und auf rumänischer Sprache seinem Schiedsrichterkollegen gesagt, der Schwarze. Und hat mit dem Finger auf den drauf gezeigt. Und der Schwarze, das heißt in rumänisch so viel wie Negru. So. Das hat der Schwarze aus dem Istanbuler Betreuer-Team nun wiederum in den falschen Hals bekommen und hat sofort Rassismus geschrien. Und das war dann der Skandal. Nämlich, dass der vierte Offizielle von den Rumänen auf dem Schwarzen gezeigt hat und Negru gesagt hat. Was so viel eben wie bedeutet wie der Schwarze da. Obwohl von dem Schwarzen wiederum die ganze Zeit die eigentlichen rassistischen Beleidigungen Richtung des rumänischen Schiedsrichterteams kam. Nun wurde das Champions-League-Spiel deswegen abgebrochen. Der vierte Offizielle wusste wahrscheinlich gar nicht, warum, wieso und weshalb, weil der konnte das gar nicht verstehen. Aber er war jetzt Schuld daran, weil von ihm kam jetzt die rassistische Beleidigung weg, weswegen das abgebrochen wurde. Jetzt muss ich erst mal Luft holen aufgrund des ganzen Wahnsinns. Und Fakt ist ja, dass so ein Champions-League-Spiel, also man macht es schon möglich unter diesen irrsinnigen Bedingungen. Alle regen sich darüber auf, dass die jetzt trotzdem spielen dürfen, trotz Corona und jeder Heimdorf-Fußballverein muss zu Hause bleiben, darf nicht trainieren. Die Großen dürfen spielen und brechen dann ernsthaft wegen so einer Kinderkacke ein Champions-League-Spiel ab. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also 2020 kann doch noch im Dezember im Wahnsinn das vorangegangene Geschehen übertünchen. Das siehst du mal, wie emotional diese ganze Debatte aufgeladen ist über dieses politisch korrekt und Gender und Neusprech und so weiter. Ich kann das noch toppen. Ich habe neulich irgendwo ein Foto gesehen, das jemand gepostet hatte. Das war ein Screenshot von einem Kalenderblatt vom Januar 2021 und da stand beim 6. Januar tatsächlich drin Heilige, Drei König, Doppelpunkt, Innen. Und da war ich dann irgendwie ziemlich sprachlos und muss seitdem auch öfters an dieses Bild denken, weil so viel ich weiß, waren das Kaspar, Melchior und Balthasar und die hatten Gold, Weihrauch und Mürre dabei und nicht irgendwie Stricknadeln und irgendwie eine Öko-Frauenzeitschrift. Weißt du, was ich meine? Es will, ihr habt es jetzt überspitzt gesagt, es waren drei Männer. Was hat denn das für einen Sinn, wenn ich einen Kalender, der eigentlich einen Feiertag, der nach einem christlichen Glaubensmythos besteht oder so, ja, oder Glaubensgrundfeste besteht, warum soll ich denn den jetzt gendern? Wer fühlt sich denn da diskriminiert von den Frauen, wenn da drin steht, es war Tag der Heiligen, drei Könige, sondern das nachträglich als Königinnentag, es schließt sich mir nicht und ist auch ein Beispiel dafür, wie fehlgeleitet das alles ist, diese ganze Entwicklung. Jesus, Schrägstich, Jessica spricht. Ja, wo geht es dann hin? Buddha, dann müsste Buddha heißen, weil Buddha könnte ja auch als Frau gewertet werden, dann müsste es auch den Buddha geben dann, also du kannst egal wo. Es ist doch wie mit J.K. Rowling, diese Weltstar-Literarin, die Harry Potter erfunden hat, das ganze Harry-Potter-Universum, die ist ja auch in den Streit zwischen Feministen und Transgender-Aktivisten geraten, weil sie da irgendwo mal was Falsches gesagt hat, ja, und seitdem wird die da hin und her gebeutet und macht ab und zu mal den Fehler, sich doch noch dazu zu äußern in einer Rechtfertigungsversuche und macht es nur schlimmer. Da kannst du gar nichts Richtiges mehr sagen. Und wie du da abgeschossen wirst, ja, da ist dein Status völlig egal. Also wenn du da irgendwie was Falsches sagst und da was zu verlieren hast, dann bist du es los. Ja, das ist in diesen ganzen Themen, die von diesen sogenannten progressiven Leuten kommen, ob das diese Identitätspolitik ist, ob das dieses Instrumentalisieren von Rassismus ist. Überhaupt die ganze Definition von Rassismus ist ja nicht mehr die, die noch im Duden steht, weißt du, sondern die hat sich ja neu auch interpretiert, den Begriff. Also das ist alles so übersteigert und geradezu grotesk. Und das sind zwei gute Beispiele. Auch diese Geschichte da mit dem Fußball ist so krass. Mir tut dann letztens dieser Typ aus Rumänien total leid, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ich meine, der hat bestimmt nichts Rassistisches in dem Sinne gesagt. Da bin ich mir ziemlich sicher, der das nicht ist. Der sagt einfach nur in seiner Sprache schwarz. Ist das jetzt schon verboten? Aber in unserer Sprache ist es auch noch so, wenn ich jetzt die Zeitungen aufschlage, dann reden wir auch noch von schwarzen Musikern. In Amerika, die Schwarzen selbst, da kamen früher so Sachen wie Black is Beautiful, Black Power, Black Panther. Schwarz ist doch nicht verkehrt. Und das Wort Negru, es ist eine romanische Sprache, es kommt aus dem Lateinischen. Das ist nichts Böses an sich. Aber wie übersteigert das ist, das kann man an diesen Sachen sehen. Und auch krass fand ich halt auch die Reaktion der Spieler, die von vielen dann auch gelobt werden. Die Spieler, die haben ein Zeichen gesetzt. Dann knien sie sich hin, weißt du, so wie Black Life Matters und gehen gemeinsam vom Platz. Aber Leute, ihr kriegt gar nicht mit, was eigentlich war. Ihr wisst gar nicht, was eigentlich passiert ist. Aber es ist so, die hören nur Rassismus und dann sind die auch gleich so on fire. Boah, gegen Rassismus. Da bin ich auf jeden Fall dagegen. Und es ist so unsachlich. Weißt du, der Typ hat gar nichts Schlimmes gesagt. Das ist auch ein Kommunikationsproblem. Die kommen aus Rumänien, die haben auch überhaupt kein Verständnis dafür gehabt. Werden jetzt aber auch sanktioniert und selbst wohlwollende Kommentatoren, die jetzt auch glauben, das ist kein Rassismusproblem. Aber sagen aber trotzdem, ja, was war unintelligent von den Rumänen auf internationaler Bühne. Darfst du gewisse Worte nicht mehr aussprechen. Du musst es halt dann, tatsächlich musst du es scheinbar heutzutage anders formulieren. Der Herr mit der blauen Jacke. Gut, der mit den langen Haaren, der 1,85 Meter groß. Es ist grotesk. Aber die Reaktion der Spieler fand ich auch krass, oder? Ich meine, weil die glauben das halt alle. Die sind auch einfache Leute, die hören nur, boah, der Rumäne und Rumänen sind sowieso Osteuropäer, sind nicht alle irgendwo Fascho, haben doch gehört so, der Rumäne, der beleidigt unseren Coach oder unseren Betreuer oder sowas. Und sofort alle, geht die Klappe runter. Und keiner fragt mehr nach. Das ist auch so beispielhaft irgendwie. Diese Hysterie. Es wird nicht mehr nachgefragt, was eigentlich wirklich passiert. Nee, eigentlich volles Maß Empörung, Aufregung und Abbruch. Ich frage mich eigentlich, was wäre passiert, wenn da Zuschauer gewesen wären? Gehst du dann auch vom Platz, wenn da 60, 80.000 Leute sind, die auch da angereist sind, die bezahlt haben, so nach 20 Minuten Feier haben, wirklich wegen so einer Sache so? Ja, das hätte eine andere Dynamik gehabt mit Publikum, bin ich mir sicher. Aber, ey, also der Thomas Berthold hat es neulich auch in irgendeinem Interview gesagt, ein Fußballspiel ohne Publikum hat für ihn überhaupt keinen Reiz. Das ist, Fußball ist die Fan-Atmosphäre, ist das Stadion, das sind die Chorgesäte, das sind die Gesänge, das sind die Fankurven, das sind die Banner, das ist Leidenschaft. Und ich bin gar kein Fußballfan, aber ich verstehe, dass Menschen total steil gehen auf so eine Emotion. Und mein Bruder verpasst kein Spiel und ist immer und FC Bayern. Also ich verstehe das total. aber... Oh, ich hab früher auch gespielt, in der Hammel-Liga und wir hatten nie Zuschauer und trotzdem war geil. Weil einige im Chat fragen, ja, wir sind live, Sonntag, 21 Uhr, Homeoffice live, mittlerweile seit drei, vier Wochen oder so. und wir müssen, was heißt wir müssen, wir dürfen über 8.500 Zuschauer begrüßen. Ist das ein neuer Homeoffice-Rekord, sagt man? Ich weiß es nicht, hatten wir neulich nicht auch mal kurz 9.000, aber ganz egal. Ne, das war die US-Wahlnacht. Aber ich, letzte Woche, letzte Woche am Sonntag waren es glaube ich auch so viele Leute und natürlich dann für alle, die um Viertel vor elf am Sonntagnacht bei uns dabei hängen, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen irgendwie versuchen, die richtigen Worte zu finden über alles, was in unserer Welt so schief läuft. Gerade ist mir noch was eingefallen, denn neulich beim Spazierengehen haben wir uns auch unterhalten, so nach dem Motto, ja, wie war das, da war irgendwann ein Schild gestanden und da stand irgendwas dran, so, ja, diesen, diesen Spielplatz bauende, also, nee, ich kriege es nicht mehr ganz so hin, aber es ging um die Richtung, dass man nicht mehr Männer und Frauen sagt, sondern das in einen Begriff schafft, ja, so, Kulturschaffende, ja, so, oder Lehrende, es gibt keine Lehre und Lehrerinnen mehr, sondern nur noch Lehrende. Oder, wie ist es dann bei Polizisten und Polizistinnen? Sind es dann Polizistinnen oder so? Also, diese Sprachentwicklung, die sich da einstellt, das ist etwas, was mich eigentlich amüsiert, weil ich in einer Welt aufgewachsen bin, wo das alles gar kein Thema war, und jetzt teilweise die große Verwirrung stattfindet, alleine schon, wenn du Radio hörst und der Sprecher irgendwas von Polizistinnen sagt und du erst später im Laufe des Beitrags hörst, dass es gar nicht um Frauen bei der Polizei geht, sondern der Typ einfach dieses, dieses I, dieses, dieses Gender-I nicht richtig ausgesprochen hat, er hat keine Pause gemacht, sondern er hätte PolizistInnen sagen müssen und dann wäre es erkenntlich gewesen und ich habe zwei Minuten gebraucht, zu verstehen in dem Beitrag im Radio, warum die Frauen bei der Polizei, was da jetzt Sache ist. Also, die Verwirrung ist eigentlich eher größer geworden wie weniger und in manchen Bereichen ist es einfach nur lächerhaft. Völlig richtig, Robert. Auch ein super Beispiel, genau so ist es. Dann weiß man, weißt du, du stellst dich schon darauf ein, ah, der berichtet jetzt über die besondere Situation, die du vielleicht als Frau in der Polizei oder beim Militär hast, aber nee, darum geht es aber gar nicht. Genau so ist es. Es ist missverständlich, es verkompliziert Dinge. Und ich möchte auch nur daran erinnern, ich meine, man kann drüber lachen und man muss es auch immer mit Humor nehmen, aber trotzdem sind es auch ernste Sachen. Sprache hat ja zu tun, die Griechen hatten da nur ein Wort für, das war Logos. Logos ist die Zunge, Long Tongue, ist die Zunge, Logos ist die Sprache, aber Logos ist auch die Vernunft, ist auch das Denken. Logik und sowas kommt von Logos. Das heißt für die Griechen und die waren damals gute Philosophen, die haben das als eine Einheit gesehen. Dein Denken und dein Sprechen, das hängt miteinander zusammen, weißt du? So funktionieren auch jetzt, jetzt habe ich auf die Griechen, aber jetzt mal ganz modern, NLP, Neurolinguistische Programmierung, ist ja nichts anderes, das ist dieselbe Erkenntnis. Da wird es dann umgedreht, über die Sprache nimmst du Einfluss auf dein Denken. Diese Dinge hängen miteinander zusammen. Und da Sprachpolizei, Sprachgebote, Sprachframing, Veränderungen von Definitionen, weißt du, dass du in Worten einen neuen Spin gibst, eine neue Funktion auch gibst, ist letzten Endes direkt auch Mind Control. Also der Versuch von Mind Control, also der Versuch, auf das Denken Einfluss zu nehmen. Total spannend. Also so eine Veränderung, wie wir es in den letzten paar Jahren haben, das ist, boah, also ich bin jetzt doch schon ein paar Tage hier auf dieser Welt, aber so die Beschleunigung der Ereignisse ist ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob das auch mit den, ne, Georgia Guidestones kann ich jetzt hier nicht mit reinbringen, das hat neulich, Norman Investigativ, habe ich vor kurzem entdeckt, ein super geiler YouTuber, wirklich genial, was der für Dinger macht und der hat das über die Georgia Guidestones gebracht, dass die angeblich 2014 aktiviert wurden und dieser große Transformationsprozess, jetzt nicht nur mit der Bevölkerungsreduktion, das meine ich gar nicht, sondern, dass da insgesamt etwas, etwas Großes im Gange ist, ja, und das, das gehört vielleicht auch mit dazu, so die globale Verwirrung. Ich habe neulich eine Mail gekriegt von einem Zuschauer, der hat ohne Punkt und Komma und ohne Groß- und Kleinschreibung, ohne Groß-Kleinschreibung geschrieben und obwohl es irgendwie keine dummen Sachen waren, ich konnte es nicht richtig lesen. Ich wusste nicht, wann fängt der Gedanke an, wann hört er auf, auch die Unterscheidung zwischen Groß und Kleinen, wann ist das jetzt ein Substantiv und wann ein Adjektiv und so, das ist unheimlich mühselig und ich verstehe nicht, warum es Bestrebungen gibt seitens von Lehrenden, Lehrenden und Auszubildenden oder Politikenden, die sich darüber Gedanken machen, so nach dem Motto, das müssen wir doch alles viel einfacher machen, das brauchst du heute nicht mehr. Schreibschrift, wer braucht schon Schreibschrift heutzutage, du kannst dein iPhone bedienen, wer braucht denn noch Groß-Kleinschreibung und so weiter. Das stimmt eben nicht, ja, das stimmt eben nicht, das ist immer nur ein Rückschritt und deswegen kann ich das alles nicht nachvollziehen, wie diese Entwicklung geht. Ich bin Gott sei Dank aus der Schule raus und habe Lesen, Schreiben gelernt damals noch, ja, aber die jungen Leute. Das war früher in den Zeiten, wo man noch hier Sprache mit Hammer und Meißel irgendwie gemacht hat, da war das auch schon so, in den alten semitischen Sprachen, bei den Hieroglyphen, Altägyptisch, Hebräisch, da gibt es ja keine Vokale, die musst du dir immer dazu denken und deswegen lässt es auch immer sehr viel Spielraum, die haben einfach gar keine Vokale gehabt. Der letzte Gedanke zu diesem Punkt ist, frag mal die Handwerksmeister hier in Deutschland, mit was für Problemen die zu rechnen haben, wenn die jungen Lehrlinge kommen von der Realschule oder teilweise auch vom Gymnasium. Die einfachsten Grundrechenarten sind nicht vorhanden. Lesen, Schreiben, Texte verstehen, komplexe Zusammenhänge erkennen und so weiter. Nur noch rudimentär vorhanden und teilweise auch gar kein Wille mehr. Also ich habe auch einen Handwerksmeister mal gehört, der gesagt hat, das könnte man ihnen alles noch beibringen, aber das Schlimme ist, die haben alle auch gar keinen Bock. Die sehen auch gar keinen Sinn, drin jetzt eine Ausbildung zu machen. Wieso soll ich das überhaupt machen? Da könnte man noch sagen, ja Pubertät, da ist es sowieso so, dass man nicht weiß, warum man in der Welt der Erwachsenen überhaupt was machen soll, aber diese Veränderung innerhalb von einer Generation oder von einer halben Generation vielleicht sogar schon. Ja, sagen wir mal die... Das geht aber schon viel länger. Diese Degeneration im Bildungssystem oder überhaupt in der Allgemeinbildung, das Level, was die Leute haben, das geht ja schon viel länger runter. Man kann das wirklich sehen, so heute die Kinder, die schreiben in der Schule gar keine so langen Aufsätze mehr. Das machen die nicht. Ja, es haben ja früher immer endlos lange Aufsätze geschrieben. Das ist schon ein Unterschied. Aber hey, wenn ich dann wiederum schaue, wenn ich mich vergleiche, meine Schulbildung und auch meine Universitätsbildung, wenn ich die vergleiche mit der Generation von meinem Großvater, wow, da ist aber nochmal ein Riesenunterschied. Das ist krass. Also, hey, Zeiten von meinem Großvater, wenn du da Gymnasiast warst und Abitur gemacht hast, was du da für ein viel breiteres Bildungsfundament hast, wie du auch in großen, ob das Dichtersinn oder Philosoph oder sowas zitieren konntest, einfach in Gesprächen, in Konversation einfließen konntest und der andere weiß genau, um was es geht. Das geht schon ganz lange so, dass wir da auf dem Weg nach unten sind. Gut, okay, fairerweise muss man sagen, es sind auch viele neue Dinge dazugekommen. Weißt du, unsere Großeltern mussten sich nicht darum kümmern, hier so softwaremäßig, wie es bei uns jeden Sonntagabend ist, weißt du, diesen ganzen Kram mussten die auch nicht wissen. Vielleicht haben wir auch noch Begrenzkapazität, so. Aber, boah, ich glaube, das Bildungsniveau, das geht jetzt schon über mehrere Generationen, geht das schon den Bach runter. Oder? Ist wie bei den Ägyptern, ja. Man muss sich ja eigentlich fragen, warum ist in dieser dreitausendjährigen Kulturgeschichte der Ägypter das krasseste Bauwerk ganz am Anfang zu finden und nicht am Ende dieser dreitausendjährigen Kulturepoche. Komisch, ne? Also, das ist eine Epoche, die hat dreitausend Jahre lang versucht, das nachzumachen, was die Allerersten geschafft haben. Einfach nur mal so als Denksportaufgabe. sehr gutes Ding, ja. Hier, da wollte ich auch noch einen Tipp reinschmeißen, vielleicht auch Literaturtipp. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Ein hochinteressantes Buch. In der Zeit während des Ersten Weltkriegs oder kurz danach ist es rausgekommen, ne? Und ein Buch voller Kulturpessimismus für Europa. Und das hatte man, ich erwähne es nur deshalb, weil schon damals konnte man das sehen, hey, irgendwie kulturell, wir sind auf dem Weg nach unten so. Das konntest du also vor 100 Jahren auch schon erkennen, weil der hat darauf verwiesen, Wahnsinn, ey, guck mal, was wir da im 19. Jahrhundert in Deutschland hatten. Also Abendland, da hat man sich ja damals aus Deutschland, Abendland, das waren wir und die Franzosen und so. Guck mal, was wir im 19. Jahrhundert hatten an Philosophen, an Dichtern und so weiter. Und jetzt stehen wir 1915, 1920 und was haben wir übrig, weißt du? Der hat das damals schon so argumentiert, dass wir auf dem Weg nach unten sind. Übrigens ist es keineswegs, wie viele Leute glauben, jetzt nur so geschuldet so ein apokalyptischer Trip der Erste Weltkrieg. Nee, der Typ hat echt eine ganze Kulturgeschichte aufgebaut. Oswald Spengner, hochinteressant, das Buch. Und die Grundthese ist davon, das gefällt euch vielleicht auch, die Grundthese ist, dass halt Kulturen aufsteigen, einen Peak erreichen, einen Höhepunkt und dann auch wieder abfallen. Dass es eine ganz natürliche Wellenbewegung gibt. Das Römische Reich ist aufgestanden, ist irgendwann gefallen und er beschreibt das für Mitteleuropa und sagt, unsere Blütezeit, die ist aus seiner Sicht schon 200, 300 Jahre her, da war die Blütezeit und wir sind schon eine ganze Weile auf dem Weg nach unten. Das hat er vor 100 Jahren geschrieben. Und ich denke, wenn ich jetzt heute, wenn wir in einer Zeitkapsel mit Oswald Spengner sprechen könnten, dann würde ich sagen, ja, wir sind noch ein paar Schritte weitergegangen. Also als Kulturverlust, das heißt, ich meine, andere Dinge sind auch besser geworden, offensichtlich. Also muss jetzt keiner mehr direkt hungern. Aber der Kulturverlust, das geht schon eine ganze Weile lang, das muss man wirklich sagen. traurige Entwicklung. Das müsste auch nicht so sein. Das ist noch dazu. Ich empfehle zwar Oswald Spengner, aber ich bin nicht überzeugt von dem Modell, dass es so sein muss. Sondern ich glaube auch, weißt du, man könnte sich auch hier ständig wieder revitalisieren, reorganisieren und es muss nicht sein, dass es einfach dann bergab geht. Das glaube ich, müsste nicht so sein. Das ist gerade die Frage, die ich anstrengen wollte. Ist denn das ein unvermeidlicher Zustand? Der kommt? Die Degeneration der Gesellschaften, wenn sie ihren Peak, wenn sie ihre Spitze erreicht haben? Oder ist das, was wir erleben, Teil eines Plans, der hier stattfindet? Das ist die große Frage. Das ist die Gretchenfrage. Also du kannst es ja schön sehen an Familienbetrieben, die sich über mehrere Generationen halten. Die erste Generation, der Gründer, der baut was auf. Der meißelt auch irgendwo die Richtlinien in den Stein. oder gründet dann eine Stiftung, die das weiterführen soll und so weiter. Also die haben eine Vision. Den seine Kinder, die können diese Vision nachvollziehen. Die kriegen die vom Papa eingetrichtert und die treten dann meistens in die Fußstapfen und versuchen halt ihr ganzes Leben lang das genauso gut zu machen wie der Papa. Ganz selten machen die das besser. In den allermeisten Fällen versuchen sie halt irgendwie das noch so am Laufen zu halten, was der Papa mal gegründet hat. Der Enkel, also der Sohn von demjenigen, der es jetzt am Laufen hält, der wird den Laden noch ruinieren. Das ist fast immer so. Das hast du auch bei diesen Königsdynastien in Ägypten so gehabt. Und das hast du auch in vielen Königsmonarchien. Das ist immer drei Generationen und dann kommt irgendwie neues Blut, eine neue Familie. Dann wird der König abgesägt. Oder bei den Kaisern, diese Dynastien, die Flaviusse oder Augustusse oder so wie sie immer hießen. Der Enkel ist immer durchgedreht. Und ich glaube, das ist halt, dadurch bestimmt sich auch der Zyklus. Wenn eine Kriegsgeneration ausgestorben ist, reicht das noch aus, die Geschichten oder die frühen Kindheitserlebnisse der Kindergeneration reichen dann aus, um in dieser Generation irgendwie den Frieden zu wahren. Aber ist es dann zwei Generationen her, dann ist es das, was die Großeltern erlebt haben. Man hat die Erfahrung nicht mehr gemacht. Und je mehr Zeit verstreicht und wenn es dann sogar schon die vierte Generation ist, dann kannst du die wieder von vorne manipulieren. Weil diese Schrecken von Krieg, den kennen die quasi nur aus dem Fernsehen, aus der Klotze. Und da werden sie zugedröhnt damit. Also dadurch geht dieser Schrecken gänzlich noch verloren. Und ich glaube, wenn da kein Bewusstsein dafür existiert, dann kannst du es machen mit der Generation. Ist also, ist jetzt mal so meine Vermutung, weil das ist auch das, was eben die Geschichte immer wieder zeigt. Es kommt ja in Zyklen. Es ist ja kein Dauerkriegszustand. Du hast immer die Generation, die den Krieg satt hat, die kämpft dafür, die blutet dafür, für den Frieden. Aber zwei Generationen später ist diese Energie, diese Gedanken halt weg. jetzt herrscht nur noch das Trauma. Das wird übertragen, epikinetisch. Das steckt jetzt in uns und wir müssen es auflösen. Oder wir machen die Fehler eben nochmal. Sprecht ihr? Eure Kinder sind noch nicht alt genug, aber das, was wir hier besprechen, wie wollt ihr das euren Kindern vermitteln? Ich habe die Situation leider nicht, oder Gott sei Dank, oder ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, mit dem Gedanken gerade. Aber ihr seid ja Familienväter und eure Kinder werden definitiv in diese Welt hineingucken und zwar viel länger noch wie wir alle. Wie wollt ihr das denen mitgeben? Diese große Verwerfung, die wir jetzt haben, die Welt, die sie vorher hatten, ich meine die ganz Kleinen, die werden, das sind die Coronials, habe ich neulich gelesen. Also nicht die Millennials oder die, wie heißen sie alle so, diese Bezeichnungen für jeweils eine Generation, die Coronials, jetzt so in dieser Welt aufwachen, vielleicht mit Maske forever, mit dieser ganzen dystopischen Welt, wie wir sie uns gerade immer wieder so vor Augen halten. Ja, interessant, dass es anspricht. Das ist natürlich echt ein schwieriges Thema. Ganz ehrlich, ich habe so in den letzten zwei, drei Jahren verspüre ich bei mir so langsam, dass so ein Gedanken, der immer mehr kommt und so ein Gefühl, was ich immer mehr habe, dass ich glaube, so vieles von dem, was ich mache, also es ist jetzt rein subjektiv so, vieles von dem, was ich mache, mache ich fast wie für Leute in der Zukunft so. Ich mache das vielleicht für, oder das, was wir sagen, unsere Art von Kultur, auch Musik und so weiter. Ich glaube, ganz vieles von dem werden wir verpacken in eine Zeitkapsel und in zwei, drei Generationen wird man das sich holen und wird sich denken, wow, krass. Also ich habe auch wirklich Sorge, dass so für die nächste Generation es wirklich schwierig wird, dass diese Grundwerte von dem, was wir Freiheit nennen, sich Freies entfalten, mit einem als selbstbewusstes Wesen, ich glaube, das wird schwierig. Das wird für die nächste Generation in der westlichen Welt schwierig. Ich möchte jetzt nicht zu pessimistisch sein und kann sowieso keine Prognose abgeben, aber im Moment deutet vieles darauf hin, dass wir mehr Kollektivierung erleben und so weiter und ich weiß nicht, wie schnell wir aus diesem faustischen Trip rauskommen, aber im Großen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, denn es wird wieder eine Generation kommen, es werden wieder viele Seelen werden dort etwas anderes in sich spüren, ein anderes Feuer, einen anderen Hunger und es wird wieder kommen und für die wird es vielleicht interessant zu sein, wenn die dann in so einer völlig durchsynthetisierten, gleichgeschalteten Welt aufwachsen, eben auch mental gleichgeschaltet und wenn die dann auf einmal irgendwelche alten Files entdecken, so aus unserer jetzigen Zeit, wo völlig andere Gedanken kommen, dann kann das für die genauso ein Impuls sein, wie wir uns ja auch an Schriften, an Gedanken von den, die vor uns da waren, orientieren und ja, das ist interessant, dass du das fragst, weil tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren erkenne ich das erst irgendwie, dass auch diese Perspektive da ist. Also wir sprechen nicht nur jetzt natürlich zu unserem Publikum und zu unseren Leuten, sondern es geht auch schon so, wir setzen jetzt auch schon so ein paar Samen, so kann man es vielleicht sehen, wir pflanzen so ein paar Samen, die jetzt erstmal eine Weile gar nicht zu sehen sind, irgendwo verschwinden, aber es geht auch jetzt nicht nur um deinen oder mein Stuff, sondern es geht auch um wir und um unsere Zeit und ich glaube, einiges von dem wird dann vielleicht in 50, 60 Jahren auf einmal echt hochinteressant sein. so, wie gesagt, wie wir ja auch Inspirationen rausziehen, auch aus Sachen, die vielleicht 200 Jahre alt sind, kannst du auch Inspirationen rausziehen. Ich glaube, das wird wichtig. Wenn dann irgendwann 200 Jahre die YouTube-Archäologen die frühen Sendungen durchkämmen, ja. Fundstück der Woche, unsere elfte Ausgabe. Ich meine, das ist das Ganze sehr, weißt du, dass wir jetzt irgendwelche Erkenntnisse haben, die die anderen nicht haben. Es geht ja erst um so Grundwerte, auch so Freiheit. Ich sehe das auch in der Kultur, auch in der Musik. Weißt du, wie, hey, boah, was gab es mal für coole Musik? Ich habe ja schon oft über Comics auch gesprochen, Tim und Stube, all diese Dinge so. Das wird man sehen und wird erkennen, hey, wow, das ist aber noch eine völlig andere Qualität und das ist was ganz, da war aber doch was durch, was man dann in so einer gleichgeschalteten Kultur einfach nicht mehr hat, weil die dann auch langweilig wird und da bin ich mir ganz sicher, dass das auch wieder kommen wird in den Menschen, dass die das durchbrechen so. Deswegen, das ist aus meiner Sicht eben aus großer Sicht auch zum Scheitern verurteilt, diese Pläne von den Nation-Bildern, World-Bildern, die zu glauben, sie könnten dieses ganze Leben, diese Kraft, die man Leben nennt, im Osten spricht man von Dharma oder sowas, zu glauben, dass die das kontrollieren können, das ist so irrsinnig. Ja, du kannst den Leuten voll Stress machen, aber im Großen, dann kommt wieder eine andere Generation, das ist wie Yin und Yang, möchte immer sich wieder vereinen, das wirst du nicht aufhalten können und dann wird es wieder eine Generation geben, die diesen ganzen Kram wieder einreißt. Never-ending-Story, wie Homeoffice. Das war nicht die letzte Sendung heute, oder? Ich wirst ja nicht. Zwei Stunden haben wir geschafft und die Zuschauerzahl schwinden, das ist so ein leichter Wink mit einem Zaunspal. Das reicht zwar, Jungs. Übrigens, nächsten Sonntag, aller großer Voraussicht nach, wird es keine Sendung geben, das sollten wir vielleicht noch kurz anteasern. Nächsten Sonntag, so ist der Stand heute, ist wieder mal eine Veranstaltung geplant, Menschen machen Mut und da sitzt der Raumschiff-Kapitän von heute hinter der Kamera, zum einen. Genau. Und der Sendeplatz ist dann quasi auch gleich reserviert, denn wir senden das natürlich im Livestream nächsten Sonntag. Ich weiß die Uhrzeit gar nicht, Robert. Bist du da schlauer als ich? 20 Uhr hatte ich im Kopf. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob das stimmt, ob das wieder, es ist so dynamisch alles, das kann sich auch ändern, nach vorne oder nach hinten. Wir müssen auch gucken, wie sich die ganze Woche entwickelt. Plan ist es, dass wir nächsten Sonntag nicht hier zu dritt auftauchen, sondern andere Inhalte kommen. Wir schaffen dann den Ausgleich noch. Ja, also Programm kommt trotzdem. Robert nächste Woche hinter der Kamera. Wird ein bisschen eher losgehen. 19 oder 20 Uhr, das teilen wir auf jeden Fall noch mit. Über Telegram. Unten in der Videobeschreibung sind alle Telegram-Kanäle von uns verlinkt. Und was ich möchte noch darauf hinweisen. Wie geht es jetzt weiter hier? Bitte was? Wie geht es jetzt hier weiter bei uns? Da ist auch noch ein Schmankerl für das Publikum da. Ja, ja, was jetzt im Nachhinein noch kommt. Wir zeigen doch jetzt hier den... Ja, das machen wir noch. Ruhig, brauner. Ich wollte noch auf etwas anderes hinweisen, nämlich auf den Film von Dominik Görlitz über seine Abora-4-Mission. Der ist nämlich jetzt verfügbar auf pandarey.tv. Argonauten der Steinzeit. Der hat das wieder dokumentiert. Er war ja dieses Jahr, während dieses verrückten Jahres, hat der sich ja wieder ein Schilfboot gebaut und ist damit wieder auf Forschungsreise unterwegs gewesen. und hat diesmal wieder auch in Zusammenarbeit mit Eingeschenkt.tv einen fantastischen Film produziert. Wie gesagt, die Argonauten der Steinzeit. Robert, kannst du Schrift einblenden? Nee, ne? Nein. Kannst du nicht. Dann schreibe ich das gleich mal noch mit unten rein, den Link zu pandarey.tv. Und den möchte ich empfehlen, den Film, weil der einfach toll ist. Ja, genau. Genau. Was war es noch? Ja, nö. War es eigentlich. Genau. Und jetzt hatten wir uns ja dazu entschieden, sonntags nach unseren Homeoffice-Sendungen immer nicht so abrupt enden zu wollen, sondern immer noch einen Schmanker heranzusetzen. Das ist das, was du meintest, Robert. Genau. Und gerade eben noch die Frage auf dem Chat. Wir machen vielleicht dann am Montag live. Weil die Frage kam, wenn wir nicht live sind am Sonntagabend, wann machen wir es dann? Vielleicht machen wir es dann einen Tag drauf. Das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall wird es nicht unsere letzte Sendung gewesen sein. Ja, oder einen Tag vorher oder wann auch immer. Ja, genau. Ja, soll ich ankündigen, Robert? Nee, mach, mach. Ich war nicht vor Ort. Du kannst es viel besser beschreiben, was da alles passiert ist. Ja, gut, also rum wie nun. Wir hatten ja, jetzt muss ich mal überlegen, letzten Montag, ja, tatsächlich. Also letzten Montag die teuerste Produktion des Jahres. Die zweite Ausgabe oder die eigentlich allererste Ausgabe von Ruderboot moderiert von Uwe Steimler und Katrin Huss. Das stand diese Woche auf dem Programm und hatte gestern Abend 20 Uhr Premiere auf unserer Webseite und kam super gut an. Und wir hatten tolle Gäste bei dieser Talkshow und ich habe ja auch schon ab und zu mal erzählt. Natürlich hatte ich den Anspruch bei dieser Talksendung, das so zu machen, dass man es rein theoretisch analog zu diesen Talkformaten im Öffentlich-Rechtlichen senden könnte. Sowohl technisch als auch inhaltlich, sowohl von der Moderation als auch vom Setting und natürlich vor allem von den Gästen her war das der Anspruch. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist uns gelungen. Also wir haben wirklich mit Uwe Steinle, vor allem mit Uwe Steinle und natürlich Katrin Huss, zwei wirkliche Hochkaräter an Moderatoren dafür gewinnen können. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin total stolz darauf, dass wir mit NuWiso diese Sendung stemmen können und haben uns dafür entschieden, die jetzt einfach nochmal im Anschluss an Homeoffice zu zeigen. Geht zwei Stunden, das heißt, ihr könnt noch zwei Stunden hier im Chat weiter chatten und wir werden vielleicht noch ein bisschen mitchatten. Ja, genau. Also im Anschluss jetzt nochmal die Sendung Ruderboot, brandaktuell. Ich wollte die Gäste noch ankündigen, wir hatten einen interessanten Mediziner, Dr. Karsten Wurm zu Gast, den Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Maas, den Fußball-Weltmeister Thomas Berthold und eine sehr interessante Journalistin Corinna Busch. Genau, viel Spaß bei Ruderboot. In ungefähr einer Minute geht's los. Wenn wir gut nachgesagt haben, meinst du ja. Achso, nee, ganz kurz noch, ganz kurz. Sorry, ich hab's vergessen zu sagen. Wir haben natürlich das neue Comicheft und wir erwarten es diese Woche. Diese Woche, irgendwann wird's kommen. Wir hoffen natürlich morgen. Wir befürchten allerdings eher Richtung Freitag. Wir werden uns bemühen, das alles so schnell wie möglich rauszuschicken. Aber es sieht im Moment eher so aus, wenn ich das so lese, was bei der Post los ist. Und das wird wahrscheinlich nicht mehr bei jedem unter dem Weihnachtsbaum liegen. Die, die jetzt erst bestellen, da wird's wahrscheinlich erst recht nicht, weil wir die Bestellungen chronologisch abarbeiten. Und ja, da ist schon ein bisschen auch was zusammengekommen. Und allerletzter Punkt. Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, noch eine Homeoffice-Edition rauszugeben, weil diese limitierte Auflage mit den Autogrammen von uns dreien und Georg und Daniel doch recht schnell vergriffen war. Und ich wollte die jetzt auch nicht erhöhen, weil das logistisch jetzt ein riesiger Aufwand ist. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das nächste Mal treffen dürfen. Somal wir wirklich über die komplette Bundesrepublik, ja, von Süden, Norden, Osten bis in die letzte Spitze, Westen, also Köln, Flensburg, München, Leipzig, alles dabei. Und das wäre jetzt einfach ein zu großer Ritt. Ich weiß nicht, wann wir das quasi bewerkstelligen können. Die Homeoffice-Edition kriegen wir drei ein bisschen schneller hin oder ein bisschen schneller signiert, glaube ich. Deswegen gibt's die jetzt auch nochmal im Nuoviso-Shop. Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt bin ich fertig mit Sprechen und wünsche allen einen schönen dritten Advent und viel Spaß bei Ruderbaut. Genau. Robert. Ja, ich sag einfach auch noch Danke fürs Zuschauen an alle noch 7.397 Zuschauern. Frank und Frank, macht euch einen schönen Sonntagabend. Kinder schlafen schon, aber kommt gut in die neue Woche rein. Machen wir das Beste draus aus dieser dunklen Zeit. Viel Licht einschalten. Und alles weiter dann die nächsten Tage. Danke fürs Zuschauen. Hier ist Homeoffice. Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann. Ciao. 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 Liebe Zuschauer, wir freuen uns riesig, dass Sie hierher gefolgt sind zu Nuoviso und die erste Folge, also nach der Pilotsendung von Ruderboot. Und man glaubt es ja nicht, viele Anrufe kamen schon, obwohl wir noch gar nicht richtig gestartet sind, warum es denn Ruderboot heißen muss. Und ich habe die Erklärung gefunden, bei Vicky Petra steht zu lesen, anders als beim Paddelboot erfolgt die Fortbewegung konstruktionsbedingt in der Regel entgegen der Blickrichtung der Ruderer. Was lernt uns das? Was lehrt uns das? Rückwärts immer, vorwärts nimmer. Herzlich willkommen zu Ruderboot. Das war schon mal ein superschöner Einstieg. Und ich denke mal, ich stelle mal die illustre Gästerunde unserer Sendung vor. Und wir fangen mit der Dame an, mit Corinna Busch. Sie ist Juristin, Journalistin, PR-Coach, arbeitete im Bundestag. Sie arbeitete auch für die Harald-Schmidt-Show. Sie schaffte es sogar bis nach Hollywood, coachte dort die reichsten Menschen der Welt. Und sie ist Buchautorin, hat ihr Buch mitgebracht. Jedes Leben hat seine Momente. Dann begrüßen wir den sportlichen Mann oder den sportlichsten Mann in unserer Runde. Thomas Berthold. Er ist Fußball-Weltmeister von 1990, ehemaliger Profi des VfB Stuttgart. Im Fernsehen erleben wir ihn seitdem als Experten, unter anderem bei Eurosport, Sport1 und der Deutschen Welle. Und seit diesem Sommer ist er einer der prominentesten Köpfe der Querdenker-Bewegung. Herzlich willkommen. Hallo. Neben mir. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen nach viereinhalb Jahren, glaube ich. Immer wenn Sie hier in meiner Seite sitzen, passiert was Schicksalhaftes. Ich bin gespannt. Dr. Hans-Joachim Maaz ist seit mehr als 40 Jahren praktizierender Psychiater, Psychoanalytiker und Westseller-Autor. Zum Beispiel des Buches Der Gefühlsstau, Das falsche Leben oder, heute ist er mit seinem Buch hier, Das gespaltene Land. Herzlich willkommen. Hallo. Und an der anderen Seite, ich bin hier gut versorgt, heute medizinisch, Dr. Carsten Wurm. Herzlich willkommen. Er ist Arzt, Unternehmer, Coach, Leiter des Kairos-Institutes. Er bringt seit über 25 Jahren die unterschiedlichsten Ärzte in Weiterbildungen zusammen und behandelt seine Patienten ganzheitlich. Und er ist Autor des Hörbuches, kommt aber demnächst auch als Buch raus, Die friedliche Revolution in der Medizin. Herzlich willkommen. Ja, Uwe Steimler, müssen wir nicht mehr vorstellen, glaube ich, hat sich selber schon. Ich habe mich selber gerade vorgestellt und muss sagen, ich habe heute eine bisschen, wie soll ich denn das ausdrücken, ja, war ein bisschen fertig. Ich habe die Zeitung aufgemacht und habe gelesen, dass eine wichtige Episode aus dem Leben Erich Honeckers verfilmt wird, nämlich als er beim Pfarrer Holmer in Lobeda Unterschlupf gefunden hat und ich darf nicht den Erich Honecker spielen. Aber es gibt Schlimmeres, oder? Dafür hast du doch die Chance, heute hier zu sein. Das ist doch vielleicht viel schöner. Und wir wollten ja die Runde positiv anfangen. Wir machen ja so ein bisschen einen Jahresrückblick oder jedoch vielleicht auch so einen persönlichen Blick auf das Jahr 2020. Und da gibt es ja viel zu meckern, viel Hysterie im Moment. Aber wir fangen positiv an, oder Uwe? Absolut. Ich finde, wenn ich was dazu beisteuern dürfte, für mich war zum Beispiel positiv, mein Tochterkind ist fertig geworden mit einem Medizinstudium. In Lübeck hatte ich studiert. Und die sagt, Papa, wenn man es kriegt, es ist nicht lustig. So, nun mach was draus. Aber ich freue mich, weil es wird immer so geklagt und die Jugend und das wird nicht. Ich glaube nicht daran. Wir werden wundersame Zeiten erleben. Und ich freue mich, die macht jetzt noch ihren Doktor. Ich glaube sogar zur Bauchspeicheldrüse. Also für mich ist alles in Ordnung. Wir gucken nach vorne. Und irgendwann ist auch diese Panda, die aus China kommende Krankheit, vorbei. Und Bange machen gilt nicht. Das stimmt. Corinna, wie ist es bei Ihnen? Was Positives? Also ich habe den ersten Lockdown im Frühjahr in Frankreich erlebt. Ich habe da in der Côte d'Azur gelebt und hatte insofern Glück, weil wenn ich so jeden Tag aufs Meer schauen kann, geht es mir persönlich immer schon mal sehr gut. Ich bin so ein Meerkind. Und was das Ganze so dann für mich positiv hervorgebracht hat, ich habe tatsächlich meine Autobiografie geschrieben, was ich nie vorhatte. Aber so als ich in den ersten Tagen, ich wollte eigentlich ein ganz anderes zweites Buch schreiben. Aber als ich dann so in den ersten Tagen in dem Lockdown war und sehr viel am Meer spazieren gegangen bin, dann zogen ganz viele Erinnerungen aus meinem Leben an mir vorbei. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und das war eine ganz, ganz spannende Reise nochmal durch mein eigenes Leben. Und Herr Dr. Marz hat ja dankenswerterweise auch einen Beitrag, einen Fachbeitrag zu meiner Autobiografie beigesteuert. Und für mich also was ganz Positives, was so aus diesem Lockdown und erst mal diesem sehr runterkommenen Jahr, dass daraus etwas sehr Kreatives entstanden ist. Das ist so ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, dass ich es ganz spannend finde, welche Menschen sich jetzt so neu finden und in welchen neuen Konstellationen man zusammenkommt und worüber man diskutiert, und zwar sehr wertschätzend diskutiert, einander zuhört. Das sind für mich so zwei Dinge, die ich als sehr positiv empfinde in diesem Jahr. Ja, Thomas Berthold, was nehmen Sie mit aus diesem Jahr? Ja, bei uns zu Hause haben wir ja sowieso die Philosophie, dass wir immer in die Fülle gehen, nicht in den Mangel. Von daher ist es ein Jahr gewesen, was sehr interessant für uns war. Privat gab es Freundschaften, die haben sich dann getrennt. Aber wie du eben auch gerade sagtest, es kamen ganz viele interessante neue Menschen dazu, mit dem anderen Spektrum. Und das Netzwerk wurde erweitert, wir haben wirklich sehr interessante Gespräche geführt. Also von daher nehme ich immer viel mehr Positives als Negatives mit aus diesem Jahr. Das Einzige, was mir halt so ein bisschen gegen den Strich geht, das eben das Sozialleben, was wir so können aus der Vergangenheit, dass es ja komplett mehr oder weniger sich verändert hat. Also der Austausch mit Freunden, mal in den Club gehen, mal in eine Bar gehen, alles sowas, was uns ja ausmacht. Glühwein trinken. Glühwein trinken, genau. Wobei es gibt ja jetzt diese, ich habe dieses Video gesehen, der Glühweinpolizei, das fand ich so interessant, dass man jetzt Glühwein nur noch in der Bewegung trinken soll. Ja, wegen den Aerosolen. Genau, ja, auch eine neue Erkenntnis. Ja, der Glühweinabend fehlt ein bisschen, aber den kann man sich zu Hause auf der Terrasse auch einrichten. Also von daher, in unserem Jahr steht das Positive immer im Vordergrund, definitiv. Und da wir alle selbst denken, noch mitdenken, gehen wir auch mit großer Zuversicht in das neue Jahr. Positiv denken, den Ball werfe ich gleich Ihnen zu, Herrn Dr. Maaz. Also für mich ist etwas Besonderes passiert. Mein jüngster Sohn ist noch vor dem ersten Lockdown, wollte der eine Weltreise, wie das so ist, Studium fertig, und ist dann in Thailand hängen geblieben und dort aber dann jetzt weiter. Mittlerweile ist er in Panama und er hat ein Kätzchen und das hat er mir dann in Pflege gegeben. Ich habe immer Katzen gerne gehabt und jetzt lebe ich mit dieser Katze. Meine Frau hat einen Hund, wir wohnen aber eben getrennt und das ist nicht so ganz einfach. Aber ich bin auf den Geschmack gekommen. Ich werde mir im Frühjahr Hühner anschaffen und vielleicht auch zwei Schafe, das hatte ich auch schon mal, weil ich mittlerweile der Überzeugung bin, mit Tieren lebt es sich besser als mit den meisten Menschen. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe ähnliche Gedanken. Also ich habe auch gerade da, wo ich wohne, so ein bisschen Wald, wo ich ein bisschen überlege, ob ich noch Tiere dazunehme. Aber da ist man halt so gebunden. Man muss halt sehr oft zu Hause bleiben oder zu Hause sein, die Verantwortung übernehmen. Ja, was haben Sie Positives mitgenommen aus dem Jahr bis jetzt? Ja, ich habe ja in meiner Firma als Hauptwert Transformation stehen und ich erzähle ja schon seit über fünf Jahren, dass wir an sich in einem Wandel sind in der Medizin, aber auch in der Gesellschaft. Und 2020 ist ja das Jahr der Ratte aus Sicht des chinesischen Horoskopes und dieses Jahr stand für fundamental. Und so habe ich eigentlich alle Kurse dieses Jahr begonnen, habe gesagt, es wird dieses Jahr etwas Fundamentales passieren. Obwohl man sagen muss, da hatte ich Corona gar nicht auf dem Schirm, weil wir wussten zwar schon ein bisschen irgendwie Wuhan, da ist irgendwas, aber wir haben es wahrscheinlich viele von uns erstmal ein bisschen belächelt. Und ich habe den Leuten damals schon in meinen Kursen gesagt, es wird dieses Jahr auch eine Sache der inneren Einkehr sein. Es wird darum gehen, wahrscheinlich auch viele liebgewonnene Dinge loszulassen. Ich habe da zum Teil von gesagt, bis zu 80 Prozent deines alten Lebens darfst du loslassen. Und dann hat sich das so die Jahre entwickelt. Nun habe ich ja eine Seminarfirma, das heißt bei diesen ganzen Lockdowns, Shutdowns und was es da alles so gibt, sind wir immer wieder hochgefahren, runtergefahren, zurzeit sind wir, dann waren wir mal zwischenzeitlich wieder oben, zwei Großveranstaltungen gemacht, jetzt wieder unten. Und so das Resümee auch für meine Teilnehmer, für mich selbst ist, dass eigentlich Corona gerade so die Einladung zum Leben ist. Wieder reduzieren, Minimalismus leben, also kein Krankhaften, dass man sagt, man braucht unbedingt nur 20 Sachen, wie das ja manche machen, aber dass wir einfach wieder so ein bisschen zurückkommen an die Überlegung, was brauchen wir wirklich, was macht glücklich. Und ich führe schon seit ein paar Jahren, habe seit 2015 meine Transformation gemacht, ein sehr bodenständiges Leben. Ich habe nicht wirklich viel verloren dieses Jahr. Mein persönliches Umfeld hatte ich schon vorher aufgeräumt. Also ich, aber viele meiner Teilnehmer sind echt dieses Jahr böse überrascht worden von vielen, sage ich mal, vor allen Dingen Trittbrettfahrern. Die vermeintlichen Freunde, die plötzlich, wo es eng wird, ganz schnell weg sind. Oder Opportunisten, wie Stefan Zweig sagt. Ja. Weltfeind Nummer eins, der Opportunismus. Ist das eigentlich den Deutschen eigen? Gibt es die meisten Opportunisten nur in Deutschland oder ist das weltweit ein Phänomen? Es ist ein basales, psychologisches Phänomen, sich anzupassen. Nicht aufzufallen? Nicht aufzufallen, zu einer Gemeinschaft zu gehören, unbedingt dazu zu gehören. Deutschland ist berüchtigt dafür, dass man selbst verbrecherische Zugehörigkeit höher bewertet als die moralische Einstellung. Nur um dazu zu gehören. Ich denke, wir sind sehr stark mit diesem Problem behaftet in Deutschland, aber es ist sicher weltweit ein theologisches Phänomen, immer wieder ja nicht allein zu bleiben. Und wenn man bedenkt, dass viele Menschen ja in ihrer frühen Entwicklung nicht so stabilisiert sind, dann haben sie ein großes Bedürfnis, sich anzubinden, abhängig zu machen, sich führen zu lassen. Und ja, ich denke, das ist auch heute im Moment das größte Problem, dass die Menschen wieder Mitläufer, gerne Mitläufer sind. Ich habe das bei Ihnen im Buch gelesen, also dass Sie auch zu DDR-Zeiten schon festgestellt haben, dass es für die Entwicklung des Menschen vielleicht besser ist, wenn er die ersten drei Jahre eine intensive Mutter-Kind-Beziehung hat. Ja, also ich bin immer ganz erschrocken, dass diese Erkenntnis, die ist so gesichert, so umfassend Bindungsforschung, Entwicklungspsychologie, Hirnforschung, Säuglingsforschung, dass das nicht nur nicht zur Kenntnis genommen wird politisch, sondern fast gegensätzlich politisch gewollt wird. Also, und die Antwort ist einfach klar. Also, wenn Kinder so gut gebunden sind, wie in einer guten Mutter-Kind- und Mutter-Vater-Kind-Beziehung, dann werden sie später nicht so sehr Mitläufer sein, dann sind sie autonomer und selbstbewusster. Wenn man das aber verhindert, hat man Kinder, die heranwachsen, die dann so abhängig sind, so bedürftig sind, dass sie in jedem autoritären System die willkommenen Mitläufer werden. Und ich glaube, das ist eine politische Absicht, Kinder von früh auf so zu verurteilen. Ich frage das auch aus dem Grunde, weil ich hatte mich mal eine ganze Weile mit der Kollegin Eva Herrmann beschäftigt und die letzten Endes Ähnliches beschrieben hat wie Sie. Und das kam ja nur im Kapitalismus. Und plötzlich hatte man jetzt festgestellt, oh nein, wir wollen das so machen wie in der DDR. Und das kann ja auch eine Fehlleistung gewesen sein, weil machen wir uns nichts vor, in der DDR brauchte man die Mütter natürlich auch in der Volkswirtschaft. Ja, klar. Also dieser Slogan, wer die Herrschaft über die Kinderstube hat, hat die Herrschaft über das Land, die Gesellschaft. Weil die Kinder, die so verunsichert sind, wenn die erwachsen sind, dann sind die eben willfährige, was man will, Soldaten oder Konsumenten oder eben jedem autoritären System gefällige Mitläufer. Welche Folgen hat denn die Pandemie jetzt auf die Kinder, die jetzt Maske tragen müssen, die sich an Abstand halten müssen? Und unsere Kinder sind ja sehr brav. Die machen das ja alle, weil sie den Eltern gefallen wollen, weil sie den Lehrern gefallen wollen. Deswegen sind unsere Kinder wie so kleine Vorbilder. Sie machen das besonders gut. Aber welche Schäden hat das dann für später oder gibt es überhaupt Schäden? Also wir werden die Schäden leider sehen müssen. Ich bin ganz sicher, nach dem, was ich beobachte und mir zu Ohren kommt, dass das eine schwere Traumatisierung ist der Kinder. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Einmal, dass sie jetzt so zum Gehorsam gezwungen werden. Und jeder, der abweicht, wird sofort gemobbt und schlecht gemacht. Also ein Kind, das aus irgendeinem Grund keine Gesichtsmaske tragen kann, hat es sehr schwer in der Schule, weil sofort alle gezwungenen Kinder dann praktisch den schwarzen Peter brauchen, gegen den sie sich dann richten. Aber also dieses Gehorsamsproblem wird über Jahrzehnte nicht mehr zu reparieren sein. Und jetzt kommt dann noch die unmittelbare Folge der Gesichtsmaske dazu. Also da ist klar, das ist eine eindeutige Atembehinderung. Weniger Sauerstoff, mehr CO2. Das wissen alle, die das mehrere Stunden tragen müssen, was das für Beschwerden macht. Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen und so weiter. Und dass Kinder auf diese Weise einmal in ihrer Lebendigkeit, auch im lebendigen Atmen, im Kontakt gehindert werden. Dass man die Mimik nicht mehr sieht, den mimischen Austausch nicht mehr hat. Und dann kommt ja noch praktisch das Verbot dazu, größere Nähe zu haben, auch körperliche Nähe. Also was im Moment geschieht mit den Kindern, dürfte eine schwere Massentraumatisierung sein, die über Jahrzehnte wahrscheinlich wirken wird. Denn das ist ja wieder das Problem, was in der Kindheit und je früher umso mehr angerichtet wird, wirkt, prägt sozusagen das ganze weitere Leben. Also für mich ist das eine der schwersten Kindesmisshandlungen, die ich im Moment miterleben muss, dass mit unseren Kindern so umgegangen wird. Sie haben ja Kinder in Ihrer Praxis. Vielleicht können Sie mal erzählen, was da gerade los ist. Also er berichtet ja jetzt schon die Spätfolgen, das kann ich auch absolut so unterstützen, dass wir das so erleben dürfen. Zur Zeit fallen die Kinder ja in erster Linie durch typische Stresssymptome auf. Also wenn wir natürlich in ein Milieu kommen, was uns gar nicht entspricht in diesem Alter, dann kommen wir ja unter Stress. Das heißt, der Sympathikus, das ist sozusagen das Gaspedal des vegetativen Nervensystems, fährt hoch. Und das ist ja eigentlich der Kampfmodus, den wir aus der Evolutionsbiologie heraus kennen. Die Kinder können sich gar nicht mehr konzentrieren. Also Wissensvermittlung unter diesen Rahmenbedingungen ist eigentlich unmöglich. Ich habe ja selber zwei kleine Ziehkinder, die noch in der Schule sind. Also Wissensvermittlung ist nicht möglich. Die Lehrer sind nicht mehr in der Lage, Disziplin zu halten mit den Kindern. Mal abgesehen davon, dass Kinder, die in dicken Anoraks bei Dauerbelüftung in winterlichen Zuständen fast überhaupt nicht mehr präsent sein können, dann geht das Ganze, transferiert sich ja dann von der Schule nach Hause. Auch die Eltern stehen unter Druck in der jetzigen Zeit. Das heißt, zu Hause kommt es meist dann noch zum Crash, zum Konflikt. Und das sind keine guten Ausgangssituationen. Und die Kinder, ich will mal sagen, die Kinder wollen ja geliebt werden. Sie wollen gefallen. Das heißt, sie lassen das alles über sich ergehen. Werden ja dafür auch noch gelobt, vor allen Dingen von den Lehrern. Und für uns auch als Eltern zu Hause ist es ja wirklich nicht einfach, jetzt so die andere Seite auch zu zeigen. Das ist ja ein Spagat, was man da wählen muss. Und versucht, die Kinder zumindest so gut wie möglich zu behüten. Also ich glaube, da dürfen wir auch keine Illusionen haben, dass wir alles heil machen. Aber dass wir das wenigstens etwas abmildern. Keine Bemerkung. Kann vielleicht Bewegung etwas nutzen? Fußball spielen darf man ja, Herr Berthold. Ja, aber nur in der Bundesliga. Deswegen habe ich es ins Spiel gebracht. Nein, das ist schon sehr grotesk. Die Kinder dürfen nicht zum Training, aber am Wochenende dürfen wir alle im Fernsehen befolgen, dass die Lizenzspieler ihrem Beruf nachgehen. Das ist alles, also wie gesagt, ich kann das sowieso nicht nachvollziehen, was in unserem Land hier gerade passiert. Aber nicht nur, was jetzt das C-Thema angeht. Ich möchte schon gar nicht mehr aussprechen, diesen Begriff. Sondern was viele andere Themen auch betrifft. Wir Gott sei Dank haben zu Hause keine schulpflichtigen Kinder mehr. Wir haben noch eine Tochter an der Uni. Die hat halt das Problem, wie sie es eben auch beschrieben haben, dass die Laufen frieren. Und da frage ich mich auch, wenn der Körper friert, wie soll der Geist da wach bleiben? Aber wir haben ja gesagt, du, wenn es dir eben nicht passt, gehst du nach Hause. Ja, weil das sind ja Rahmenbedingungen, die sind ja unmenschlich. Wir haben es gerade angesprochen oder Sie haben es gerade angesprochen. Es ist verrückt, was gerade in diesen Zeiten passiert. Und viele, Gott sei Dank, viele Menschen fragen sich, werden wir in Deutschland eigentlich von einer cleveren, intelligenten und vorausschauenden Regierung regiert? Hat unsere Regierung die Pandemie wirklich im Griff? Was glauben Sie oder was meinen Sie? Überhaupt nicht. Also, wenn man am Anfang noch denken konnte, okay, da ist eine unklare Situation und da müssen Politiker entscheiden. Das kann man noch verstehen. Aber jetzt passiert ein Riesenproblem. Politiker, die mit einer narzisstischen Problematik behaftet sind, das sind die meisten. Sonst kommt man nicht in eine solche Führungsposition, können nicht Fehler zugeben. Sie können nicht sagen, oh, haben wir falsch entschieden, haben wir nicht besser gewusst, tut uns leid. Sondern Sie müssen es dann durchziehen. Sie müssen alles tun, um praktisch den Eindruck zu wecken, es war alles bestens, es war alles richtig und es wird immer besser. Und wir sehen es ja, dass auch in den Maßnahmen, wenn ich nur an Herrn Söder denke, es immer härter, immer strenger, immer autoritärer wird, also wie ein süchtiger Mechanismus, sich zu überbieten, immer noch klarer, immer noch entschiedener, immer noch härter den Kampf gegen ein Virus aufzunehmen. Schon dieser Begriff, also, dass wir einen Krieg führen gegen ein Virus. Kann man gar nicht gewinnen. Kann man nie gewinnen. Aber, dass es um einen Krieg geht, ist wahrscheinlich richtig. Also, die Gestörten sind offenbar nicht im Volk zu finden, sondern woanders. Und in einer Gesellschaft, wo keine Fragen gestellt werden dürfen, da ist es schon weit nach ein Böse. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass Bayern sozusagen als Vorreiter des Sozialismus dient. Wobei man natürlich auch sagen muss, damit man das Bild jetzt nicht zu sehr polarisiert und sagt, wir haben ja nur ein Politikerproblem. Die sind gewählt und selbst wenn man noch ein bisschen Wahlbetrug einräumt, sind sie trotzdem auch irgendwo ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, danke. Ich will mal sagen, die haben, solange es dem Sozialstaat gut ging, die Leute ihr Geld mit nach Haus genommen haben, konsumieren konnten, waren alle ja mehr oder weniger, ich sage mal, zufrieden. Sie waren nicht glücklich. Aber sie waren zufrieden. Und man hat die Politik einfach walten lassen. Und jetzt, glaube ich, sind wir so langsam an so einem Gefühl vielleicht, was Demokratie eigentlich sein müsste. Weil man kann das ja nicht, was gerade läuft, Demokratie bezeichnen. Aber das setzt ja dann auch wiederum voraus, dass die Menschen sich irgendwo mit aktiv einbringen. Also, dass sie überhaupt erst mal verstehen, wie das System gerade läuft, worauf eigentlich die ganze deutsche Wirtschaft basiert, die Weltwirtschaft, Wertestrukturen. Und dass jeder dann auch mal wieder was, sage ich mal, auch fürs Gemeinwohl beiträgt. Das ist uns alle so ein bisschen in 20, 30 Jahren Wohlstandsleberei, glaube ich, ein bisschen abhandengekommen. Also, da fangen wir langsam an, eine Idee zu haben, wo es vielleicht für eine neue Gesellschaft hingeht. Jetzt sind wir wieder bei Transformationen. Ich werde noch mal zur Regierung kommen. Wir haben ja jemanden, der unmittelbar jedes Fleckchen kennt beim Bundestag, nämlich Corinna. Sie hat sich als junges Mädchen, um die Wendezeit war das, unter Helmut Kohl, beworben für eine Azubi-Stelle und bekommen. Und war ja mindestens drei Jahre lang im Bundestag in jedem Winkel aktiv. Im Bundeskanzleramt. Im Bundeskanzleramt. Nun, was haben Sie erlebt? Ich war das, genau. Klaunen Sie doch mal aus dem Nähkästchen. Ja, also, wenn ich eins dort wirklich mitgenommen habe oder erlebt habe, also es war zum einen, es war eine sehr, sehr interessante Ausbildung, weil man wirklich hinter, also ich konnte hinter alle Kulissen schauen. Das war damals neu, dass im Bundeskanzleramt ausgebildet wurde in der Verwaltung, weil Helmut Kohl eben gesagt hat, also wir haben jetzt so viel Mangel an Ausbildungsplätzen, Bundeskanzleramt muss jetzt auch ausbilden. Und die wussten im Grunde genommen gar nicht so richtig, was sie eigentlich da mit uns veranstalten sollten. Und haben dann am Anfang der Ausbildung gefragt, ja, was wollen Sie denn hier alles sehen oder was interessiert Sie denn? Ich habe gesagt, mich interessiert alles. So, und das hat dazu Folge, dass ich nach den drei Jahren also wirklich vom Bunker unter dem Bundeskanzleramt bis zur obersten Etage, wo die ganzen Staatsgeschenke gehochtet wurden, von allen möglichen Besuchern, bei Staatsbesuchen, also wirklich sehr, sehr viel gesehen habe. Eine sehr, mich lange, es hat mich lange beschäftigt, diese Erkenntnis, dass es eher weniger wirklich um die Menschen und um die Gesellschaft ging. Was ich damals wahnsinnig gerne gemacht habe, das waren nicht die Staatsbesuche, das war auch interessant, das alles mal mitzubekommen, aber ich habe irrsinnig gerne Dienst in der Telefonzentrale gemacht. Das fand ich total spannend. Ich habe da gesessen tagelang und habe mir quasi die Sorgen und Beschwerden der Bürger angehört. Und wenn mich dann abends oder am nächsten Tag dann irgendwo der Ausbildungsleiter gefragt hat, ja, was haben Sie denn gestern gemacht, wo waren Sie denn so? Und dann habe ich gesagt, ah, ich habe unten in der Telefonzentrale gesessen und ach, da habe ich wieder Geschichten gehört. Das hat niemanden interessiert. Unglaublich. Das hat niemanden interessiert, das wollten die gar nicht hören. Und so jung, wie ich damals ja noch war, dachte ich mir, aber das gibt es doch gar nicht, das muss doch irgendjemand sich mal anhören. Übersicht, den ganzen Tag für Geschichten. Und das hat für mich damals schon so, also wirklich um die Menschen oder um die Gesellschaft scheint es doch nicht so zu gehen. Und das hat sich dann im Bundestag fortgesetzt. Da habe ich als Student hier nebenher gejobbt, um mir das Studium zu finanzieren. Aber das war eine zentrale Erkenntnis wirklich, es geht eher weniger um die Gesellschaft und um die Menschen, sondern um sehr, sehr viele andere Dinge. Wie der Betrieb abläuft. Erinnern Sie sich noch an eine Frage, wo Sie gesagt haben, die ist doch hochinteressant aus den 90ern? Wie meinen Sie das jetzt? Sie haben gesagt, Sie haben sich die Fragen angehört, der Leute in der Telefon. Ja, also ganz viele hatten, also fühlten sich tatsächlich auch damals schon nicht so wirklich wahrgenommen. Oder da gab es welche, die hatten auch damals schon finanzielle Sorgen. Also Geld spielte natürlich immer eine Rolle. Das war so eines der Hauptthemen. Aber wirklich auch, dass auch keine Reaktion erfolgte dann irgendwo. Es gab zwar ein Petitionsreferat, wo ganz viele haben ja auch Briefe geschrieben dahin. Das wurde dann auch vom Petitionsreferat entsprechend beantwortet. Aber bei vielen hatte man damals schon so den Eindruck, also die fühlten sich nicht gehört. So nach dem Motto, es gibt einen Kummerkasten, ihr könnt euch ja hierher wenden. Genau. Aber es ist eher lästig, wie man in Sachsen sagt. So etwas schwierig. Es ist natürlich klar, ein großer Arbeitsaufwand. Also wenn man sich vorstellt, da kommen hunderte oder tausende Petitionsschreiben an und man will da irgendwo drauf reagieren. Natürlich gibt es da oder gab es da Textbausteine, die dann zusammengesetzt wurden, um da den Menschen eine Reaktion zu geben. Das ist natürlich auch Aufwand und viel Arbeit. Aber dennoch, das war damals schon für mich irgendwo so ein bisschen so eine ernüchternde Sache. Wo ich sagte, naja gut, also einer der Gründe, warum ich dann einen anderen Weg weitergegangen bin. Erklären Sie sich, woher diese Diskrepanz kommt zwischen oben und unten, sage ich jetzt mal, zwischen den Gewählten und den Erwählten? Also die Gewählten, das ist ja das, was Herr Dr. Maaz eben auch gesagt hat. Wir sprechen da natürlich oder wir sind dort umgeben von sehr vielen narzisstisch geprägten Persönlichkeiten. Das muss man ganz klar sagen. Denn es ist eindeutig so, wenn man diese Persönlichkeit nicht hat, und das war sicherlich auch der Grund, warum ich nicht in die Politik gegangen bin. Ich darf das, glaube ich, so von mir behaupten. Dann kann man da nichts werden. Hatten Sie das Angebot? Ich hätte Möglichkeiten gehabt, ja. Ich hätte Möglichkeiten gehabt, weil das war natürlich insofern, ich war sehr jung, ich war dann ausgebildet drei Jahre im Bundeskanzleramt. Dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Rechtswissenschaften studieren und habe dann auch im Bundestag gearbeitet. Also es wäre ja eigentlich die ideale Vorlage gewesen. Ich war in vier Sprachen ausgebildet worden in der Schule. Die ideale Vorlage gewesen, um zu sagen, komm, geh da irgendwie diesen Weg weiter. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Was hätte Sie interessiert, wenn ich fragen darf? Also es gab da bestimmt was, wo Sie gesagt hätten, also das wäre meins. Also zum Beispiel, ich weiß es nicht, kann Ihnen nichts in den Mund legen, Mama Merkel? Nicht wirklich, nee. Also ich glaube, so diese ganze Energie und diese Stimmung, die da so herrschte, da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt. Das war nicht meins. Obwohl ich damals noch von den Erkenntnissen, die ich heute habe, sicherlich noch sehr, sehr weit weg war. Aber instinktiv habe ich damals schon so für mich gespürt, das ist nicht deine Welt hier. Also das ist nicht etwas, wo du dich jetzt die nächsten zehn oder zwanzig Jahre tummeln möchtest. Denn da geht es wirklich, ging es ja um Funktionieren. Also man kann ja dann nur in einer Partei oder auch in den entsprechenden Positionen weiter aufsteigen. Man muss immer im System mitspielen. Also man kann da jetzt nicht offen immer sagen, was man wirklich denkt. Man muss da, man ist Teil eines Systems und man ist da ein Rad in einem System. Und entweder du läufst so, wie das eben von der Partei oder von wem auch immer gewünscht wird, oder du tust das nicht. Und wenn du das nicht tust, dann hast du sowieso keine Chance. Und vielleicht war das auch so meine Erkenntnis vorab, es wird eh nicht funktionieren, mach lieber direkt was anderes. Aber da wurden, ich hatte nachher zum Teil meinen Schreibtisch in der sogenannten Asservatenkammer stehen, wo die ganzen Staatsgeschenke gelagert wurden. Und da habe ich mir damals auch schon gesagt, ich kann jetzt keine Namen nennen, aber wenn die Menschen wüssten, wessen Staatsgeschenke hier so verehrt und gepflegt werden. Ja, also es war nicht alles immer so schön goldig glänzend, wie es nach außen verkauft wurde. Und da reden wir jetzt von den 90ern und wir sind ja diese Maschinerie. Das ist lange her, ja. Denken Sie, dass diese Form von Politik, also mit den politischen Parteien noch lange Bestand hat? Oder brauchen wir, also der Gegenschluss wäre ja zu sagen, wir brauchen mal Menschen aus dem Volk, die jetzt bestimmt werden, also und nicht unbedingt parlamentarische Demokratie. Das ist, aber das ist etwas, was ich, was ein Herzenswunsch von mir wäre, weil wenn man sich das anschaut, was jetzt gerade in diesem Jahr passiert und wie Politiker reagieren, wir stellen ja, die haben alle eines gemeinsam, also egal, ob ich jetzt Ministerpräsidenten bestimmter Bundesländer nehme, ob ich den Chef des Weltwirtschaftsforums nehme oder ob ich einen sehr großen Milliardär aus den USA nehme, der sich sehr im Impfwesen engagiert. Die haben alle eines gemeinsam, die haben keinerlei Empathie. Wenn es wird seit Monaten immer nur, die Zahlen sind noch schlechter und alles ist schlecht und die Gefahr ist so groß. Es wird also ganz bewusst Angst bei den Menschen erzeugt und ganz viele Menschen sind verständlicherweise auch mittlerweile in einer sehr großen Angst. Und das ist für mich etwas, also wie soll Politik, also ich würde mir eine Politik wünschen, oder wie man das dann auch immer nennt, die empathisch mit einer Gesellschaft und zwar agiert, dass man wirklich gemeinsam Dinge anschaut und gemeinsam mit diesen Menschen, also sie wirklich nur begleitet. Was wir erleben, ist ja wirklich autoritär von oben. Also ich empfinde Deutschland als einen großen überdimensionierten Kindergarten. Wir sind die Kinder, die da im Sand sitzen und wir kämpfen uns jetzt auch gegenseitig mit Eimerschen und Schäufelchen. Das findet vorzugsweise in den sozialen Medien statt, aber eben auch leider Gottes häufig, wenn man analog in Unterhaltung verstrickt ist, wobei das besser ist, was ich auch immer sehr empfehle. Geht analog in die Kommunikation, unterhaltet euch offline, hört das auf mit diesem, euch in Kommentarorgien bei Social Media stundenlang fertig zu machen gegenseitig, weil auch das führt alles nicht weiter. Steckt die Zeit lieber in eure eigene Weiterbildung, geht, trefft euch mit den Freunden, kümmert euch um die Familie oder geht raus in die Natur, also tut was für euch. Das ist alles viel, viel sinnvoller, als sich stundenlang da mit Kommentaren fertig zu machen. Und empathische Politiker würden das auch nicht so fördern. Das wäre eine ganz andere Gesellschaft. Also ich glaube, da gehen wir beide sehr d'accord, dass im Grunde genommen, auch wenn es gesagt wird, ja, wir brauchen andere Politiker, ja, man muss eigentlich wirklich nur offen darüber diskutieren, dass es wirklich eine ganz andere Politikergeneration beziehungsweise andere Persönlichkeiten sein müssen, die empathisch sind, die mit sich selbst in einem Reinen sind. Mitfühlend. Die mitfühlend sind, wo es nicht von oben drauf geht, sondern um ein Miteinander, wirklich miteinander agieren. Und das wäre toll. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine riesige Illusion ist oder sehr naiv so zu denken, aber das fände ich persönlich toll. Ich habe das bei der letzten Regierungserklärung von Frau Merkel gesehen. Also erstens Körpersprache, finde ich ganz wichtig, wie jemand sich gibt und verhält. Und dann hat sie, also selbst den Satz gesagt, ich habe mir den nicht ausgedacht, die Bevölkerung hat eigentlich ein Recht darauf zu erfahren, was Regierung und die Länder beschließen. Eigentlich. Und da ist keiner, der mal einen Kommentar oder sagt, Moment mal, wie kommen Sie, also Sprechen ist ja letzten Endes Denken. Und das schließt an das an, was Sie gerade... Also wenn ich mir jetzt beispielsweise Ministerpräsident Söder anschaue, und ich sage das wirklich mit größtem Respekt allen Politikern, allen Entscheidungsträgern gegenüber, aber das ist nicht wirklich mental in einer guten Balance, wie sich der Mann da präsentiert. Weil sonst würde man nicht solche Vergleiche bringen, wie Todeszahlen jeden Tag stürzt ein Flugzeug überdäute. Alle vier Minuten stirbt ein Mensch am Virus, habe ich gerade im Radio gehört. Das macht man nicht. Wie kommt man auf so eine Zahl? Man hört ja nichts Aufbauendes. Mittlerweile wird ja alles unter Corona. Alle vier Minuten stirbt ein Mensch am Virus. Ich wollte mal auf das Thema Angst kommen, weil ich habe so beobachtet, es gibt ganz unterschiedliche Ängste in unserer Gesellschaft momentan. Also die große Angst vor Corona, vor dem Tod, wir werden alle sterben oder wir infizieren uns und werden schwer krank und haben Spätfolgen. Aber es gibt ja auch die andere Angst, die, und das wächst ja immer mehr, diese Masse an Menschen, die Angst hat vor der Diktatur, vor der Gesundheitsdiktatur. Und dann gibt es noch die Ängste vor Existenzangst, vor Armut und wahrscheinlich noch viele, viele mehr. Und was ich eigentlich beobachte, ist, dass die Menschen mit den unterschiedlichen Ängsten nicht mehr miteinander reden können, dass die sich anfeinden, dass die sich im Prinzip bekriegen und sich nicht mehr verständigen. Was können wir denn da tun oder wie beobachten Sie das? Damit habe ich mich besonders beschäftigt, weil im Grunde genommen das ganze Dilemma, in dem wir stecken eine Angstproblematik, also Panikdemie, eine Panikdemie. Und Sie sagen es schon, es gibt Realängste, also am Anfang an einem Virus zu erkranken oder sterben und jetzt zunehmend auch die Realängste um die soziale Zukunft, was wird politisch und wirtschaftlich und so weiter. Für jeden hat es Gründe, sich real zu sorgen, was wird die Zukunft bringen. So, jetzt ist das Auffällige, dass ja politisch, medial regelrecht Angst geschürt wurde. Ständig übertrieben, bis heute mit solchen Zahlen werden die Menschen geängstigt. Und das ist jetzt aus meiner Sicht eine besonders problematische bis traumatisierende Situation, weil damit alle Ängste, die wir alle haben, die aber schlummern, die unterdrückt sind, die verdrängt sind, also die Angst, bin ich richtig, bin ich gut genug, lebe ich mein Leben richtig, werde ich den Anforderungen gerecht und so weiter. Also eine Fülle von individuellen Ängsten, mit denen wir irgendwie zurechtkommen, die sind jetzt aufgewühlt durch diese verunsichernde Situation, werden aber, und das ist die verhängnisvolle politisch-mediale Absicht, werden auf das Virus projiziert. Die Menschen werden abgehalten, sich Sorgen, reale Sorgen zu machen über ihre Zukunft und über ihre individuellen Probleme. Weil sie jetzt alle auf das Virus blicken sollen und das ist jetzt sozusagen die Angst, das Virus wie ein Schwamm, das alles aufsaugt, der alles aufsaugt. Und das macht im Grunde genommen, ich sage, die Menschen so verrückt, so paranoid, so gehorsam. Und was Herr Wurm vorhin auch gesagt hat, sind nicht nur die Politiker, das geht mir auch so. Es sind auch die Massen der Mitläufer. Und mit dem Begriff der narzisstischen Gesellschaft habe ich mich ja mal darum bemüht zu klären, also Narzissmus ganz kurz, eine Selbstunsicherheit, Minderwertigkeit aus früher ungenügender Bestätigung. Es gibt zwei Varianten. Man kann diese Minderwertigkeit ins Größen selbst bringen. Dann tritt man so auf, also ich bin jetzt besonders tüchtig und stark und ich beweise, dass ich doch liebenswert bin. Damit wird man Chef, damit wird man Politiker. Es gibt aber auch das Gegenteil, das, was ich Größen klein nenne. Die gleiche narzisstische Verunsicherung oder Problematik, die aber nicht in die Größe transformiert wird, sondern ins Kleinbleiben. Ich mache mich bedürftig und weiß nicht so recht, damit zwinge ich ja nahezu alle anderen sich um mich zu kümmern. Und damit bekommt man nun auch Zuwendung, dass aber leider alles falsch ist, weil es ja nicht echte Liebe, echte Zuwendung ist. Aber dieses Zusammenspiel, die Kollusion zwischen den Menschen im Größen selbst, die in der Regel an die Macht kommen, und den Menschen, die im Größen klein bleiben, nämlich Abhängige, das wird im Moment durch die Angst sozusagen chronifiziert oder entwickelt sich dieses Zusammenspiel. Und das ist für die Gesellschaftsentwicklung verheerend, weil das ist wie eine Panzerung. Das ist jetzt die eine Gruppe, die die Ängste hat. Ich meine aber noch die andere. Und wenn man sich mit den ganzen Hintergründen beschäftigt, sich mit Leuten unterhält wie Markus Krall oder Ökonom und auch die Bücher liest, dann kriegt man die ganz andere Angst, nämlich die Angst, oh Gott, wir werden demnächst alle kontrolliert. Es steckt hinter allem ein Plan und im nächsten Jahr werde ich aufwachen und ich werde mein Haus nicht mehr haben, mein Spargeld nicht mehr haben, wir werden enteignet. Es gibt eine Inflation, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja auch eine Angst, die da geschürt wird. Und wenn man das nicht nur beobachtet, sondern an sich ranlässt, hat man die gleiche negative Energie wie die, die vor dem Virus Angst haben. Das finde ich so erschreckend. Aber es wird dennoch weiterhin auf das Virus projiziert. Also politisch, medial. Ich denke, solange wir angehalten sind, überall eine Gesichtsmaske zu tragen, ist das das Symbol dieser Angst und Ängstigung. Und der Unterwerfung. Corona, wie heißt denn der Mensch? Kekule. Der wurde ge... Danke. Der Virologe aus Halle. Nee, aber das fand ich super. Corona-Kumpas. Das fand ich so großartig. In der Sprechstunde fragte eine ältere Frau und die hat gesagt, wie ist denn das bei mir, wenn ich schweige? Dürften doch gar keine Aerosole fliegen. Und da hat er gesagt, das ist auch meine Theorie, die konnte ich aber jetzt noch nicht weiter durchsetzen. Aber Sie haben völlig recht, wenn man schweigt, spricht das Virus nicht. Na, da wissen wir, wo es hingeht. Also das wäre... Lerne schweigen ohne zu kommen. Die Befreiung von der Gesichtsmaske wäre dann, wir schweigen alle. Aber wir haben, ich meine, das provoziert ja nur wieder die, die eben nicht schweigen, sondern die sich öffentlich hinstellen und den Mund aufmachen und einer davon sind Sie. Also das würde mich... Ich muss eben wegen Ihrer Aufführung, wegen der Maske. Ich laufe ja noch relativ viel raus im Freitrummachsport und beobachte, ich bin jetzt kein Psychologe, ich beobachte immer die Menschen, die mir entgegenkommen. Das ist schon phänomenal. Also manche haben da die Maske hier, die sehe ich dann so 50 Meter weit weg. Je näher ich komme, zack, hoch. Unfassbar. Manche machen einen großen Bogen zur Seite. Gibt da ganz normale, ich laufe mit der Maske an mir vorbei. Aber ich treffe kaum mehr einen ohne Maske auf der Straße oder wenn ich im Park renne zum Laufen, also der überhaupt keine Maske mehr aufhört in Frankfurt. Ich glaube, bei uns ist mittlerweile überall Maskenpflicht. Also das ist schon phänomenal. Ich schlafe schon mit Maske. Das ist doch phänomenal. Ja, da kann ich Sie früh nicht vergessen. Also aber zu Ihrer Frage, um auf Ihre Frage nochmal einzugehen. Also mir ging es ja darum, meine Frau war ja die ausschlaggebende Person, dass ich da aktiv wurde auf der Bühne. Mir ging es ja darum, dass wir unsere Grundrechte zurückbekommen und dass wir in der Freiheit leben können. Also und zwar angstfrei und selbstbestimmt. Ich habe ja viele Jahre meines Lebens durch meinen Sport mit meiner Gesundheit Tag aus, Tag eins zu tun gehabt, weil das ist das größte Asset eines Leistungssportler, die Gesundheit. Und wenn wir uns mal jetzt unsere Gesellschaft anschauen, was haben wir denn für Probleme? Zu Mangel an Bewegung, die Leute essen schlecht, sind alle viel zu fett. Das sind die wahren Probleme. Darauf wird ja gar nicht eingegangen. Und worauf auch nicht eingegangen wird, wieso kommt man nicht mal in ein Zeitalter rein, wo man eben schon im Kindergarten anfängt, die jungen Leute aufzuklären. Was muss ich machen, dass ich gesund bleibe? Was muss ich machen, dass ich mich im Endeffekt auch bewege? Weil wir sind so gebaut, dass wir uns bewegen müssen. Wir sind nicht gebaut, dass wir liegen oder sitzen. Das geht ja völlig in der Gesellschaft, auch in der Bildung schon, im Kindergarten, Schule, Vorschule verloren. Und am Ende kommt so ein degenerter Mensch bei raus, muss ich leider sagen. Der sich dann Tag ein, Tag aus, je älter er wird, mit Tabletchen links, Tabletchen rechts bedient, um über den Tag hinauszukommen. Also wenn das ein Modell ist für eine moderne Gesellschaft, da kann ich nur sagen, da musst du entweder auswandern oder musst du dich eingraben. Ich denke, so viele denken, so wie Sie, wir ja auf jeden Fall auch, aber nicht jeder traut sich auf eine Bühne und den Mund aufzumachen mit dem Ganzen, was dann anschließend kommt, an Shitstorm oder an Bewertungen. Ja, na ja gut, der Shitstorm ist mir bekannt aus dem Sport. Ihre Frau ist schön, dass Sie es gemacht haben, aber was war denn der Motor oder gab es irgendwie einen Auslöser, dass Sie beide gesagt haben, so jetzt äußere dich mal, dich kennt man, vielleicht hört man auf dich, vielleicht vertraut man dir. Die Leitmedien und die einstehenden Auftrag haben, die Bevölkerung aufzuklären, was machen die? Die verhindern Aufklärung. Leute, Experten oder Virologen, die eine andere Meinung vertreten, die werden denunziert, diskreditiert oder Beiträge werden gelöscht. Und wenn man eben dann, so wie meine Person, auf einer Bühne steht oder seine freie Meinung einfach äußert, dann bist du ganz schön in der Rechtsecke Antisemit oder Verschwörungstheoretiker oder hast nicht alle Tassen im Schrank. So sieht es aus. Aber ist das nicht auch ein Schema, also vor fünf Jahren, ja, das wissen wir, aber und ich denke mal, viele Prozentteile unserer Menschen, unserer Menschen in Anführungsstrichen, wissen das auch. Aber du siehst ja, die ganze Gesellschaft, also wir müssten ja alle mal reden, aber dieses Miteinanderreden wird permanent unterbunden. Sag mal, ob das jemand Interesse hat. Also es gibt, Entschuldigung, es gibt eigentlich für mich immer so zwei Dinge, an denen Entscheidungsträger kein Interesse haben. Das eine ist an einer informierten Gesellschaft und das andere ist eine psychisch gesunde Gesellschaft, die auch wirklich so miteinander in Liebe und Freundschaft verbunden ist. Und das kann man in den letzten Monaten, finde ich, ganz wunderbar beobachten, denn dafür wird nichts getan. Die Menschen werden nicht aufgebaut, es kommt nichts Positives, es kommt nichts, tut was für, geht raus, also pflegt euch und so weiter und so fort, sondern sie werden immer nur negativ bestrahlt. Und ja, meiner Meinung nach besteht daran kein Interesse. Da immer behauptet wird, wir hätten ja doch Weinungsfreiheit, fällt mir ein Ausspruch von dem Diktator Idi Amin ein, der gesagt haben soll, wir haben die Freiheit der Rede, aber wir haben nicht garantiert die Freiheit nach der Rede. Sehr schön. Und das ist, glaube ich, genau die Situation, in der wir uns befinden. Ja, man kann großmaulig sagen, ja, wir können auch noch alles sagen, aber wenn man bedenkt, was das für den Einzelnen für Folgen hat, dann fängt man eben an, sich selber zu zensieren oder nicht mehr das Mal auf. Und das macht auch krank. Natürlich. Und wer sagt uns, dass viele Krankheiten, gerade eben auch durch dieses Nach-Innen-Atmen, der CO2-Ausstoß, den du eben immer wieder ein, die schlechte Luft immer reinnimmst, vielleicht macht das auch die Leute krank. Da gehört man aber immer das Gegenargument, die Mediziner tragen ja auch den ganzen Tag Maske. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Die Mediziner. Obwohl Sie wollte ich eigentlich dazu befragen, gerade, weil wir gerade dabei waren. Na ja, zur Maske ganz kurz. Ich komme ja ursprünglich aus der Wirbelsäulenchirurgie. Also wir haben große Eingriffe früher gemacht, acht Stunden und länger. Sogar mit Bleischürze. Und dauerhaft natürlich die Maske. Aber das waren ja klimatisierte OP-Räume, die runtergekühlt waren, die sauber waren. Und das ist ja, und Achtung, auch aus der inneren Haltung heraus, wir wollen Hygiene halten für das OP-Feld. Hier ist es ja jetzt alles ganz anders. Moment, ich muss sofort dazwischenfragen, weil ich es sonst vergesse. Also, aber es wurde doch gesagt seitens der Regierung, dass das Virus gerade im Winter sehr gerne fliegt und sich ausbreitet. Und jetzt kommen Sie und sagen, das ist schön runtergekühlt, weil? Damit wir dort arbeiten können. Der Patient wird ja auch runtergekühlt. Ja, aber ich denke, wenn es kalt ist, fliegt das Virus am liebsten? Das würde ich so nicht sagen. Warum haben wir denn im Winterhalbjahr häufig so viele Erkältungskrankheiten? Das hat schon mit der Temperatur, mit den klimatischen Bedingungen zu tun. Das heißt, wir sind alleine schon durch das Thema kalte Füße, wissen wir, dass die Durchblutungsveränderungen in der Nase und die Chance, Viren aufzunehmen, deutlich größer ist. Deshalb sollten wir zum Beispiel im Winter uns warme Füßchen halten. Und da haben wir natürlich die Coronaviren und deshalb haben wir dort im Winterhalbjahr immer diese Anfälligkeit. Also das ist ja normal. Aber wie gesagt, mit der Maske, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den ich gerne noch zum Thema Angst. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, was wir gerade haben. Also Angst gehört ja auch erst mal wieder evolutionär zu uns. Irgendwann vor 10.000, 20.000, wer weiß wie viele Jahren, sollten wir ja irgendwo einen Riecher haben, wo uns einer etwas Böses möchte und dass wir ihm entweder ein paar draufklopfen oder flüchten. Was sich dann aber weiterentwickelt hat oder in unserer heutigen Gesellschaft ist ja Angst eigentlich nur noch zu ungefähr maximal 10 Prozent wirklich eine reale Bedrohung. Alles andere sind häufig Hirngespinste, im wahrsten Sinne des Wortes, die aber Achtung auf einer Grundhaltung fußen. Und die Grundhaltung ist eigentlich Vertrauen. Und ich arbeite ja in der, also ich habe eine psychosomatische Schwerpunktpraxis und das zentrale Thema ist Angst, ganz klar. Und auch zum Teil Wut. Und im Fundament ist es das Thema Vertrauen. Und viele Menschen haben kein Vertrauen in sich selbst. Sie haben ein eingeschränktes Vertrauen zu ihren Mitmenschen. Und wenn wir es mal nennen, Vertrauen in Gott oder nennen wir es Urvertrauen, dass am Ende alles gut werden kann. Und ich mache ja dann mit den Leuten Rückführungen. Also der eine versucht das zu analysieren. Also da gibt es ja viele Wege, die nach oben führen. Ich mache auf meine Art und Weise mit der Kairos-Methode eine Rückführung und schaue, wo ist das Urthema. Und jetzt wird es ganz spannend. Wir kommen immer, fast immer in einer Zeit raus, an die wir ganz wenig oder gar kein Bewusstsein haben. Nämlich die ersten vier bis sechs Lebensjahre. Kindheit hat Herr Matz heute schon was angesprochen. Die Bindung zur Mutter, da kommen ja noch mehrere Bindungen dann hinzu. Dann hochspannend und gar nicht so selten die Zeit im Mutterleib als Embryo. Wir haben ja schon nach wenigen Wochen sinnliche Erfahrungen. Wir hören, was da draußen gesprochen wird. Wir haben gar nicht so ein seltenes Thema, dass wir einen Zwilling bei uns haben, der uns verloren geht in der Schwangerschaft. Fast 10 bis 20 Prozent haben einen Zwilling, der bloß nicht mit rauskommt, weil er abstirbt. Und wir haben natürlich den riesen Brocken an epigenetischen Übertragungen. Das heißt zum Zeitpunkt einer Zeugung, wo wir einen Rucksack mitbekommen von unseren Vorgenerationen. Vorzugsweise den letzten zwei, drei Generationen. Das nennt man heute in der Wissenschaft epigenetische Übertragung. Das ist gerade ein boomender Bereich. Und wo kommen wir denn da ganz häufig raus? Wir kommen in der Kriegszeit raus. Das ist ja das, wo wir lange Zeit immer gesagt haben, das mit dem Krieg, das haben wir gut bewältigt. Wir haben ja eigentlich mit dieser Zeit gar nichts bewältigt. Das haben wir weggeschwiegen zu dem Motto, unsere Eltern und Großeltern, die haben das total super gepackt. Aber dort kommen wir ganz häufig raus. Und so zentrale Themen sind natürlich Sachen im Bunker. Aber vor allen Dingen auch, weil ein Elternteil nicht da war. Er muss ja noch nicht mal umgekommen sein im Krieg. Aber alleine, dass der Vater zum Beispiel im Krieg war und das Kind Großfamilien nur mit der Mutter irgendwie durchkommen kann, das schafft Urängste dadurch, dass das Vertrauen uns bröckelt. Und jetzt ganz ehrlich auch mit dieser Wohlstandsgesellschaft, Wohlstand, dieser Haben-Aspekt ist ja eigentlich ein Kompensationsverhalten, weil es suggeriert uns, wir wären sicher. Aber eigentlich im Urvertrauen heißt es, man kann dir alles wegnehmen und trotzdem wird es am Ende gut. Aber das muss erst mal in die Köpfe rein, ne? Da muss vor allen Dingen auch die Verletzung häufig auf die Couch, oder? Ja, das ist mit der Couch so eine Sache. Also wie kommen die Leute zu mir rein? Die kommen ja nicht und sagen, ich habe einen an der Klatsche oder... Sondern die kommen mit einem körperlichen Symptom. Also häufig sind es tiefsitzende Kreuzschmerzen, Beinprobleme, vielleicht auch die Ängste. Also kommt ja Kinder auf die Idee, primär zum Orthopäden zu gehen. Und dann ist es die Kunst des ganzheitlichen Arztes, sofern man das wirklich auch verdient, dieses Prädikat. In einer Sitzung, und so mache ich das auch, den Leuten ihr konkretes Thema zu benennen. Also ich werde dann sagen, pass auf, deine Kreuzschmerzen haben einen körperlichen Aspekt. Meist findet man auch einen Bandscheibenvorfall. Aber eigentlich ist das Thema psychosozial, hier spielen das Thema Angst, das Thema Vertrauen eine Rolle. Und dann gebe ich den wirklich mit, zum Beispiel, es war ein Zwilling, ein Abgestorbener. Und da arbeiten wir sehr gerne entweder mit Hypnose oder eben mit Familienaufstellungssystemen. Und das kriegst du innerhalb von wenigen Wochen gedreht. Und dann ist natürlich eine gewisse Nacharbeit erforderlich. Aber eigentlich, ploppen gerade durch Corona, ist eigentlich wie eine Art Spielwiese nur, um die Themen hochzubringen, um die es eigentlich geht. Aber die wenigsten fangen doch bei sich selbst an. Also ehe jemand so weit ist und sagt, ich lasse mir jetzt mal professionell helfen, das dauert doch. Ja, also die Einsicht ist immer schwer. Und es gibt ja den schönen Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Viele Leute müssen erst fundamental in die Krise schlittern. Also bis hin vielleicht zum Selbstmordversuch. Manchmal aber auch nur, weil das ganze Geld plötzlich weg ist. Oder der Partner hat sich plötzlich Flücke gemacht. Und dann, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann beginnen die Leute ein Ohr zu entwickeln. Weil die meisten lachen mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, lange Zeit aus. Ich habe jetzt das Vergnügen immer, ich fange eben dann dort an, wo die meisten aufhören. Oder die weisen mir die Leute zu, wo sie sagen, wir kommen da nicht mehr weiter. Und dann hast du natürlich so eine Art Vorschusslorbeeren, wo dann die Leute auch genauer hinhören. Und dann das erste Mal sagen, ja, vielleicht muss ich doch mal den Kopf ein bisschen abschalten. Ja, die Leute sind zu sehr am Kopf. Die fühlen sich und spüren sich auch nicht. Das ist alles so. Das sind wir wieder bei den Politikern, weil sie gesagt haben, man muss sich doch die Leute nochmal anschauen. Das ist doch eigentlich, es redet da gar kein Mensch, sondern ein Kopf. Und der Markus Söder zum Beispiel mit seinem riesen Wutblasenelement hier oben, der ist ja in einem inneren Kampfmodus. Eigentlich, Corona bietet ihm nur eine Bühne, aber der hat ja selbst einen tiefen Konflikt, den der auch nicht zulässt, weil er kriegt ja seine Bühne. Ich wollte Sie mit ins Spiel bringen, weil in Ihrem Buch kann man ja Ihre ganze Biografie lesen. Und Sie haben ja eigentlich viele Sachen durchlebt und im Prinzip auch angefangen, mit sich selbst zu arbeiten, Ihre Ängste oder Ihre Glaubenssätze anzugehen. Wie haben Sie das gemacht? Oder wollen Sie davon ein bisschen was erzählen? Also ich glaube, ich kann ganz viel unterschreiben von dem, was Sie gerade geschildert haben. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, wenn man so eine schwierige Biografie hat, die sehr, sehr viele von uns haben, aber ganz vielen ist das nicht bewusst. Also ganz viele sind immer noch so, auch in diesem Verdrängungsmechanismus, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm gewesen, dann kaufe ich lieber noch drei Handtaschen. Also in diesem Modus leben wahnsinnig viele. Und es ist auch immer noch mit einem großen Stigma versehen, wenn man über mentale Gesundheit oder psychische Gesundheit spricht. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass das einfach viel öfter und viel häufiger ganz offen besprochen werden muss. Und ich glaube, was einem klar sein muss, ich habe ganz viel eben auch dann selber mit Psychologie natürlich auch mit therapeutisch gearbeitet, habe mich dann selber weitergebildet und ausgebildet auch darin und arbeite jetzt mittlerweile seit vielen Jahren eben auch als Mental Health Coach mit, habe das für einen großen Telekommunikationskonzern auch gemacht, viele Jahre und mache es heute eben auch als Einzelangebot. Aber was wichtig ist zu verstehen, wenn die Menschen nicht begreifen, dass sie wirklich bei sich selbst anfangen müssen. Jeder muss, und besonders jetzt in dieser Situation, in der wir sind, jeder muss bei sich selbst anfangen. Wer keine Empathie und kein Wohlwollen und keine Liebe für sich selbst empfindet, in einer gesunden Art und Weise, ich meine das jetzt nicht narzisstisch, in einem gesunden, liebevollen Selbstbewusstsein, kann das auch nicht mit jemand anders. Das funktioniert nicht. Also man muss wirklich, und das sieht man bei jemandem wie Markus Söder zum Beispiel, ich sage das mit größtem Respekt, aber das ist ein zutiefst unglücklicher, unzufriedener Mensch, der kleine Junge, der er immer noch ist. Also ich sehe eigentlich immer noch diesen hageren, blassen, dünnen Markus, der irgendwo wahrscheinlich in der Schule ist, auch nicht immer so leicht hatte. Und jetzt endlich ist er in einer Position, jetzt hat er Macht und jetzt wird er gehört und jetzt wird er gesehen und jetzt zeigt das uns allen mal. Und wir müssen das jetzt so quasi ausbaden. Also seine eigenen inneren Kämpfe, die badet die Gesellschaft jetzt aus. Und das ist nicht nur bei ihm so, das ist bei den allermeisten Politikern so, wenn man sich die Körpersprache anschaut, wenn man sie anschaut, wie sie sprechen, also wie empathiefrei das wirklich alles ist. Und jeder muss bei sich selber anfangen. Und was auch ganz wichtig ist, das ist ein im Grunde genommen ein lebenslanger Prozess, die man dann da startet. Also wer nicht unter optimalen Bedingungen aufgewachsen ist, was sehr viele von uns oder die meisten von uns nicht sind, sagen wir mal, die sind dann so auf einem Lebensackerweg unterwegs. Wenn man jetzt ganz optimal aufgewachsen wäre, würde man sagen, wir fahren auf einer Lebensautobahn. Die gute Nachricht ist aber, das, was Sie ja auch zum Beispiel machen oder was Herr Dr. Marz macht oder was ich in Coachings auch mache, man kann von dem Lebensackerweg auf eine Lebenslandstraße kommen, wenn man daran arbeitet, wenn man die Dinge versteht, wenn man sich selber erkennt. Und auf einer Lebenslandstraße kann man ganz prima fahren. Da kann man auch richtig gut leben. Man muss gar nicht unbedingt die Lebensautobahn haben, die Landstraße geht auch. Nur was wichtig ist, wenn man sich das nicht immer wieder bewusst macht, wenn man nicht in seiner eigenen Achtsamkeit bleibt, dann kann aus der Landstraße auch wieder eine Ackerstraße werden. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Also ich glaube schon, wenn man so viele Jahrzehnte konditioniert war, auf eine gewisse Art und Weise zu leben, dann an sich arbeitet und erkennt, hey, jetzt bin ich auf einmal auf einer Landstraße unterwegs, der Acker kann schon noch mal wieder zurückkommen. Deswegen immer wirklich achtsam bleiben, bei sich bleiben, in seiner eigenen guten Empathie, um dann auch sich gesellschaftlich entsprechend engagieren zu können. Wenn ich das noch mal mit dem Weg, weil das finde ich auch sehr schön, dieser Lebensweg. Letzten Endes, was wir natürlich brauchen für die Leute, gerade am Anfang, ist Führung. Also Leute brauchen eine Führung, aber diese Führung muss auch wieder authentisch sein. Also das heißt, der, der das Coaching macht zum Beispiel, aber auch der Therapeut oder der Arzt, der muss das ja selber auch vorgelebt haben. Also das ist ja so, wie wenn du so eine dicke Trommel dran hast und als Arzt und dann sagst, also ich muss ihn jetzt mal langsam abnehmen. Am besten noch so ein bisschen aus dem Mund kommt noch der Nikotingeruch mit raus. Den Gürtel enger schnallen. Ja, ja, da sind wir ja bei Führung, sind wir ja da wirklich immer sehr großzügig. Andere führen wir immer super, aber meist kriegen wir unser eigenes Leben auch nicht geführt. Und dann auch immer den Führungsstil zu finden mit demjenigen, weil es geht ja um den Klienten, um den anderen. Der will ja irgendwo hin. Wir wollen ihn ja nicht in einen Weg hineinpressen. Und das ist diesen Weg finden, diesen Weg begleiten. Und das hört auch nie auf. Ich möchte lieber begleiten sagen. Mit Führen habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, aber es gibt so viel Führung übernehmen. Aber es gibt ja so viele Führungsstile. Aber ja, viele haben so immer diese diktatorischen Führungsstile. Die sind sicher nicht gemeint. Aber das ist, das ist genau. Aber ich habe auch bei dem Wort Führer, bin ich auch zu, nehme ich ehrlich zu. Ja, aber guck mal, das ist auch übrigens ein Thema, dass wir uns, wie viel wir wirklich aus dem Dritten Reich, glaube ich, überhaupt wirklich gelernt haben bislang, dass wir uns immer wieder bei solchen Worten hochploppen. Ja. Oder jetzt auch, Herr Berthold hat das vor uns kurz gesagt, wie schnell du dann Antisemitien, was da alles, und irgendwie diese Prägestempel funktionieren bei vielen. Ich glaube, bei Ihnen nicht so. Ich bin auch schon in dieses Lager reingedrückt worden. Interessanterweise nur, weil man was gegen Corona sagt. Das ist schon interessant, was das mit den Semiten zu tun hat. Lieber Dr. Wurmbach, darf ich nicht ganz vergessen. Der Herr Berthold spielte ja auch noch in einer Nationalmannschaft. Dazu in fast Deutsch. Also, ja, und hat gewonnen. Und hat gewonnen. Meistens, meistens. Nein, aber Sie sind Fußball-Weltmeister geworden. Ja, wir haben früher meistens gewonnen. Also fast immer gewonnen. Das war eine gute Zeit. Hat sich ja auch geändert ein bisschen. Ja, und darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also, wer kam denn auf die Idee, einfach zu sagen, die Mannschaft. Nee, wir sind ein Staat. Und wenn man für dieses Land spielt und die Hymne nicht mag, dann sollen wir dort nicht mitspielen. Was ist jetzt daran rechts? Bitte helfen Sie mir. Da ist auch vieles verrutscht. Aber das wäre ein anderes Thema für eine andere Sendung. Nein, Sie sitzen heute hier. Jetzt wollen wir es nicht. Ja, so Verbände sind ja auch sehr politisch. Das muss ich doch eh nicht sagen. Man muss sich ja mal eins vorstellen. Wir haben 20 Landesverbände. Wir haben 16 Bundesländer, aber 20 Landessportverbände im Fußball. Und da geht es natürlich auch um Macht, um Ego, um Position. Da glauben Sie, es geht ja um den Fußball. Oder um den Nachwuchs. Glauben Sie das? Dann kann ich nur sagen, aufwachen, liebe Fußballfans. Das ist pure Illusion. Aufwachen, schon wieder schön wird. Ja, und die Vermarktung, klar, ist es auch ein Teil des Fußballgeschäfts. Weil der Fußball hat sich eben kommerzialisiert. Aber mit diesen Begriffen, da tue ich mir selbst schwer. Genauso wie Sie auch. Aber es ist doch was Wunderschönes. Wenn man die Russen fragt, was ist für euch das Volk? Dann sagen die Russen, das Volk ist die Familie. Und die Familie muss beschützt werden. Was bitte ist jetzt daran Nazi? Oder rechts? Wir sind doch alle verrückt. Und lassen uns unsere Gefühle. Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt, dass er einen Ort hat, wo er sagt, da bin ich gern zu Hause. Da sind wir wieder bei dem Wort Heimat. Wieso lassen wir uns das kaputt machen? Und dann liest du heute in der Zeitung, um das mal wieder zu verbinden, Na ja, wir sind vielleicht doch kein souveräner Staat, wenn die Energiepolitik von Amerika aus bestimmt wird. Hä, was passiert hier? Also ist vielleicht sogar Corona eine Riesen-Chance für uns, man ist auf sich selber zurückgeworfen und fängt man an, auch durch Entschleunigung zu reflektieren. Könnte doch auch was Positives sein. Ich war jetzt gerade mit Herrn Wurm im Gespräch. Ich wollte ja nicht narzisstisch von mir selber sprechen. Nein, alles gut. Ich musste nur meine Gedanken merken, die ich fragen wollte. Weil wir waren gerade bei den Therapien. Und bei denen, man braucht sich einen, man muss sich einen Führer, hatten Sie gesagt, oder einen Experten holen, sage ich mal, der einen so ein bisschen begleitet. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe ja in der Yoga- und Yoga-Szene gearbeitet, dass ausgerechnet die, die selber gerade an einen Punkt kommen, wo sie im Leben so einen Umbruch vor sich haben oder wo sie anfangen zu denken oder wo sie körperliche Schmerzen haben, die gehen plötzlich und studieren Psychologie, die werden Yoga-Lehrer oder beschäftigen sich mit Spiritualität. Das heißt, Sie sind ja dann noch gar kein Vorbild für die Patienten oder für die, na, Probanden, Kunden oder wie man sagt. Und Sie haben eine schöne Zahl veröffentlicht bei Ihnen auf dem Facebook-Account. 55 Prozent aller Ärzte haben selber Burnout oder sind selber in Gefahr. Also ich meine, jetzt gerade noch mal verstärkt durch diese Krise. Und die sollen aber unser Vorbild sein, denen sollen wir vertrauen. Also muss man gleich sagen, noch mal, diese 55 Prozent sind aktuell, das ist eigentlich schon schockierend. Depression und oder Burnout, also über die Hälfte aller Ärzte. Das war aber vor Corona auch nicht... Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Liegt das am Gewissen? Also ich sage es mal so, der Beruf ist ja auch nur eine Spielwiese unserer Psyche. Wir können uns in jeder Rolle, können wir uns entwickeln. Entdecken übrigens auch, aber auch transformieren. Aber nochmal, weil viele sind ja extrem noch auf das Corona fixiert. Aber das war letztes Jahr, lagen wir bei 44 Prozent. Und ich mache ja nur jetzt seit fünf Jahren Potenzialentfaltung im Heilberuf. Und es ist wirklich nicht einfach. Also ich habe Truppen von 100 Leuten, die ich wirklich ein halbes Jahr mit Trainern zusammen begleite, mit verschiedenen Führungsstilen. Wir schaffen es mit den Leuten über 900 Grad heiße Kohlen zu gehen. Wir verbiegen mit den Eisenstangen zwischen den Hälsen. Wir fallen von zwei, drei Meter runter in die Arme der anderen. Und das kriegen wir mit denen wirklich hin. Wofür ist das jetzt gut? Ja, also es gibt ja so eine Komp... Auch ich mache ja auch viele Worte Sachen, aber das machen wir. Ja, es ist ja die Frage, warum gehört denn das dort rein? Übrigens kann man Feuerläufe wunderbar spirituell zum Beispiel bei Begriffspatienten einsetzen. Wir haben auch schon Leute gehabt, die nach einem Feuerlauf plötzlich wieder hören konnten. Bitte? Die wieder hören konnten. Die hatten Hörgeräte, die haben sie rausgenommen. Weil während des Feuerlaufs ist was passiert. Da ist da oben etwas frei geworden. Also warum machen wir das? Diese Dinge stehen dafür, dass man die Komfortzone verlassen muss. Die Komfortzone ist eigentlich das, wo wir uns wohlfühlen. Das kennen wir, da sind wir im Einklang mit uns und unseren Nächsten. Das Problem ist nur, wir kommen damit nicht weiter mit der Komfortzone, sondern Aufgabe auch spirituell gesehen im Leben ist es, die Komfortzone immer weiter zu erweitern, zu erweitern, zu erweitern, um in diesen Lebensfluss zu kommen. Und dafür stellen wir die vor Aufgaben, die am Anfang, also 900 Grad heiße Kohlen, das kann sich der wenigstens erstmal vorstellen, dass man das ohne schwere Verbrennung schafft. So, das schaffen die. Also 99 Prozent unserer Teilnehmer schaffen den Feuerlauf. Und müssen Sie sich aber mental darauf vorbereiten? Sie werden immer mental eingestellt. Und wie lang ist die Strecke? Also wenn ich da mal fragen darf? Naja, also bei uns im Kurs sind Sie drei Meter nur. Ich bin ja internationaler Feuerlauftrainer. Habe ich noch gar nicht gesagt. Nee. Ich habe einiges ausprobiert. Also mein Rekord ist bei 17 Meter am Stück und es funktioniert nur mit der mentalen Einstellung. Es gibt ein paar Motivationstrainer, die arbeiten über Hypnose und Konditionieren um. Das geht auch. Das haben wir bewusst alles weggelassen, sondern wir stellen die Leute darauf ein, es wird jetzt heiß, es kommt jetzt wirklich heiße Glut. Aber wir finden mit ihnen gemeinsam einen Grund, warum sie da drüber laufen sollten. Und sie regeln sich dann nur über das vegetative Nervensystem nach unten. Also sie schaffen das. Und jetzt kommt aber das ganz, also da würde man sagen, Mensch, jetzt ist es ein toller Mensch. Jetzt hat er das mit der Glutstraße geschafft. Und wir wollen aber ja eigentlich, dass die Teilnehmer in ihre Praxen zurückkehren und etwas anders machen. Nämlich raus aus diesen Depressions-Burn-out-Mühlen. Und jetzt sehen wir eigentlich, die haben alles geschafft, wie schwer ein Mensch sich tut, aus einem gewohnten Setting überhaupt nur etwas auszusteigen. Da passieren zum Beispiel solche Dinge wie, dass Frauen, die bisher immer schön die Hausfrau waren, die ihr Mann schön alles bereitet haben, plötzlich mit Selbstvertrauen nach Hause kommen. Die plötzlich auch mal selber eine Meinung haben und sagen, pass auf Schatz, ich mache für dich wirklich total viel gerne. Aber ich möchte jetzt auch mal eine Stunde am Tag lesen. Und jetzt bist du mal dran. Und diese sozialen Interaktionen, da tun wir Menschen uns gigantisch schwer. Und das sehen wir jetzt auch bei den ganzen Kommunikationen, was der Professor Marz gesagt hat, mit dieser Spalterei in der Bevölkerung. Wir tun uns schwer, überhaupt erst mal auszuhalten, dass der andere überhaupt eine Meinung hat. Dass wir eine Meinung haben. Und lernen überhaupt mal wieder dem anderen erst mal nur zuzuhören. Was hat denn der eigentlich gerade für eine Meinung? Das zeigt eigentlich diese Urthemen in uns. Und entweder wir lösen die oder es wird nicht gut für die Gesellschaft als solches. Weil es geht jetzt, glaube ich, sich auf Politiker zu verlassen. Das schaffen wir nicht. Also wir müssen alle miteinander irgendwie wieder in Dialog und gemeinsames Handeln gehen. Und da haben wir echt Wegstrecke vor uns. Wer seine Meinung sagt, der kriegt dann den ganzen Raum von Feindsehnlichkeit ab. Das haben Sie ja gespürt. Wie war die Reaktion auf Ihre Auftritte bei den Querdenker-Demos? Da ich ja kein Social-Media-Follower bin und auch kein User bin, kann ich es nicht beurteilen. Meine älteste Tochter hat mal geschrieben, oh Papa, was hast du da gemacht? Da wusste ich nicht genau, was er gemeint hat. Also von daher direkt betroffen. Durch Social-Media bin ich erst mal nicht. Im Freundeskreis gibt es doch schon den einen oder anderen. Der sagt, hast du noch eine Tassen im Schrank? Habe ich so zur Kenntnis genommen. Ich muss gerade mal überlegen, direkte Freundschaftskündigung im Gegensatz zu meiner Frau gab es bei mir jetzt so nicht. Aber man hat weniger Kontakt mit dem einen oder anderen. Auf der anderen Seite, was ja du auch gesagt hast, kommen interessante Menschen dazu. Findet auch ein interessanter Austausch statt. Also von daher, und was ich noch sagen wollte, ich komme ja aus einer Sportswelt. Da hat man sowieso irgendwann mal sich angewöhnen müssen, der muss dann mal den Stadion aufziehen. Weil die Presse ging dann mit uns nicht zimmerlich um. Da muss man eben durch. Also von daher gesehen war ich ein bisschen erprobt schon, was das Ganze angeht. Und es ist bei mir aber spurlos vorbeigehuscht. Sie sind ja im Fernsehen immer noch präsent gewesen in letzter Zeit, auch für den Fußball. Ja, aber jetzt muss ich Ihnen sagen, seit Mai schaue ich kein Fußball mehr. Und solange keine Zuschauer, also Zuschauer heißt nämlich volles Stadion, im Stadion sind werde ich auch in keine Fernsehsende mehr gehen. Also Sie haben den Spielsrum gedreht? Ich habe mich irgendwie von diesem Sport etwas distanziert. Weil Fußball bedeutet für mich Emotionen, Menschen, Stadionatmosphäre, Kribbeln. Das ist alles sehr steril jetzt und ich kann da aktuell nichts mit anfangen. Meine Frau hat schon gestern zu mir gesagt, du schaust da überhaupt kein Fußball mehr. Sag ich, nein, ich schaue jetzt erst wieder, wenn die Bude voll ist. Und was machen Sie jetzt beruflich? Ich habe gerade noch ein interessantes Projekt seit zwei Jahren in Verona. Wir wollen da ein Stadion bauen, sind da etwas natürlich durch diese ganzen Maßnahmen in unserer Due Diligence, in der Verzögerung. Aber wir werden jetzt den Ball wieder aufnehmen. Also da habe ich auch genug zu tun, vor allem auch mit Menschen, die nicht auf dem Platz stehen, sondern außerhalb des Platzes. Architekten, Ingenieure, Fachplaner, die anderen Horizont haben. Wir haben da einen sehr interessanten intellektuellen Austausch. Und da spielt das C-Thema überhaupt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle für die Menschen, die aus der Finanzierungsbranche kommen, weil die haben natürlich immer in der Historie mal gegoogelt, was ist denn nach den großen Naturkatastrophen oder sonstigen Katastrophen, Kriegen, großen Krippen, wo es richtig Tote gab, passiert. Also ich glaube, der Mensch, da kann der Dr. Marz wahrscheinlich viel mehr dazu sagen, hat das Bedürfnis, in einer viel größeren Form wieder zu Großveranstaltungen zu gehen, Konzerte zu hören. Sportveranstaltungen zu sehen, ins Theater zu gehen, als es vorher der Fall war, weil das wurde uns ja alles entzogen. Also von daher hat mich das jetzt nicht direkt beschäftigt. Ich habe das nur von den Leuten gehört, die mit uns arbeiten, wegen der Finanzierung, die einfach sagen, wir haben recherchiert und die Vorzeichen sind eher positiv als negativ, dass es also in Zukunft wieder so sein wird wie früher. Also angenommen, Sie haben dann ein Stadion in Verona, wahrscheinlich nicht nur für Fußball, sondern vielleicht auch für Rockkonzerte. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt vielleicht Paul McCartney zu Ihnen. Theater auch. Ja, aber was ist dann, wenn dann so ein Veranstalter, der das Stadion ja führt oder diese Tickets verkauft, wie Eventim sagt, bei uns kommt man nur ins Stadion, wenn man... Ja, dann würden wir auch sehen, wie sich die Versicherungsbranche entwickelt. Es gibt ja zum Beispiel Veranstalter wie Wembley, die haben sich komplett versichert, die haben dann eine komplette Kompensation bekommen. Ich glaube, die haben 130 Millionen Pfunde erhalten in der ausgefallenen Spielsaison. Und das spielt für uns natürlich auch eine große Rolle, was der Versicherungsmarkt letztendlich anbietet, wenn mal ein Jahr komplett ausfällt. Also ich kann mir erstmal grundsätzlich nicht vorstellen, in unserer Gesellschaft, dass es eine Pflichtimpfung geben wird. Und von daher auch, dass der Gesetzgeber die Veranstaltungsbranche mit einem, sagen wir mal, mit so einem Impfausweis ausstattet. Das wäre ja furchtbar, ja. Also das sind so Szenarien, da kann ich gar nichts mit anfangen. Wenn ich Sie unterbrechen darf, Jens Spahn hat gesagt, in einer Gesellschaft, wo die Freiwilligkeit überwiegt, ist Zwang gar nicht notwendig. Das ist ja schön, dann ist es ja prima. Aber wie gesagt, wir reden jetzt von Italien, da haben wir nochmal eine andere politische Landschaft als in Deutschland. Aber wie auch immer, ja. Also ich hoffe erstmal, ich gehe davon aus, dass wir keinen Impfpass brauchen und keine Impfpflicht bekommen in Europa. Ich persönlich kann nur sagen, ich bin als Kleinkind, wahrscheinlich müsste ich mal meine Mutter fragen, hatte diese Pflichtimpfung im Krankenhaus und danach nichts. Und sehe jetzt auch nicht ein mit 56, warum ich irgendwelche Impfungen zunehmen muss. Weil gegen was eigentlich? Gegen ein mutierendes Virus, was sich tausendmal verändert, da bin ich am Dauerimpfen dann. Also das wird bei mir auf keinen Fall der Fall sein. Das kann ich hier wirklich nochmal bestätigen. Ist das ein Klerolant? Definitiv, ich bin ein selbstdenkender Mensch und der in Eigenverantwortung das Ganze macht. Und von daher bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin nicht der typische Impfpatient. Aber Sie sind auch für mich jetzt nicht unbedingt die Risikogruppe. Ja, Sie sehen sportlich aus, wir tun wahrscheinlich sehr viel für Ihre Gesundheit. Genau, ich mache was dafür. Ich weiß nicht, wie viel Prozent in Deutschland Menschen, die sind überfettet, die rauchen, die trinken Alkohol. Die gehören ja schon alleine deswegen vielleicht zur Risikogruppe, haben Diabetes und, und, und. Was würden Sie denn als Arzt empfehlen? Impfen? Also erstmal können wir ja mal sagen, wie gesund oder wie krank ist denn die deutsche Bevölkerung? Das ist eigentlich schon seit Jahren katastrophal. 43 Prozent der gesamten deutschen Bevölkerung, Erwachsenenbereich, haben mindestens eine chronische Erkrankung. Mindestens eine. Das heißt, in wenigen Jahren, vielleicht jetzt auch durch das Corona-Thema, sind wir eigentlich bei fast jedem Zweiten. Und das war ja auch das, was Herr Berthold vorhin gerade gesagt hat, der schlanke Mensch, der geht ja immer mehr verloren. Also ich wäre zum Beispiel immer wieder gefragt, ob ich abgenommen hätte. Sind Sie krank? Das ist wirklich so eine Frage. Also manchmal bin ich dann auch selbst unsicher. Ich habe eine Körperfettwaage zu Hause, dann stelle ich mich kurz drauf und sage, es ist immer noch so. Aber warum kommt denn so eine Frage? Weil dein Umfeld immer dicker wird. Und Adipose, also Fettleibigkeit ist ein Riesenthema. Ernährung, schlechte Ernährung, schlechte Bewegung, wenig innerer Ausgleich. Mental, emotional. Und das ist ein Riesenthema und das kriegt ja die Medizin auch nicht in den Griff. Deshalb habe ich ja auch eine eigene Heilmethode begründet. Weil wenn die Medizin so gut wäre, wie es immer wieder behauptet wird, dann dürfte ja die Bevölkerung nicht immer kränker werden. Jetzt war meine Frage. Und jetzt kommen wir zu der Impfung, ja. Ist ja ein Riesenthema. Also wer jetzt anfängt, einfach zu sagen, so ist es, der verpeilt sich ja ganz schnell. Also man muss ja erst mal wissen, ich komme aus der DDR. Ja, in der DDR bestand Impfpflicht, du hast deinen schönen Ausweis gekriegt. Ich bin komplett durchgeimpft. Ich bin immer noch kerngesund mit 52 Jahren. Ich bin immer noch schlank. Ich bin immer noch sportlich sehr leistungsfähig. Also an mir hat es keinen Makel genommen. Und ich bin auch deshalb als Arzt den Impfungen gegenüber immer sehr wohlwollend oder zumindest liberal gewesen. Und so in den letzten Jahren, ich habe viele Impfgegner im Umfeld. Ich habe immer gesagt, ich möchte mich nicht positionieren. Ich muss mich da erst mal ein bisschen belesen und eine Meinung mir bilden. Ich habe da echt lange gebraucht. Das erste Mal, wo ich so einen Beigeschmack hatte, war die Masernimpfer. Das ist ja schon Jens Spahn, seine Zeit. Man muss sich ja mal vorstellen, dass die Masernimpfpflicht etabliert worden ist, weil wir in Deutschland 2018 428 Masernfälle hatten. Achtung, gerechnet auf 83 Millionen Bundesbürger. Kein einziger Todesfall. Da bin ich so ein bisschen stürzig geworden, weil da ist doch das eine nicht in Relation zum anderen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, wir hätten eine riesen Masernepidemie oder wir hatten da gigantische Hotspots, was auch immer. Da hätte ich noch verstanden, okay, dass man das so ein bisschen da lanciert. Na gut, nun haben wir die Masernimpfpflicht. Wir sind da auch ziemlich in einem Spagat, weil wir müssen uns impfen lassen. Wobei ich habe noch den Luxus 69 geboren. Ich habe einen Freifahrtschein. Also wenn man es hat, dann ist man durch. Es geht angeblich mit dem Jahrgang. Ich verstehe das zwar gar nicht, aber das haben die so etabliert. Ab dem Jahrgang, glaube ich, 70 Jünger, brauchst du nichts vorweisen. Die anderen müssen im Gesundheitswesen zum Beispiel durchgeimpft werden. Wenn du es nicht machst, Ordnungswidrigkeit. Die Jahrgang ist 64, ich habe Glück gehabt. Bist du also auch als Arbeitgeber übrigens in der Pflicht. Also man belangt dich dann. Also dieses Impfthema. Und ich denke, es gibt vielleicht zumindest auch Impfungen, die wirklich eine gute Effektivität haben. Masern, Mumps, Rödeln, diese Dreierkombination von mir aus. Aber jetzt kommen wir ja, also dieses Thema wird ja jetzt nochmal ganz brisant durch Corona. Weil wir jetzt plötzlich einen völlig neuen Impfansatz haben über die genetische Impfung, die ja bisher an sich nie ein Thema war. Also man forscht an der genetischen Impfung seit mindestens zehn Jahren. Da gab es auch unschöne Entwicklungen. Also zum Beispiel bei SARS-CoV-1 und MERS hat man schon mal diesen Versuch gemacht. Und musste interessanterweise schon in der vorklinischen Phase mit Primaten abbrechen. Weil unter der Impfung massive Entzündungsgeschehen hochkamen. So und jetzt hat man das natürlich hochgeholt. Das ist natürlich auch, man hat richtig Gas gegeben, weil ja an sich das alles so schlimm wäre. Und peitscht jetzt sozusagen diese Impfstudien durch, indem man die Zeit massiv rafft. Also normalerweise haben wir ja ungefähr acht bis zwölf Jahre bis so ein Impfstoff von der vorklinischen Studie bis hin dann wirklich zur Zulassung durchlässt. Jetzt sind wir ja noch nicht mal bei einem Jahr. Und was, wenn das Zeug schon da war? Ja gut, das kann man ja munkeln. Also ich will dann gar nicht so in den spekulativen Bereich. Das sind solche Dinge, die kann man erst mal stehen lassen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich habe also von acht bis zwölf Jahren das jetzt zusammengeschrumpft auf acht bis zwölf Monate. Und das, was ja jetzt gerade auch die Impffirmen gerade präsentiert haben, ist ja noch gar nicht die Abschlussstudie. Das ist ja ein Zwischenbericht, der einen Trend besagt. Und für mich wieder die erste wichtige Frage ist ja, haben wir es aktuell so nötig, überhaupt einen Impfstoff so schnell komprimiert auf den Markt zu bringen? Da geht es ja wieder um das Thema Zweckmäßigkeit. Das verfolgt uns ja auch beim Lockdown immer wieder. Wo sind wir denn? Und wer hat ein Interesse daran? Naja, es wird uns doch erzählt, die Pandemie ist erst zu Ende, wenn der Impfstoff da ist. Dann können wir auf die Maßnahmen lockern. Aber die Frage ist ja wirklich nach einer Notwendigkeit. Warte ganz kurz, ich muss noch mal ganz kurz, wenigstens zu dem Begriff der Herdenimmunität. Also umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr wird klar, dass wir nichts wissen. Gar nichts. Lange Zeit wurde gesagt, wir brauchen eine Herdenimmunität von ungefähr 70 Prozent. Das wurde lange, Achtung, einfach so behauptet. Wie in Schweden. Der Professor Ioannidis zum Beispiel, der spricht heute von Zahlen, wo er sagt, das kann so ungefähr zwischen 40 und 70 Prozent liegen, die Herdenimmunität. Also das heißt, da brauchen wir vielleicht auch gar nicht mal die Hälfte. Und dann stellt sich ja als nächstes die Frage, ja wie viel sind denn jetzt in dieser Bevölkerung aktuell überhaupt immun? Das wissen wir gar nicht. Das RKI und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung machen jetzt seit Oktober eine Studie, wie viel in Deutschland mittlerweile immun sein könnten. Alleine schon die Begrifflichkeiten könnten. Wir wissen es gar nicht. Es könnte sogar sein, dass wir gar nicht mehr viel brauchen. Das weiß keiner. Ja, Professor Backi spricht schon von 80, 85 Prozent. Ja, aber das muss man ja auch ein bisschen fundieren. Und wenn man jetzt, ich bin da ja auch mit ein paar Laboren vernetzt, weil wir auch immer Fortbildungen übers Immunsystem machen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass viele, die immun sind, gar keine Antikörper entwickeln. Also die Frage ist ja auch, wie wollen wir denn Immunität messen? Also die Antikörper sind nichts Heiliges. Die Lymphozyten-Tests, also es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten der Testung. Aber es gibt nicht das einzige harte Kriterium. Also können wir, doch, ich muss Sie unterbrechen, also wenn ich jetzt Geruchssinn habe und Geschmackssinn, deswegen trinke ich jetzt sehr viel Wein. Und wenn ich festgehe, der Wein schmeckt noch, habe ich keinen Corona. Das ist aber ein Surrogatparameter, so nennt man das in der Medizin. Es ist nicht sehr spezifisch. Das ist der gesunde Menschenverstand. Um den geht es. Und das ist das, wenn wir sagen würden, wir müssten eine ganz hohe Herdenimmunität innerhalb kürzester Zeit aufbringen, weil wir auch so viele Tote haben. Wie viele Tote haben wir zurzeit? 18.000, knapp drüber. Also wir kommen noch nicht mal an die harten Grippejahre ran. Es hat sehr viel Beigeschmack mittlerweile, das Ganze. Ist da Propaganda dahinter oder steuert das jemand? Ja, das ist definitiv Propaganda, weil wir ja, also wir hatten ja heute schon mal gesagt, die Medien haben eigentlich die Aufgabe, die Bevölkerung aufzuklären. Also auch gerne Pro und Contra auf den Tisch zu legen, dass jeder sich eine Meinung bilden kann. Wenn sich aber eben ein Bundesgesundheitsminister hinstellt und einfach sagt, und auch der Herr Lauterbach nimmt sich da ja gar nichts, und einfach sagt, das ist jetzt das Allheilmittel und das wird die Lösung sein, dann muss ich sagen, das ist verantwortungslos. Es ist einfach verantwortungslos, weil es auch von vornherein nicht stimmt. Und Lauterbach hat ja noch in diesem einen Interview sogar noch zugegeben, wir lassen uns alle impfen und danach findet der Lockdown weiter so statt. Wir sind immer noch infektiös, wir können immer noch die Erkrankungen, also am Ende des Interviews habe ich mir noch... Ich habe die Frage gestellt, warum sollen wir uns dann noch impfen lassen, wenn der Impfstoff all das gar nicht wegnehmen kann? Und ob er wirklich die schweren Fälle wegnehmen kann, das bezweifle ich übrigens erst recht, weil die Risikogruppen zu impfen, das ist wahrscheinlich die gefährlichste Gruppe, die auch darauf reagieren kann. Wir hatten ja bei der Grippeschutzimpfung vor uns kurz gesagt, also das wissen ja viele gar nicht, wir haben einen Schutz von 15 Prozent durchschnittlich in einer Grippeschutz-Ära. Das heißt also, wenn ich 100 Menschen impfe gegen Grippe in einem Jahr, dann sind 15 davon geschützt und 85 Leute haben sich umsonst geimpft. Und dann ist die Frage, ja wie wirkt denn der Impfstoff bei dem jeweiligen Menschen? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Nähe in Altenheim, da kam, jetzt kann man wieder spekulieren, eine Hausärztin, die da gar nicht in die Region gehört, die hat eine Massenimpfung, Grippeschutzimpfung jetzt gemacht mit denen. Danach kippen die Leute reihenweise um, weil sie gar nicht Impfbereitschaft haben. Ihr müsst ja der Arzt sowieso erst mal attestieren. Das wird ja heute häufig großzügig weggelassen. Also das ist ein heißes Thema und es spricht vieles, muss man nüchtern sagen, gegen die Corona-Impfung aktuell. Weil wir gerade bei dem Wort Propaganda waren, den Ball schieße ich vielleicht gleich mal Corinna zu. Propaganda, PR, das ist ja Ihr Thema. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass das auch viel mehr Menschen noch verstehen. Also wie sehr wir jeden Tag Manipulation und Beeinflussung ausgesetzt sind. Also ich weiß nicht, von 100 Prozent eigenem Leben leben wir möglicherweise nur 5 Prozent wirklich das, wie wir eigentlich leben würden. Weil der Rest ist die Beeinflussung, die wir jeden Tag erleben. Und wenn man sich mit PR beschäftigt, was ich ja sehr viele Jahre als PR-Managerin getan habe und sich auch mit den Ursprüngen der PR beschäftigt, da gibt es ganz, ganz interessante Erkenntnisse. Also der Erfinder der PR ist Edward Bernays. Und Edward Bernays ist ein Neffe von Sigmund Freud gewesen. Also das heißt, der ist schon aus der Familienhistorie heraus psychologisch interessiert gewesen, war ein sehr, sehr heller Kopf. Ich habe die Geschichte jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. Wie ist das amerikanische Frühstück mit Schinken und Eggs und Bacon entstanden? Edward Bernays hatte den PR-Auftrag eines großen Schinkenproduzenten in den USA gewonnen. Und der Schinkenproduzent wollte zum größten Schinkenproduzenten der USA aufsteigen. Und Bernays hat sich gedacht, ich mache das folgendermaßen, ich gehe nicht die Konkurrenz an, sondern wir müssen dafür sorgen, dass der Umsatz von Schinken angekurbelt wird. Wir müssen die Menschen dazu bringen, mehr Schinken zu essen. Wie hat er das gemacht? Er hat eine Studie in Auftrag gegeben, bei der herausgekommen ist, das war dann entsprechend auch so seine Vorgabe, dass also für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und auch für die gesunde eigene Ernährung der tägliche Verzehr von Schinken unumgänglich ist. Das Ergebnis dieser Studie wurde damals, das ist fast 100 Jahre her, wurde damals in den USA an rund 4000 Ärzte verschickt. Und diese 4000 Ärzte haben dann wiederum ihren Patienten, also in den Gesprächen, also wissen Sie, wenn die Kinder gesund aufwachsen sollen, wenn die groß und stark werden sollen und wenn sie auch selber sich gesund ernähren möchten, dann müssen sie ordentlich Schinken essen. Und es gibt eine sehr, sehr interessante Dokumentation von Edward Bernays, die von Arte mal produziert wurde, findet man teilweise auch noch im Internet, sollte man sich mal anschauen. Er kommt darin selber zu Wort, ebenso seine Tochter. Und später wurde dann oft gefragt, ja, aber das müssen die Menschen doch irgendwie kapiert haben, das leuchtet doch jedem ein, dass also wenn ich jeden Tag Schinken esse, dass das nicht unbedingt das gesündeste Essen der Welt sein kann. Und Edward Bernays sagt Folgendes, sagt er, wissen Sie, wenn Ihnen 4000 Ärzte erzählen, dass Schinken unumgänglich ist für das gesunde Aufwachsen ihrer Kinder und für ihre eigene gesunde Ernährung, und selbst wenn sie eigentlich keinen Schinken mögen, aber wenn sie an ihre Gesundheit denken, dann essen sie Schinken. Und das kann man eigentlich wunderbar auf die aktuelle Situation übertragen. Also Regierungen arbeiten seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mit Tausenden von PR-Beratern. Es wird ein unfassbares Geld dafür ausgegeben. Bernays hat auch damals schon mit Prominenten gearbeitet. Das sehen wir ja heute auch wieder. Es wird auch sicherlich Prominente geben, die sich jetzt für eine Corona-Impfung engagieren. Es gibt Prominente, die dafür sich engagieren, dass man Maske tragen soll. Also ich bin jetzt beispielsweise auch nicht grundsätzlich gegenseitig, aber ich bin immer sehr dafür, dass man die Menschen wirklich offen und ehrlich aufklärt über Pro und Contra einer solchen Geschichte. Und damals, Edward Bernays ist hingegangen, hat dann Frank Sinatra beim Frühstück mit Schinken und Eiern fotografieren lassen. Das war in zig Zeitungen abgebildet. Es gab große Flyer, es gab Riesenanzeigen. Und genau das werden wir jetzt auch mit den Impfungen wieder erleben. Es wird viele Artikel geben, es werden Studien veröffentlicht. Es werden, wie gesagt, Prominente werden sich engagieren. Also die Mechanismen haben sich seit über 100 Jahren nicht geändert. Und das muss einfach den Menschen klar werden. Das muss man verstehen, um dann wirklich mal zu einer eigenen Meinung überhaupt kommen zu können. Und wirklich, okay, das spricht dafür, das spricht ehrlicherweise dagegen. Nun gut, und dann kann jeder selber entscheiden, was er mit dieser Information anfängt. Aber was wir erleben seit vielen, vielen Jahrzehnten, die Menschen werden so gesteuert. Also schaut man sich drei, vier Nachrichtensendungen an, es kommt immer im Grunde genommen die gleiche Meldung in die eine Richtung. Solche Talkrunden finden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so gut wie nicht statt oder gar nicht statt. Ich fände das so spannend, wenn Herr Dr. Maaz auch mal in großen anderen Talkrunden sitzen würden. Das passiert so gut wie nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Das wäre doch was. Das hat doch seit Katrin Wüß und Herr Lauterbach. Das hat doch seit Katrin Wüß und Herr Lauterbach. Katrin Wüß hat das vorwürdig. Nein, du, ich kann dir sagen, ich hatte Anfrage von ARD und ZDF, habe aber beiden mitgeteilt. Ich komme gerne, wenn ich einen mitbringen darf, der meine Meinung auch vertritt. Weil sonst, ich meine, du kennst die Fernsehbranche. Ja, finde ich gegenehm. Dann hört es nach dem gleichen Muster ab. Der Moderator kriegt im Ohr, jetzt mal bitte wieder unterbrechen. Und dann versuchen sie dich aus der Ruhe, aus der Reserve zu locken. Und da hat sich danach wieder keiner gemeldet von denen. Interessanterweise. Es ist aber auch schwierig, so zwei Gegenpole zusammen auf eine Couch zu bringen. Ich hatte ja auch versucht, einen Schauspieler herzukriegen, der gegen die Querdenker ist, der gegen das Impfen ist. Wo ist er denn? Ja, er hat dann abgesagt, kurzfristig mit der Begründung, man höre. Er hat morgen einen Drehtermin, hat er auch völlig vergessen. Und er muss davor zwei Tage in Quarantäne. Also ja, er hat sich dann im Prinzip, meine Meinung, auch im Prinzip aus der Affäre gezogen. Hat sich dann nicht getraut, in so eine Runde zu begeben. Hat vielleicht mal recherchiert, was ist nun, wieso, was machen wir? Liebe Katrin, das wird nach dieser Sendung ganz anders werden. Weil die Leute werden sich drängen, hier endlich mal frei von der Leber weg sprechen zu dürfen. Und was ich auch als was ganz Wichtiges, nahezu eine Errungenschaft der Wendejahre empfunden habe. Wir hatten die runden Tische irgendwann mal etabliert, lieber Professor Maatz. Und hatten ja dann auch festgestellt, das war die spannendste Zeit. Wir waren hellwach. Ach, 1989, 90 und so eine Art von friedlicher Revolution täte uns ja allen mal wieder gut. Oder? Ja. Im Gespräch zu bleiben. Und zum Thema Propaganda in der DDR. Wir hatten nicht genügend Schinken, wir hatten aber Eier. Und da hieß die Parole, nimm ein Ei mehr. Ich dachte jetzt an Quark macht stark und Quark alleine macht krumme Bähne. Passiert ja, ne? Also runden Tische wäre auch für mich eine gute Lösung, wirklich wieder zu kommunizieren. Reden. Spaltung ist aber angesagt und das fiel mir jetzt nochmal ein. Mit Corona wird die Spaltung der Gesellschaft eigentlich vollendet, ja? Also wir haben von Anfang an die Corona-Führwörter und dann die Gegner. Dann ist es verschärft worden mit der Maske, begeisterte Maskenträger und die Gegner. Ich habe mal genauer untersucht, was sind das eigentlich für Menschen, die begeistert die Maske tragen. Unterm Strich kommt immer raus, ich war immer schon gehorsam, ich will nicht auffallen und ich will mich einordnen. Und dann bei den Verweigerern auch Menschen, die schon immer für sich standen, sich nichts anordnen lassen wollten. Und jetzt geht es weiter mit dem Impfen. Da wird es sozusagen auf die Spitze getrieben. Wir werden sehr bald begeisterte Impfleute haben. Kai Pflaume wird der Erste sein. Das ist die Rettung und es wird moralisiert, ja? Wer sich nicht impfen lässt, ist ein Gefährder und so weiter und auch die Impfgegner. Und was mich an der Stelle eben interessiert ist, die Bevölkerung wird systematisch aufeinander gehetzt. Die Spaltung dient dem Grund, dass wir sozusagen in einen Geschwisterkrieg gehen. Ja, also eben nicht mehr nach oben, sondern untereinander. So wie in der Familientherapie kenne ich das, es kommt nie vor, dass Kinder sich gegen schwierige Eltern verbünden. Ja, also proletarieraler Länder hat auch nicht funktioniert. Und dass Kinder, die an ihren Eltern leiden, nun mal gemeinsam sagen würden, so ihr Eltern, jetzt behandelt uns mal anders, wir protestieren. Und das gibt es nicht. Aber die Spaltung, auch bei den Geschwistern. Und das erleben wir auch. Und damit meine ich, ist eigentlich das Hauptproblem auf den Punkt gebracht, dass wir nicht mehr danach schauen, was wird denn allmählich etabliert. Also was wird politisch und was wird ökonomisch etabliert. Wir sind abgelenkt und sind eher bereit, uns die Köpfe einzuschlagen, wenn man die Maske nicht richtig trägt oder wer dann sich nicht impfen lässt. Das ist dann eben der Feind, der alle gefährdet und so weiter. Und im Hintergrund wird die Gesellschaft umgestaltet. Wir sind abgelenkt damit und wir sollten uns Gedanken machen, welche Alternative gibt es denn? Die im Moment geläufigste ist die weitere Globalisierung, die Digitalisierung, also die Zurichtung des falschen Lebens auf eine verstärkte, sagen wir mal, autoritäre, totalitäre, kapitalistische Gesamtgesellschaft. Oder, das wäre jetzt der andere Pol, wollen wir menschlicher, beziehungskultureller, subsidiärer zusammen sein? Kleinteiliger vielleicht. Kleinteiliger, ja. Also was haben Sie ja vorhin auch gesagt mit der Nationalmannschaft oder so. Also es geht um Heimat, es geht um regionale Bezüge, es geht um menschliche Beziehungen, die ja bedroht sind, wenn alles globalisiert wird. Und dort ist die eigentliche Front, an der wir gehindert werden, wenn wir Maske tragen, wenn wir uns mit dem Impfen beschäftigen. Beschäftigen wir uns nicht mit unserer Zukunft, wie wir leben wollen und können. Und dort eigentlich müsste in Zukunft die Auseinandersetzung stattfinden. Und da wäre der Runde Tisch, also das Zusammenführen der wirklich unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen. Der Runde Tisch hat ja das Ziel, dass nicht einer sagt, also ich habe die beste Meinung und die setze ich durch, sondern jeder hat irgendwie Recht und Unrecht, keiner ist im Besitz der ganzen Wahrheit. Argumente austauscht. Genau, und wenn man Argumente austauscht, hat man am Ende, wenn man es gut macht, ein Ergebnis, mit dem alle leben können. Ich bin ja als Gruppendynamiker sehr erfahren damit, dass in jeder Gruppe, also wenn Menschen zusammen miteinander kommunizieren, gibt es die typischen Positionen, Alpha, Beta, Gamma, Omega, also die Anführer, die Mitläufer, die Fachleute und eben die Omegas, die Gegner oder die Außenseiter. Und die Außenseiter, die werden eben gerne herausgedrängt oder beschimpft. Das sind die Nazis, die Verschwörungstheoretiker, die Esoteriker oder wie man sie in der Gesellschaft nennt. In jeder Gruppe gibt es so einen Omega und der ist immer derjenige oder diejenige, der etwas vertritt, was die anderen nicht wahrhaben wollen. Also wenn man heute sagt, wenn man sich orientieren will, was könnte denn die Wahrheit sein, muss man an die Verschwörungstheoretiker sich orientieren, denn die verkörpern etwas, was die anderen nicht wahrhaben wollen. Und eine Gruppe wird erst dann zu einer konstruktiven Gemeinschaft, wenn man diese Omegas auch integriert. Also aha, der vertritt etwas, was ich Alpha oder Beta nicht wahrhaben will. Weshalb nicht? Was ist da bei mir das Problem? Wenn ich das erkenne, kann man den Omega dankbar aufnehmen. Du hast mir geholfen, etwas zu erkennen. Und so entsteht eine Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig wirklich verständigen können. Vielleicht ist ein sehr schönes Wort, vielleicht ist der Verschwörungstheoretiker eher ein Zweifler. Vielleicht mal ein anderes Wort dafür einzuwerfen. Und ich finde, da sind wir wieder bei Sokrates. Das Zweifeln ist das Gesündeste. Absolut. Gut. Mit dem runden Tisch nochmal. Also ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass es nur aus einer Gestaltung des runden Tisches herauskommen kann. Das tägliche Leben macht aber ja eine Einladung an runde Tische. Also ich habe zum Beispiel meine Uhr von der Reparatur abgeholt beim Juwelier. Ich musste ein bisschen warten und schon hatte ich einen runden Tisch. Es waren fünf Leute da. Ach, Sie sind Arzt? Und es kommt ja immer irgendeine Frage, ne? Natürlich jetzt der Klassiker, was sagen Sie denn zum Impfen? Und schon alleine, dass ich nicht sofort sage, Schwachsinn, hören die Leute erst mal hin. Und dann sage ich, guck, das kannst du so und so sehen. Und ich glaube auch, es gibt ja nicht die Wahrheit. Eine Wahrheit ist ein sehr komplexes Gebilde. Ich habe zum Beispiel auch von den Hardlinern auf der anderen Seite viel gelernt. Und wenn wir das überhaupt erst mal wieder gewährleisten, in ganz kleinen Gruppen. Und ich bin bei Facebook. Den Hardlinern, die Hardliner von der anderen Seite, was ist denn das eigentlich? Ja, es gibt, also ich habe ja auch schon auf Märkten gesprochen und so, also es gibt auch in der Querdenkenbewegung, gibt es ja solche und solche. Es gibt ja nicht das Querdenken. Und wenn ich auf Demos bin, habe ich mir auch gegönnt. Ich war am Reichstag, ich war in Leipzig zu der Großen, wo wir uns sozusagen zumindest gesehen hatten. Also ich auf der Bühne und du unten im Publikum. Weit, genau. Weit Abstand. Es waren ja wirklich viele Leute, ne? Viele, ja. Und selbst wenn du in so einer Demo dich mit vielen Leuten unterhältst, merkst du, wie unterschiedlich das Gedankengut ist, die Meinungsbildung. Und die Kunst ist es einfach, dem anderen zuzuhören, seine eigene Meinung zu vertreten, vielleicht sogar zu schauen, ob ein Konsens möglich ist. Aber auch manchmal einfach zu sagen, pass auf, wir sind uns einig, dass wir uns in diesem Punkt nicht einig sind. Die Vera Birkenbihl hat das damals Zweinigung genannt. Und das ist ein wunderbar segensreicher Begriff. Weil man ist sich da nicht einig und das ist in Ordnung. Oder man sagt einfach, ich weiß im Moment nicht weiter. Das ist so was Wunderbares, Entwaffnendes und wo du sofort feststellst, oder ich würde sogar noch weitergehen. Wenn im Bundestag einer aufstehen würde und der würde sagen, ich weiß nicht weiter, das wäre der Erste, den ich wählen würde. Also ich betreibe das natürlich jetzt auch. Und es ist ja jetzt so, wir haben den Graben, wir haben die zwei Lager. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie ein ideologischer Inzest. Die einen befruchten sich immer mehr in die eine Spirale, die andere immer mehr in die. Die Kunst ist es jetzt, wo in Grabennähe sind Menschen, die ich noch erreichen kann, mit denen ich mich austauschen kann und wo wir etwas bewegen könnten. Und da gibt es ja aus der Sozialwissenschaft ein ganz interessantes Experiment. So haben wir übrigens auch hier beim Gesundheitswesen, glaube ich. Weil viele stellen sich hin und sagen, Carsten, ach du mit deinen paar hundert oder tausend Leute, wie wollten ihr eine Revolution im Gesundheitswesen machen? Da zitiere ich sehr gerne den Harald Welzer, der ist ja nur Sozialwissenschaftler. Der sagt, um einen sozialen Umweltsprozess zu initiieren, brauchen wir nur drei bis fünf Prozent der Masse. Also es ist viel, viel geringer, wie wir glauben. Und das macht doch eigentlich heiß, zu sagen, die drei bis fünf Prozent schaffen wir uns. Das müssen also, natürlich von diesen drei bis fünf Prozent, das darf auch nicht wieder bloß eine Berufsgruppe oder eine soziale Schicht sein, sondern drei bis fünf Prozent von Persönlichkeiten, die im Rampenlicht sind, aber auch drei bis fünf Prozent der Ärzte, drei bis fünf Prozent der Juristen, die in den Medien arbeiten. Wenn dort Unruhe beginnt, dann gibt es eine große ambivalente Masse, die eigentlich nur geführt sein will, den man ein Bild, und da sind wir da bei Propaganda, ein Bild schafft, wo man sagt, das hätte ich gern. Und, also man muss ja mal einfach fragen in der Gesellschaft, wie viele von uns würden denn gerne wieder eine Gesellschaft haben, wo der Mensch eher im Mittelpunkt steht und weniger Profit und Gier? Das haben ja die meisten von uns nie wirklich erlebt, muss man ganz ehrlich sagen. Also, welche, unsere Generation oder auch die unserer Eltern, das haben wir eigentlich noch nie wirklich aktiv gelebt. Oder auch so. Traumatisierte Gesellschaft, es muss immer mehr sein. Es ist nie genug, immer höher, schneller, weiter. Ganz viele wissen gar nicht, wie würde ich denn wirklich selbstbestimmt eigentlich leben wollen? Was ist denn mein eigener Lebensinstinkt? Was ist denn meine eigene Wirklichkeit? Das wissen die allermeisten Menschen gar nicht. Da können die gar nichts mit anfangen. Auch dieses Thema soziale Gerechtigkeit, wobei da in der DDR waren die Unterschiede eben anders, weniger, aber selbst ich und ich glaube, wir kennen von uns, hier geht es wirklich schlecht. Es fühlt sich für mich persönlich nicht gut an, dass eine Altenpflegerin oder eine Krankenschwester oder ein Friseur oder auch Arzthelferinnen, die verdienen so wenig für so viel Einsatz. Das ist einfach nicht okay. Da fühle ich mich persönlich auch nicht okay. Und wir versuchen uns auch auf eine gewisse Art und Weise zu revanchieren. Aber da kommt ja auch vom Staat wirklich nichts. Und wenn man jetzt mal auf 20 Jahre zurückschaut, wir hatten uns regiert, es war angeblich christlich-demokratisch, also so heißen die Parteien zumindest. Oder sie war sozialdemokratisch. Und wenn man sich die 20 Jahre anschaut, die soziale Ungerechtigkeit ist in diesen 20 Jahren immer schlimmer geworden. Immer schlimmer. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass mit diesem Politikstil und mit diesen Parteien wir ein Ende erreichen werden. Die bauen vielleicht noch eine Art Brückenschlag, aber irgendwann muss was von unten kommen. Und ich glaube, das können wir auch aktuell noch gar nicht sehen, sondern Zukunft entwickelt sich. Und wir müssen bloß gucken, dass wir so ein bisschen die Steine langsam aus dem Weg legen, wo wir sagen, hier können wir einen Weg gehen, die Straße. Wie sieht es denn überhaupt aus mit unserem Gesundheitswesen? Ich habe immer das Gefühl, dieses Coronavirus ist vorgeschoben. Und eigentlich ist unser, so wird es uns ja kommuniziert, das Gesundheitswesen ist im Eimer. Wir haben keine Intensivbetten frei. Alles ist überlastet. Ist es wirklich überlastet? Und ist es nicht jedes Jahr im Herbst und im Frühjahr überlastet? Also die Frage, wie wollen wir das denn mal annehmen? Darf ich da kurz was dazu sagen? Und ich bin so ein Faktenchecker, ein Statistiker. Ja, es widerspricht sich ja, dass man auf der einen Seite seit Monaten die Intensivbetten abbaut. Ja. Und jetzt, wenn man in den Winter reinkommt, liegt man in die alte Krippe-Zeit und auf einmal anfängt zu suggerieren, oh Gott, oh Gott, jetzt ist es ganz schlimm, weil wir haben kaum mehr Kapazitäten. Also das ist für mich eine große Volksverarschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja sowieso interessant gerade, warum wirklich die Betten gerade runtergehen. Also ich habe die Zahlen mir auch jetzt nochmal angeguckt. Sowohl die Notreserve an Intensivbetten geht seit den letzten vier bis sechs Wochen deutlich runter. Sogar die Totalzahl an Intensivbetten ist runtergegangen. Also die Zählweise scheint, da scheint sich auch irgendwas insgesamt in der Außendarstellung verändert zu haben. Und wenn man jetzt mal sieht, auch Belastung des Gesundheitswesens. Also wir haben ungefähr 27.000 Intensivbetten. Die haben wir, damit sind wir übrigens deutlich besser wie viele Nachbarn. Wir hatten aber 33.000. Wir hatten auch vorher wesentlich mehr. Also die sind schon mal weg, aber wir sind immer noch im europäischen Durchschnitt bei weitem vorn. Und von denen wiederum sind nur 4.000 Betten durch Covid-19 belegt. Also es stellt sich ja auch die Frage, was ist denn der Rest? Sicher werden da auch schwere Fälle wie Schlaganfälle, Herzinfarkt dabei sein. Aber das war ja in der ersten Welle auch handelbar, dass man gesagt hat, man reduziert, um Luft zu bekommen. Das macht man interessanterweise diesmal gar nicht. Und man sagt den Leuten ständig, es ist wieder die Propaganda, die Intensivstationen laufen über wegen Corona. Das kann man so nicht stehen lassen, weil die geringsten Fälle sind wirklich schwere Covid-19-Fälle. Es wird aber auch viel gesagt, eben, ich weiß es jetzt durch meine Tochter, die in Lübeck in der Klinik ist, dass es auch sehr schwer ist, Leute auszubilden an solchen Intensivbetten. Das machst du nicht, selbst wenn du Anästhesie hast, das kannst du nicht gleich von eben ja haben. Also braucht, fällst du auch an Personal, wo man wieder fragen muss, wer ist dafür verantwortlich? Eine Regierung, die sich selber einen Pandemieplan erstellt und wo der Gesundheitsminister diesen nicht einhält, da muss man da als erstes sagen, der Mann gehört weg. Ja, 2012 gab es diesen Pandemieplan. Und darüber spricht gar niemand in den öffentlich-rechtlichen Qualitätsmedien. Aber das hat Herr Mats ja heute schon gesagt. Es wird einfach, die Fehlerkultur wird weggelassen. Es waren ja am Anfang auch, die Grenzen sind aufgeblieben, wo man hätte zumachen können. Die Masken waren nicht da, die Schutzanzüge. Also es war ja eigentlich für Herrn Spahn am Anfang ein totales Armutszeugnis. Das hat er natürlich großzügig gleich überspielt, hat gleich wieder nach vorne geguckt. Oder was ist das für ein Land, wo gesagt wird, wer sich nicht an die Corona-Anweisungen hält, wird in die Psychiatrie eingeliefert. Und als ich das angebracht habe bei der Zeitung, da wurde mir gesagt, ob ich AfD vertrete oder Freie Wähler. Und da habe ich gesagt, nee, nee, das hat der Mann selber gesagt. Und er hat dann sogar noch dazu gesagt, unser Ministerpräsident Kretschmer, er hat gesagt, wir wollten Sie nur einliefern, nicht behandeln. Der Mann gehört sofort. Sprechen ist Denken. Übrigens, die Betten sind ja freigeräumt worden in den Psychiatrien. Ja, aber das ist ja nicht bloß eine Aussage gewesen, was man machen könnte. Sondern wir wissen aus Sachsen, dass es ausreichend Betten in Psychiatrien freigestellt worden sind. Die Leute mussten gehen, weil man, wie auch immer man dann definiert, Kritiker, Verweigerer, das ist ja dann einfach nur eine Definitionssache. Aber man war schon bemüht, ein bisschen aufzuräumen. Ja, aber da sind wir doch bei einer ganz klaren Kommunikationsstrategie. Ich glaube, die größte Agentur heißt Essential, die sitzen in Irland, die haben so knapp 600.000 Mitarbeiter. Die beraten, glaube ich, weltweit alle Regierungen. Das ist doch überall das Gleiche. Ich meine, dass wir zum gleichen Zeitpunkt auf der ganzen Welt ein gleiches Szenario haben. Also Leute, mal ganz ehrlich, da braucht es jetzt keinen Verschwörungstheoretiker zu sein. Das ist vorbereitet gewesen. Na gut, es gibt ja dieses Buch von Herrn Schreier, Paul Schreier, Ankündigung einer Krise. Dass es ja diese, ich nenne es mal jetzt, Generalstabsübungen mit einer weltweiten Pandemie, wahrscheinlich auch aus der Corona-Gruppe schon seit vielen Jahren gibt. Das ist, glaube ich, sehr gut recherchiert, weil es auch, man hatte auch freien Zugang zu bestimmten Dokumenten im Internet, wo diese Szenarien schon immer global abgesprochen waren, wo schon immer auch Regierungsbeauftragte mitbeteiligt waren, die diese Rollen von einem Kanzler, von einem Präsidenten übernommen haben. Der hat dort sogar geschrieben, dass es sogar von den Leitmedien große Leute dort fiktive Pressekonferenzen durchgeführt haben, wo kritische Presseleute Fragen stellen und wo die Politik beweisen muss, dass sie damit professionell umgeht. Also diese globale Absprache, die gab es und dann kommt natürlich viel Raum für Spekulationen, wurde etwas in welcher Art und Weise lanciert, aber die sind einfach zur Tagesordnung übergegangen. Könnte es nicht sogar sein, dass wir gar keine Corona-Krise haben, weil dieses Wort beherrscht ja alles, sondern eher eine Kapitalismus-Insolvenz-Verschleppung? Wenn man sich die klassischen Infektionserkrankungen weltweit anschaut, Ebola, Malaria, dann muss man sagen, ist wirklich Corona als sehr relativ zu sehen. Oder machen wir mal auch von mir aus die Feinstaubtoten weltweit. Das sind wesentlich mehr Millionen Tote durch Luftverschmutzung als durch SARS-CoV-2. Von daher glaube ich, das ist ein Stellvertreterkrieg. Also hier geht es um alles andere wie um ein Virus, sondern es geht um ein System, was an die Grenze gekommen ist dessen, was es noch leisten kann. Das System heißt Kapitalismus. Das nennt sich Kapitalismus. Denn Globalisierung ist ja nichts anderes als Überproduktion. Wenn du so willst, ja, Imperialismus haben wir mal gelernt. Und der Herr Schwab als Chef des Weltwirtschaftsforums in seinem großen Buch schreibt ja auch ganz klar, also er benennt ja auch alle Defizite des Systems. Interessant ist ja nur, dass er jetzt glaubt, und das ist schon ein bisschen hirnrissig, dass er glaubt, dass genau die, die die Wirtschaft sozusagen so runtergeritten haben und die Umwelt und das Klima, dass sie jetzt wiederum die Heilbringer werden. Das sind wir wieder bei Psychologie von Narzissen. Das sind Fantasien, ganz gefährliche Fantasien von wenigen Menschen, die glauben, sie dürften immer wieder Gott spielen. Ist das so? Sie waren ja in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Wie haben Sie das erlebt? Also ich habe mal für Microsoft einen PR-Beraterauftrag gehabt, für einen Länderchef von Microsoft und war aufgrund dessen eingeladen zu einem Abend mit Bill Gates in Davos. Und das ist schon sehr interessant, das zu beobachten, wenn man da ist. Also zum einen, man rede ja zum Beispiel über Klimafragen, Klimapolitik. Und dort treffen sich ja sehr, sehr viele prominente CEOs. Also das ist so der Top 100 Club. Da gibt es verschiedene Sektionen, aber so der Inner Circle sind so Top 100 Club. Und die reisen aber erst mal alle im Privatjet an. Begen Klimaschutz. Begen Klimaschutz, genau. Es ist alles sehr exklusiv, sehr teuer. Man wohnt nur in teuersten Hotels. Davos ist er nun sowieso schon nicht so ein ganz günstiges Pflaster. Und wenn man das beobachtet, Bill Gates ist ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Also sehr auch reduziert in seiner Körpersprache, wenn man den erlebt dann auch. Und die drum um ihn herum stehen dann, diese CEOs. Auch Könige, Kronprinzen, Kronprinzessinnen waren an dem Abend da. Und man merkt so richtig alleine die Tatsache, dass man also in diesem Raum sich auch befindet. Das ist so die Erhöhung der eigenen Wichtigkeit. Man hat es geschafft. Man ist in Davos beim Weltwirtschaftsforum und steht neben Bill Gates und noch 100 anderem. Es ist doch alles gut gegangen im Leben, oder? Man hat es endlich geschafft. Man ist wichtig. Man hat was zu sagen. Die Menschen schauen auf einen. Und das ist eben das ganz, ganz große Problem, dass da eine Überhöhung eben des eigenen Selbst stattfindet. Und aufgrund dessen dann Pläne entworfen werden, Ideen geschmiedet werden, die zum einen nicht wirklich nach außen weitertransportiert werden. Auch nicht offen mit einer Gesellschaft diskutiert werden, sondern dieses Süppchen wird dort gekocht. Nicht nur dort, da gibt es ja nun auch noch andere. Das ist nicht der einzige Ort. Aber auch da muss ich wieder sagen, am Ende des Tages, das klingt eigentlich immer so wahnsinnig banal und simpel. Aber ich glaube, das ist es am Ende auch. Auch niemand, der mental in einer gesunden Situation sich befindet, macht so was. So schlicht ist es eigentlich. Also niemand, das gilt für unsere Gesellschaft, das gilt aber eben inklusive dann auch für CEOs, Unternehmen, Chefs, Politiker. Meiner Meinung nach, am Ende ist es so schlicht. Niemand, der psychisch gesund ist, macht so etwas. Es kommt niemand als Mörder auf die Welt, es kommt niemand als Krimineller auf die Welt. Also wir sind am Ende immer die Summe unserer Erlebnisse und wie wir aufgewachsen sind, was mit uns passiert ist, wie wir behandelt wurden. Und deswegen ist das so mein Engagement zu sagen. Nur wenn wir mental, jeder von uns in eine gute Balance kommen, kann das alles irgendwo in eine andere Richtung gelenkt werden. Und ja, wenn man Prominente privat kennt, wenn man mit denen, aber das gilt natürlich nicht für alle um Gottes Willen noch, aber viele Prominente, viele Politiker, viele Unternehmensbosse. Ich habe ja wirklich auch privat dort nicht wenige kennengelernt und kenne auch deren Familiensysteme, weiß mit welchen Süchten die zu kämpfen haben. Also was dann hinter verschlossenen Türen passiert, ist sehr häufig nicht gesund. Und wie sollen solche Menschen etwas zum Wohle einer Gesellschaft tun? Das kann nicht funktionieren. Wenn ich mir selber nicht wohltun kann, kann ich das auch nicht für andere. Und da drehen wir uns am Ende immer im Kreis. Und ich glaube, wenn das einfach mehr Menschen noch verstehen, dass das das Allerwichtigste ist für einen selbst, aber auch für die Familie und dann auch für alle anderen, dann wären wir schon auf einem guten neuen Weg. Ich denke aber, 80 Prozent der Menschen, sage ich jetzt mal, empfinden ähnlich so wie wir. Und wenn die Sendung mal ausgestrahlt werden würde, dann wird es garantiert, werden die im Allermeisten sagen, aber ich empfinde doch genauso. Und die Frage ist, warum sind wir nicht mutig genug und sagen, lass es uns doch versuchen. Oder anders gefragt, wie lange reicht die Geduld noch, bevor das hier fast zum Überlaufen kommt? Ja, es gibt eine ganz simple medizinische Erklärung. Findet ihr nur zu faul? Ja, die meisten Menschen, das wird Herr Wurm genauso wissen, wissen, dass sie nicht gut leben oder dass sie falsch leben, weil sie sich Ernährung, Bewegung, rauchen, trinken, Stress und so weiter. Und sie können es nicht verändern aus Einsicht, aus Vernunft nicht, weil der seelische Untergrund das abverlangt. Also ich muss mich irgendwie beruhigen, ich muss was beweisen, weil ich nicht in der Weise gesund bin. Ja, also leben die Menschen falsch, sie wissen es, können es nicht verändern. Dann sagen wir, also ich sage als Mediziner, Gott sei Dank werden Menschen krank. Dann öffnet sich ein Fenster. Sie dürfen nur nicht nur zum Arzt gehen, ja, also zu einem Facharzt, der jetzt halt schnell Abhilfe schaffen will, sondern es müsste ein Arzt sein, der bereit in der Lage ist, eben das systemisch zu erfassen und auch dann zu behandeln. Wie lebst du sozial und psychisch, deine Vergangenheit, deine Geschichte und so weiter, damit eine Chance entsteht, dass dieser Mensch jetzt sich tatsächlich verändern kann. Und das hat sehr viel mit Gefühlsarbeit zu tun. Also die Gefühle über das, was man bisher nicht leben durfte, also die Empörung darüber, der Schmerz, was einem gefehlt hat an Anerkennung, das wäre im Grunde genommen die Voraussetzung. Und ich habe jetzt, wenn ich mir überlege, wenn ich politisch Einfluss hätte, wäre das wichtigste Ziel dafür zu sorgen, dass die Frühbedrohung der Kinder besser wird. Denn dort entstehen die ganzen Persönlichkeitsprobleme der Erwachsenen. Und unter Erwachsenen, das, was ich unter Beziehungskultur verstehe, das kann man auch noch mit Menschen machen, oder die können es mit sich machen, dass sie anfangen, miteinander so zu kommunizieren, mit der Einstellung, was ich sage, kann auch falsch sein, ich bin auch begrenzt. Und der mit einer anderen Meinung, selbst der politische Gegner, kann auch Recht haben. Dann entsteht eine Chance, die kann man nicht hoch genug bewerten. Wenn ich die Möglichkeit erfahre, ich kann von mir sprechen, ohne gleich beschimpft, abgewertet, in eine Ecke geschoben zu werden, ist das so etwas Befreiendes. Und der andere, der anders denkt und anders ist als ich, den ich so aufnehmen kann, ach, so denkst du, da entsteht tatsächlich eine, ja, ich will nicht gerade sagen, eine freundschaftliche, aber eine entspannte Beziehung, dass ich auch mit Menschen, die durchaus anderer Meinung sind, gut auskommen kann, die ich nicht mehr bekämpfen muss, weil wir uns ja verstanden haben, du bist so, weil du so und so bist und so weiter. Also das wäre für mich praktisch die wichtigste Herausforderung für die Zukunft. Also statt eben der immer größeren, globalisierten, zugespitzten, kapitalistischen Entwicklung, die jetzt den Superreichen mehr hilft als eben uns allen. Die ist nötig. Ich fand das jetzt eigentlich ein super Schlusswort, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, wir reden jetzt schon seit zwei Stunden und ich glaube, jeder hat hier noch eine Menge weiter zu sein. Liebe Kathrin, die wir hier sitzen, sind ja auch alles Narzissen. Natürlich, wer auf die Bühne geht, natürlich. Ja, aber ich denke, das war schon mal eine sehr, sehr schöne, interessante Runde, die wir auf jeden Fall fortsetzen sollten. Ja, 14 Tagen sind wir uns wieder. Ja, Uwe, vielleicht machst du noch den Schluss, du hast doch angefangen. Also ich kann nur sagen, also was Sie gerade gesagt haben, lieber Professor Dr. Maaz, Doktor, ich bin hier reingegangen, ich habe die Feststellung gemacht, je mehr man sich vorbereitet, umso weniger weißt du. Das heißt nicht, dass ich nichts wusste über Sie, aber dieses befreiende Gespräch. Wir sind ja letzten Endes stellvertretend für unsere Zuschauer wie auf einer Couch gewesen und können nur alle ermutigen, die zugeschaut haben, bilden Sie kleine Arbeitskreise, vielleicht sogar Ulsenbanden. Ja, und wir würden uns riesig freuen, wenn Sie demnächst wieder einschalten bei Ruderboot, denn es kann nur sein, das wollte ich nämlich auch noch mal sagen, weil Sie gesagt haben, wir müssen vorwärts gucken. Ich glaube aber, ohne die Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Und wenn wir nicht anfangen, wir als Gesellschaft, wir als Familie, wir als Fernsehschaffende, als Menschen zurückzugucken, warum ist das so gewesen? Letzten Endes, dann kommen wir nicht weiter. Und letzten Endes, und das ist meine große Hoffnung, und dann höre ich wirklich auf, Politik wird immer noch von Menschen gemacht. Und deswegen kann die Hoffnung gar nicht groß genug sein, dass wir eine Gesellschaft wieder werden könnten, wo Mitgefühl im Vordergrund steht. Und das wünschen wir uns jetzt mal für 2021. Danke, dass Sie alle da waren. Einverstanden. Und danke bei der Kamera. Und danke beim Ton. Und überhaupt danke. Man kann gar nicht oft genug Danke sagen. Danke. Bitte schön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020